Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserem inzwischen dritten Landesparteitag in Rheinland-Pfalz, heute hier in Andernach. Ich freue mich hier so viele Gesichter zu sehen, auch viele neue zu sehen und wünsche euch hier heute auf jeden Fall sehr viel Spaß und auch ein produktives Arbeiten. Bevor es jetzt endgültig losgeht, wurde mir noch aufgetragen, das ein oder andere anzumerken. Also zum Rauchen gibt es draußen hier diese Terrasse, hier drin bitte nicht rauchen. Und Bewirtung erfolgt hier im Raum und wer etwas zu Mittag essen möchte, der sollte sich bis 10.30 Uhr dann entsprechend melden, damit die Küche auch vorbereitet ist. So, jetzt kommen wir zum etwas formelleren Teil. Nämlich, es geht jetzt mal los mit den Landesparteitagsämtern, sprich für das Präsidium hier vorne. Dazu möchte ich alle Kandidaten, die gerne für das Präsidium kandidieren möchten, mal kurz nach vorne bitten und sollen einfach ein paar Worte dazu sagen. Und noch als kleine Info, wir haben auch einige Neumitglieder hier heute beim Landesparteitag. Die haben wir natürlich auf kurzem Dienstweg auch direkt aufgenommen. Ich habe ja schon beim letzten Mal, glaube ich, ganz gut den Wahlleiter gemacht, deswegen würde ich mich gerne wieder anbieten. Ich bin der Jochen. Ich bin der Jochen, ich bin der Bastian, ich komme aus dem fernen Berlin hier an, bin im Landesverband Brandenburg gebeten worden, euch ein bisschen zu beleiten. Was mache ich? Ich bin von der Rechtsabteilung und andererseits, sagt man zumindest, der neue Bundesdatenschutzbeauftragte. Dazu können wir nachher auch vielleicht, wenn wir Zeit haben, was da haben. Weitere Fragen bin ich gerne bereit zu beantworten. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Moritz Wehfeld, ich komme aus Trier. Ich habe beim letzten LPT schon die Redeleitung gemacht und würde aus dem Grund sagen, dass ich das auch wieder machen würde. Hallo, ich bin der Michael und ich würde den Protokoll Land machen, falls ich ins Parteitagspräsidium komme. Hallo, mein Name ist Flavio, ich bin ein Neumitglied und möchte hier die Piratenpartei unterstützen. Und mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt Protokoll, Wahlleitung oder so mache. Also ich stelle mich auf jeden Fall zur Verfügung. Ich stelle mich auf jeden Fall zur Verfügung. Hallo erstmal, ich wollte gerade noch was sagen bezüglich Technik. Wir haben hier ein WLAN, scheinbar einige Leute haben ein bisschen Probleme mit dem Einloggen. Wenn da irgendwas ist, bitte mal kurz melden. Wir haben einen relativ hohen Traffic, wir haben jetzt in knapp über einer Stunde 1,8 GB Traffic verbraten. Und in der Hälfte der Zeit war noch kaum einer da, also das könnte auch erklären, warum das WLAN ab und zu ein bisschen stottert. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. So, ja, jetzt haben sich die Kandidaten ja schon vorgestellt. Wir haben eine Regelung von mindestens drei Kandidaten, wir können aber auch alle fünf reinwählen, das liegt jetzt an euch. Ich würde sagen, wir fragen einfach mal ab, wie ihr es gerne haben wollt. Also einfach kurzes Meinungsbild, wollt ihr alle fünf dabei haben? Wer dafür ist? Dann kürzen wir das Ganze noch ab, indem wir jetzt noch kurz darüber abstimmen, dass eben die fünf hier auch die Versammlungsleitung dann machen. Also wer dafür ist, kurz die Karte noch mal heben. Das ist ziemlich einstimmig angenommen. Und dann übergebe ich jetzt an die Versammlungsleitung. Also nochmal für die, die es nicht wissen, wir haben keine festen Regelungen, wer genau jetzt was macht im Parteitagspräsidium. Deswegen besprechen die sich jetzt noch mal kurz nach zwei Minuten circa geht es dann auch gleich weiter. Ja, das soll zu mir reichen. Ja, das soll zu mir reichen. Ja, ja, das soll zu mir reichen. Vielen Dank. 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 Okay. den Beschlussfassungen prüfen, nach § 9b Absatz 7 Bundessatzung. Das habt ihr hier nicht zu stehen und habt nur zu stehen, dass die vom Landesparteitag geprüft werden können oder gewählt werden können, die Rechnungsprüfer, das ist § 4 Absatz 1 Absatz 2 Litra B. So, das wäre dann einzufügen und dann haben wir noch zum Tagesordnungspunkt 8 Nachwahl des Ersatzrichters. Es muss geändert werden, es sind zwei Ersatzrichter nachzuwählen, weil es gab eine Änderung der Schiedsgerichtsordnung beim letzten Bundesparteitag, daher wäre das auch entsprechend zu verändern. Die Wahl der Rechnungsprüfer würde ich gerne vorziehen und zwar jetzt im Anschluss und dazu braucht man nicht nur einen Wahlleiter, der hier schon benannt ist, sondern auch Wahlhelfer. Der Wahlleiter würde sich dann gleich besorgen, der kommt in die gleiche Mikrofon und da müssen sich zwei Kandidaten dann hier auch zur Wahl stellen, als Wahlhelfer mindestens zwei. Zurück, um euch nicht ganz zu verwirren, zur Änderung der Tagesordnung, das heißt, ich würde jetzt einführen, den Tagesordnungspunkt 3a, Bestimmung der Wahlhelfer und 3b, Wahl der Rechnungsprüfer. Und die Tagesordnung insofern ändern, auch mit der Nummerierung, ist das alles verstanden worden? Bitte, ein Geschäftsordnungsantrag bitte hier vorne, weil, das müssen wir hören, brauchen wir ein Mikrofon, weil es ist ein Saalmikrofon da hinten, das weiß ich nicht. 3a ist Wahlhelfer wählen oder bestimmen und 3b wäre dann Wahl der Rechnungsprüfer. So. Zur Tagesordnung? Dann bitte vortragen. Okay, das machen wir dann mal bei Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder, fügen wir dann an, noch Bericht des Landesfinanzausschusses, ist das so in Ordnung? Dann bitte ich um die, das zeige ich mir der Stimmkarte, wenn die Tagesordnung so geändert werden soll. Das ist, Dankeschön, Gegenstimmen? Dann ist das bei wenigen Enthaltungen beschlossen. Gut, danke euch. Wir wären dann bei den Benennungen der Wahlhelfer. Da bitte ich mal unseren Wahlleiter nach vorne. Okay, also ich brauche mindestens zwei Wahlhelfer, die mir dann beim Auszählen der Stimmen helfen. Wer würde sich da berücksichtigen? Einen habe ich hier. Zwei. Sonst noch jemand? Bitte mal kurz aufstehen. Hat irgendjemand was gegen diese beiden Wahlhelfer? Der René und der Klaus. Niemand? Okay, dann seid ihr meine beiden Wahlhelfer. Gut, dann mache ich mal auf den Kopf einfach weiter und ich brauche dann mal auch bitte das Mikrofon, was hier auf dem Tisch liegt, weil es wird sonst ein bisschen anstrengend. Nee, das muss funktionieren, das ist nicht an. Eins, zwei. Das finde ich gut. Finde ich ganz klasse, wenn sowas nie gezeigt wird, aber das ist das hohe Alter, ich bitte es zu entschuldigen. Wir kommen dann zur Wahl der Rechnungsprüfer. Das können wir für Akklamationen machen, brauchen wir nicht geheim machen, es sei denn, es besteht jemand drauf. Und das übergebe ich an unseren Wahlleiter. Also, okay. Besteht jemand auf geheime Wahl? Ein, okay. Dann, wir brauchen zwei Rechnungsprüfer. Wer möchte das gerne machen? Kommt, wir brauchen zwei. Wer sind denn die Kassenprüfer? Also, mir sind jetzt drei gewählte Kassenprüfer vom letzten Landesparteitag bekannt. Das waren Silbernstein, Ansgar Weltens und ich. Die sind derzeit am Prüfen, ich nicht, wie man sieht. Aber zwei Leute reichen ja aus, deshalb haben wir drei gewählt. Dann müssen wir die noch mal bestätigen. Gibt es Freiwillige für das Amt des Rechnungsprüfers? Also, keine Chance, wir machen nicht weiter. Deswegen, zwei Opfer brauchen wir, die müssen nichts groß machen, die müssen jetzt gucken, was die Antje mit hat. An finanziellen Unterlagen, das auf Prozivilität prüfen. Es gibt ja Kassenprüfer, die haben da eine Einzelfallprüfung gemacht. Die werden wahrscheinlich auch nachher noch berichten, wenn ihr das so wollt. Aber es sind auf dem Parteitag zwei zu wählen. Die sollten eben nicht die Kassenprüfer sein, um das ganz bewusst getrennt zu halten, dass da nicht irgendwelche Mauscheleien existieren. Und wenn wir eine Entlastung können bekommen wollen heute, bitte ich doch zwei Mutige. Sonst benenne ich hier zwei. Ah, siehst du? Da gibt es eine Meldung. Willst du nach vorne kommen? Soll ich dir gerade das Mikro? Gibt es hier im Horstechnik für ein weiteres Mikrofon im Saal? Oder sollen wir das Handmikrofon verwenden? Ja, dann schauen wir mal. Nur eine kurze Vorstellung, wer du bist damit, was wir das Protokoll haben. Ich bin René Pickert, habe Mathematik studiert und fühle mich deswegen gerade dazu berufen. A. Gibt es Fragen? B. Gibt es einen weiteren Freiwilligen? Oder müssen wir uns da hinten? Meldung? Möchtest du gerade vorkommen? Wir wissen nicht. Also ich manchmal schon. Gibt es darin eine Verwicklung mit Landesschiedsgerichtsämtern? Ja, Fabian Greitner, Landesschiedsgericht, Mathematik studiert habe ich nicht, dafür Informatik und Mathe immerhin Leistung. Okay, dann schreiten wir mal zur Wahl. Das machen wir per Akklamation. René und Fabian, also ich fange mal mit René an. Wer möchte, dass der René Rechnungsprüfer wird? Bitte jetzt die Karten hoch. Okay, wer ist dagegen? Enthaltungen? Okay, ich sehe keine Gegenstimmen. Dann einstimmig gewählt. Und jetzt der Fabian. Wer möchte gerne den Fabian als Rechnungsprüfer haben? Okay. Gegenstimmen? Enthaltungen? Okay, auch einstimmig gewählt. Nehmt ihr die Wahl an? Ich nehme an. Dann hätten wir das. Danke. Ja, Dankeschön. Technik kommt immer mehr in Fahrt. Wir sind schon bei Tagesordnungspunkt 4, Genehmigung des vorhergehenden Protokolls. Da darf ich mal die BIMA-Technik bitten, das Protokoll aufzurufen. Ich nenne ihn einfach Alex, vom 26.06.2011, das war euer letzter Landesparteitag. Ihr habt das so zu stehen, dass das genehmigt werden muss. Dann, wenn er das hinbekommt, habt ihr das auch gleich da. Ansonsten gibt es schon Kommentare, Einsprüche, Unmutsäußerungen zum Protokoll des letzten Landesparteitages. Ich würde sagen, das ist nicht der Fall. Damit würde ich sagen, schalten wir weiter zur Abstimmung. Wenn nicht der dringende Wunsch geäußert wird, das Protokoll jetzt noch in BIMA-Form zu sehen, ist das der Fall? Ich würde sagen, nicht. Da haben wir es auch. Dann würde ich sagen, stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass dieses Protokoll in der derzeit vorliegenden Form genehmigt wird? Der hebe jetzt die Karte. Ja, danke schön. Gegenprobe? Gegenprobe? Enthaltung? Das ist bei Wien Enthaltung so beschlossen. Dankeschön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder. In der Reihenfolge Ihrer Ämpfer würde ich vorschlagen, das wäre der Vorsitzende, Roman Stellvertreter Heiko, Generalsekretär Brummer, Schatzmeisterin Antje Krause, sofern die dann schon mit der Rechnungsprüfung fertig sind, politischer Geschäftsführer Ingo Höft, Beisitzer Nadine Klose, sofern sie hier ist, und Beisitzer Benjamin Bratz, dass ihr euch da schon mal drauf vorbereiten könnt. Und ich würde den Grillabend dann jetzt Moritz überlassen und den Roman nach vorne bitten. Dankeschön. Hast du irgendwas zum Anwerfen? Komm mal rum. Okay, also in der Zeit vom Landesparteitag in Elmstein am 26.06.2011 bis zum Landesparteitag in Andernach am 2.10.2011 war ich als Vorsitzender des Landesverbands Rheinland-Pfalz tätig. Zu meiner Haupttätigkeit im Vorstand gehörten Nebentätigkeiten wie die Vertretung des Landesverbands nach außen, Kommunikation mit den Mitgliedern sowie Einberufung und Leitung der Vorstandssitzung. Ich habe zahlreiche Stammtische, Infostände, Informationsveranstaltungen, Arbeitstreffen und so weiter besucht und war auch bei vielen CSDs unterwegs. Des Weiteren war ich auch bei der Gründung einer Bürgerinitiative in Mainz zum Thema Einkaufsmalls und die ECE dabei und bin auch dort weiterhin tätig, um zu zeigen, dass wir eben für Transparenz und Mitbestimmung stehen und das versuche ich da auch voranzubringen. Weiter habe ich mich um die Umsetzung der Ideen der Mitgliederwerbung, der Kulturteinstelle, der Open Music Night, der neuen Rheinland-Pfalz-Webseite, dem Medienpool sowie die Planung des Hambacher Fests gekümmert. Und zuletzt habe ich zahlreiche Anfragen, die durch die Berlin-Wahlen an den Landesverband gestellt wurden, beantwortet und auch viele Interviews im Rahmen dessen gegeben. Herzlichen Dank. Hat noch jemand Fragen dazu? Das scheint nicht so, dann habe ich jetzt noch was, denn ich möchte euch einfach mal Danke sagen, weil ohne euch hätte ich das alles, die Themen nicht so voranbringen können, ohne eure Hilfe, ohne eure Unterstützung, wären wir jetzt nicht da, wo wir heute sind. Danke. Ich denke, ich spreche auch für alle, wenn wir auch für dein Engagement danken. Das war sehr viel wert. Ich habe nur die Zeit überbrückt. Ich habe nur die Zeit überbrückt. Du kannst gerne schon mal hochkommen. Hallo zusammen, Dankesworte spare ich mir jetzt, glaube ich, an der Stelle. Und fange direkt an. Ich habe leider auch noch bisher nichts an Elex gegeben, was man an die Wand werfen könnte, außer diesem toten Baum hier. Dementsprechend will ich es auch recht kurz halten. Meine wahrgenommenen Aufgaben im Landesvorstand war die Teilnahme an den Sitzungen des Landesvorstandes natürlich, die Lehrung des Postfachs in Koblenz mit sehr vielen Mitgliedsanträgen in letzter Zeit, vielen Dank dafür, sowie die Verteilung der Post in Zusammenarbeit mit Werner. Dann habe ich im Presseteam mitgearbeitet. Ich habe die Piratenpartei auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten und ich habe die Betreuung der Mitglieder in der Region Koblenz übernommen. Zu den wahrgenommenen Terminen. Ich habe unter anderem am Piratentreffen am Brusthalsee teilgenommen, dann am einjährigen Jubiläum des Anti-Atom-Spaziergangs in Koblenz. Der heißt wirklich Spaziergang, die demonstrieren nicht, die laufen über Bürgersteige. Dann habe ich am Kreisparteitag der Partei Die Linke in Ordnung auf Einladung teilgenommen. Ich habe am Christopher Street Day in Koblenz teilgenommen, dann am Landesparteitag der Piratenpartei in Hessen. Da war ich allerdings nur Sonntag. Einige Rheinland-Pfälzer waren aber auch am Samstag da. Und die schönste Veranstaltung war für mich die Wahlparty in Koblenz anlässlich der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Dafür nochmal herzlich vielen Dank. Nicht einzeln aufgeführt habe ich jetzt zahlreiche Infostände, die in Koblenz abgehalten wurden. Und einige länderübergreifende Koordinationstreffen sowie zahllose Diskussionsrunden, die auf Marmel stattgefunden haben. Dann hätten wir die Entscheidung, Antje, ist die Prüfung schon soweit fortgeschritten? Dann würde ich sagen, Brummi, wenn du gerade eben bei der Akkreditierung Luft hast. Gut, dann verkünden wir, dass man die Akkreditierung um 10.50 Uhr vorübergehend unterbrochen wird. Sie wird dann wieder aufgenommen, wenn Brummi vorne Platz nimmt. Danke. Schon ein bisschen krass, oder? Dass die ganze Zeit akkreditiert wird. Ich dachte so, um 10 Uhr fängt es an. Und von 9 bis 10 Uhr ist Akkreditierung. Und wer danach kommt, hat Pech. Bitteschön. Jo, auch von mir kurz der Tätigkeitsbericht. Ich will den nicht in epische Länge rausziehen, sondern nur ganz kurz drüber schweifen, was meine Haupttätigkeiten im Zeitraum 26.06. bis einschließlich gestern waren, also von Elmshorn bis heute. Es war einmal die Teilnahme bzw. Akkreditierung der Mitglieder am 2. Pflanzenparteitag in Elmstein, des Weiteren Teilnahme an einigen Stammtischen, Arbeitstreffen der Regionalgruppe Koblenz, Teilnahme an den Vorstandssitzungen, Teilnahme am CSD in Koblenz, unter anderem auch eine Gastteilnahme am Kreisparteitag der Linken Main-Koblenz, auf Einladung der Linken, Teilnahme als Zuhörer, leider nur als Zuhörer, an Ratssitzungen der Verbandsgemeinde Fallendau, wie Heiko schon gesprochen hatte, abwechselnd mit ihm Lehrung des Postfaches sowie Bearbeitung der eingegangenen Post und meine eigentliche Hauptarbeit, die Mitgliederverwaltung, die sich in den letzten zwei Wochen, oder sagen wir mal so seit Berlin, wahnsinnig gesteigert hat, was mich sehr freut. Wir haben bis dato jetzt einen neuen Mitgliederstand von 585 Mitgliedern. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die neuen Mitglieder, die den Weg nicht gescheut haben, die die Mühsal nicht gescheut haben, hier nach Andernach zu kommen, auch im Namen des rechtlichen Vorstandes recht herzlich begrüßen. Ahoi Piraten! So, dann würden wir mit den Beisitzern weitermachen. Ingo? Okay, Ingo? Ja, haben alle Leute sich schon entschieden, was sie zu essen möchten? Das sollte ja bis 10.30 Uhr, wie ich das verstanden habe, abgeschlossen sein. Wir machen dann gleich eine Pause sowieso, weil die Angebung ist ja fertig sein, und dann können wir das noch mal administrativ hier regeln. Nochmal eine kleine Erinnerung an das Essen. So, dann Ingo, bitteschön. Also, guten Morgen. Der Promi hat es gerade gesagt, wir haben heute erfreulich viele neue Piraten hier bei uns. Ich begrüße euch auch recht herzlich. Und natürlich könnt ihr sofort komplett alle Geschicke der Partei ab sofort mitbestimmen. Dann habe ich hier noch den Tätigkeitsbericht von der Nadine Klos, den hat sie mir übermittelt. Den wollte ich jetzt gern vorlesen. Den brauchen wir hier, damit wir die Nadine entlasten können und einen neuen Beisitzer wählen können, weil die Nadine ist verzogen nach Berlin. Dummerweise ein halbes Jahr zu spät, sonst sitzt sie jetzt im Abgeordnetenhaus dort. Gut, also ich verlese jetzt mal den Bericht von der Nadine. Tätigkeitsbericht von der Nadine Klos, Beisitzerin im Zeitraum von 26.06.2011 bis 2.10.2011. Verteilung der Kinderliederbücher im Landkreis Kusel, Mitorganisation und Teilnahme Ahoi-Sause am Bostalsee, Teilnahme an verschiedenen Stammtischen der Regionalgruppe Westpfalz in Kusel, Kirchheim-Bulanden, Kaislaus-Lautern und Zweibrücken, Teilnahme an Infoständen zum Thema ECE in Kaislaus-Lautern, Protokollführung bei Vorstandssitzungen, Protokollpflege im Wiki, Regionale Pressearbeit, gezeichnet Nadine Klos. So, und nun zu meinem Tätigkeitsbericht. Bevor ich den hier verlese, wollte ich gerne mal ein bisschen erzählen, was ich so gemacht habe in der Vergangenheit, in der letzten Berichtszeitraum. Also, zu Aktionen um programmatische Arbeit habe ich mir Schwerpunkte gesetzt, und zwar vier Schwerpunkte. Das ist einmal die Transparenz, dann die Bürgermitbestimmungen, die direkte Demokratie, die Gesellschaftspolitik und die Außenpolitik. Und da werden jetzt einige stützen, was hat Gesellschaftspolitik und Außenpolitik jetzt hier im Programm zu tun? Noch nicht, aber ich bin einer der Vertreter, die dafür einstehen, für eine moderate Erweiterung unseres Programms und versuche deshalb auch diese Themen hier mit in den Landesverband reinzubringen. Zur Transparenz, da gab es eine Aktion in meiner Nachbargemeinde, Bogenheim-Roxheim, da gab es, wo sollte eine Sporthalle abgerissen werden, da waren die Bürger dagegen. Da gab es dann eine Bürgerinitiative mit Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. Das ging zwar ziemlich in die Hose, weil das Bürgerbegehren da formal nicht richtig gemacht wurde, aber ich konnte dort sehr viele Erfahrungen sammeln in der Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Das ist letztendlich darauf hinausgelaufen, dass die lokale Presse bei der ganzen Aktion aufmerksam wurde auf das Thema und ausführlich in der Lokalpresse über meine Aktivitäten dort in Bezug auf Transparenz und auch über die Ziele und Werte der Piratenpartei berichtet hat in der Presse dort, in der schriftlichen, ja, Papierpresse. Zum Thema Bürgermitbestimmung, direkte Demokratie, habe ich dieses Thema dort, was ich da in Bogenheim-Roxheim quasi, ja, gelernt habe, dann weitergeführt. Ich bin jetzt aktiv in Mainz, da geht es um das Projekt ECE. Die wollen da mitten ins Zentrum einen riesen Mall hinstellen, die ja so sehr, ja, kritisch hinterfragt wird. Auch dort hat sich die Bürgerinitiative gebildet. Bin ich dabei, bin dort in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und betreue dort vor allem mal die Online-Aktivitäten der Bürgerinitiative. So, und jetzt zur Gesellschaftspolitik. Großes Thema, Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Das kürzen die Piraten mit Reset-up. Aber allgemein ist es, ja, gängige, ausdrucksweise, bedingungsloses Grundeinkommen. Und das haben wir ja auch bereits schon im Wahlprogramm von der letzten Landtagssaal stehen, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen mit in die politische Diskussion einbringen wollen. Ich war dort auf einem Treffen der Sozialpiraten und haben dort sehr intensiv uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wie können wir das bedingungslose Grundeinkommen in unserer Gesellschaft etablieren. Wir wollen dort einen Antrag an den Bundesparteitag einbringen. Allerdings nicht zum nächsten, sondern erst zum übernächsten, weil uns einfach die Zeit fehlt, das wirklich fundiert auszuarbeiten. Da wollen wir uns also Zeit lassen. Zur Außenpolitik, gut, da hatten wir jetzt vor kurzem, gerade vor vier Tagen, kam das Thema auf, wie steht denn die Piratenpartei oder der Landesverband zur Rettung des Euros. Da habe ich noch schnell einen Pad aufgesetzt, konnte leider jetzt aber mich selber damit beteiligen, aus Zeitgründen. Darum bedanke ich mich recht herzlich an die Aktiven, die dort das wahrscheinlich sogar noch zu einem Antrag gebracht haben heute. Zu dem Thema, wie steht der Landesverband zur Rettung des Euros. Ja, das war jetzt so ein kurzer Überriss. Und jetzt verlese ich meinen Tätigkeitsbericht. Also, meinen Tätigkeitsbericht als politischer Geschäftsführer im Zeitraum vom 27.07.2011 bis 2010.2011, also heute. Vorstand und Organisation, die Teilnahme an den regelmäßigen Landesverband Landesvorstandssitzungen war obligatorisch. Zudem pflege ich eine vertrauliche Kontaktliste von Ansprechpartnern. Organisationsarbeit leistete ich beispielsweise auch bei der Erstellung, Verteilung und Wartung des GPG-Vorstandsschlüssels. Ebenso bemühe ich mich darum, die Vorstandsdaten auf der Rheinland-Felser Web- und Wiki-Seite auf dem Laufenden zu halten, was allerdings erheblichen Verwaltungsaufwand bezüglich Zugriffsrechte bedingt, der noch nicht abgeschlossen ist. Weiterbildung. Auf einem Vortrag mit Katja Kippling von Die Linke in Frankenthal vertieft ich meine Grundlagenkenntnisse zum BGE und zur Sichtweise der Linken auf das Thema. Bei einer Veranstaltung der Architektenkammer von Rheinland-Pfalz in Mainz bekam ich Einblick in die Auswirkungen von innerstädtischen Einkaufszentren und speziell auch in die Vorgehensweise des Investors ECE. Das hat mir in den Aktionen zur Bürgermitbestimmung bei den Vorhaben von ECE in Rheinland-Pfalz sehr geholfen. Treffen und Aktionen. Den Stammtisch in meinem Kreisverband habe ich regelmäßig besucht, ebenso wie dessen Kreis Parteitag. Darüber hinaus habe ich mich um einen engen Kontakt zu nähergelegenen Kreisverbänden und Regionalgruppen bemüht und sie besucht, zum Beispiel in Mainz und am Infostand in Kaiserslautern. Aber auch überregional pflegte ich Kontakte, beispielsweise auf der Präsenzsitzung unseres Bundesvorstandes in Frankfurt, auf dem Landesparteitag der Hessen in Rüsselsheim und auf der Wahlparty in Esslingen. Na, okay, das musste sein. Bei der Verteilung der Kinderliederbücher versorgte ich die Kindergärten in Frankenthal und Umgebung mit den gemeinfreien Werken. Kommunalpolitische Arbeit mit einer Flugblattaktion und noch zwei Treffen der Bürgerinitiative in Bobenheim-Roxheim fand die Auseinandersetzung und den unerwünschten Abriss einer Sporthalle meiner Nachbargemeinde einen gewissen Abschluss. Meine kommunalpolitischen Aktivitäten konzentrierten sich zunehmend auf die kritische Begleitung der Aktivitäten des Investors ICE in Mainz, Kaiserslautern und Koblenz. Vor allem in Mainz bildete sich eine starke bürgerliche Bewegung mit breiter Unterstützung durch die Architekten und Einzelhandelsorganisationen, aber auch der Kirche. Diese Bewegung mündete in der Gründung einer Bürgerinitiative, bei der ich mich durch zahlreiche Besucherinnen derer Treffen einbringen konnte. Zurzeit bin ich dort im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit zuständig für die Darstellung der Kommunikation und die Recherche der Bürgerinitiative im Internet. Dadurch erhalte ich konkrete Gelegenheit, Erfahrungen in der Durchsetzung des Informationsfreies Gesetzes zu sammeln. Also da will ich jetzt gerade noch mal was einschieben. Wollte natürlich ein paar Informationen haben, auch von der Mainzer Verwaltung. Und das Erste, was sie gemacht haben, wie ich da angefragt habe, sie haben einfach nicht geantwortet. Und das läuft jetzt immer noch. Ich habe also schon zwei, drei E-Mails geschrieben. Das lasse ich jetzt langsam immer weiter eskalieren. Sie haben bis heute noch nicht geantwortet. Als nächstes schreibe ich dem Oberbürgermeister. So, Außendarstellung. Die Flugblattaktion des Kreisverbandes Rheinpfalz in Bobenheim-Roxheim zum Thema Transparenz und Mitbestimmung fand in der Lokalredaktion der Rheinpfalz so viel Aufmerksamkeit, dass sie in einem ausführlichen Bericht ihrer Lokalseite über meine Arbeit und die Ziele der Piratenpartei berichtete. Auf einer Vorstandssitzung des Stadtverbandes Die Linke in Mainz konnten Roman und ich als Gast teilnehmen. Das Interesse war sehr groß, was und wie die Piratenpartei arbeitet und welche Positionen wir zu bestimmten Themen einnehmen. Bei angeregten Diskussionen konnten wir unsere Positionen transportieren. In Neustadt luden die Grünen und Grünen zu einem Vortrag Internet und Demokratie ein. Den ich zusammen mit Roman und einigen Piraten aus Neustadt besuchte. Auch hier konnten wir in einer angeregten Diskussion unsere Inhalte vermitteln. Programmatische Arbeit. Als Vertreter einer vorsichtigen, schrittweisen, programmatischen Öffnung unserer Partei nahm ich an einem zweitägigen Treffen der Arbeitsgemeinschaft Sozialpiraten in Nürnberg teil. Dort arbeiten wir an konkreten Umsetzungsmodellen zum bedingungslosen Grundeinkommen mit durchgerechneten Modellen. Das Ziel ist, einen Antrag zur Programmerweiterung auf dem übernächsten Bundesparteitag zur Sozialpolitik zu stellen. Im Landesverband verfolge ich diese Ziele ebenso wie Stellungnahmen zur Außenpolitik bis jetzt gerade zum Schluss des Euros. So, das war's. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich danke auch. Ja, ich wollte noch kurz anmerken, ob es noch Fragen gibt. Ja, ja, ich danke auch. Du bist hoffentlich zu Recht politischer Geschäftsführer und es ist erstaunlich, was man so in drei Monaten alles machen kann. Ja. Könnt ihr ruhig applaudieren. Ja, gibt's noch Fragen? Aussprache ist jetzt angesagt. Gibt's Fragen zum Tätigkeitsbericht von Ingo? Ja, das ist nicht der Fall. Dann bist du mit Dank entlassen. Dankeschön. Wir kommen dann zum Beispiel zur Benjamin. Jawohl, leg los. Ja, ich möchte es kurz machen. Ich habe an den meisten Sitzungen des Landesvorstandes teilgenommen, außerdem mit dem Urlauber, bei einigen von ihnen Protokoll geführt, in der AG Presse mitgearbeitet, verschiedene Termine im Kreisverband Trier sowie bei der Freiheit-Stadt-Angst-Demonstration in Luxemburg wahrgenommen, gemeinsam mit einigen Mitgliedern unseres Kreisverbandes verschiedene Ideen zur Koordination des LV gemeinsam erarbeitet, die in der Zukunft weiter ausgearbeitet werden und zuletzt an verschiedenen Anträgen für diesen LPT inhaltlich gearbeitet. Gibt es Fragen an Benjamin? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, freuen wir uns auf deine Anträge. Genau, die Antje, seht ihr die schon zurück? Dann würde ich vorschlagen, ziehen wir den Bericht des Landesfinanzausschusses vor. Wer ist da der? Wer hat den Hut auf? Landesfinanzausschuss wurde hier eingefügt, dass ein Bericht stattfinden soll. Naja, Unlust zählt nicht. Auch die frühe Morgenstunde nicht. Also, muss der Landesfinanzausschuss sich jetzt bitte zum Mikrofon quälen. Das Leben ist eins der härtesten. Gut, es wird noch kurz eingepegelt. Wir machen dann wie folgt weiter. Wenn die Antje noch nicht da ist, dann würde ich dem René kurz das Wort geben für ein Begrüßungswort des Bundesvorstandes. Das gehört sich so. Hat da noch jemand andere Gäste entdeckt? Irgendeiner hierarchischen Ordnung? Vorstand, der Bischof oder dergleichen? Nicht der Fall. Dann, wir können natürlich auch die Presse begrüßen. Wir begrüßen eigentlich jeden, der anwesend ist, weil wir nett sind. So, jetzt wäre ich noch darauf hingewiesen, alle neuen Mitglieder begrüßen wir natürlich auch. Und da es da noch eine Frage gibt, erwähne ich die mal nebenbei. Der Landesvorstand hat die natürlich formal aufgenommen und dass sie auch stimmerechtig sind. Nicht, dass das da irgendwelche Irritationen gibt. Gibt auch einen Beschluss dazu. Der wird dann dem Protokoll angehängt. Und gut, ich übergebe mich an René. Danke. Schönen guten Morgen zusammen. Ich bin ja gern Lückenfüller, deswegen stehe ich jetzt hier oben und versuche die Zeit zu überbrücken. Der letzte Landesparteitag, auf dem ich war, das war der Landesparteitag in Sachsen-Anhalt. Da habe ich auch gesprochen. Und zwar als Vertreter des Vorstandes der größten Partei unter den Kleinen. Und jetzt, zwei Wochen später, siehe da, stehe ich hier als Vertreter des Vorstandes der kleinsten Partei unter den Großen. Vielen Dank dafür. Was unsere Berliner Kollegen hingelegt haben, ist erste Sahne. Und das zeigt auch ganz gut, welchen Handlungsbedarf wir in der Republik haben. Und genau dafür sind wir ja angetreten. Ich finde es etwas vermessen von den etablierten Parteien, heute anzutreten und zu sagen, das sind ja nur Protestwähler. Jawohl, das sind Protestwähler, weil es so nicht mehr weitergehen kann. Insofern freut es mich besonders, hier heute zu sein. Erstens mal ist es mein erster Besuch in Andernach. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Städtchen. Sollte man auf jeden Fall kennengelernt haben. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich eine leichte Durststrecke hatten in den letzten Monaten. Das politische Geschäft ist etwas zäh. Wir hatten einige Bereinigungen in den Mitgliederzahlen, bedingt durch Beitragsausfälle und sonstiges. Aber seit der Berlin-Wahl, seit zwei Wochen, haben wir einen kontinuierlichen Anstieg zu verzeichnen. Und wir sind mittlerweile bei Zuwachsraten zwischen 10 und 20 Prozent, je nach Landesverband. Das ist eine ganz großartige Geschichte für uns, für unsere Ziele. Und das gibt uns auch einen ganz deutlichen Auftrieb. Für uns interessant wird es 2013 zur Bundestagswahl. Und insofern ist es schön, dass wir aus den, oder früher, ja. Insofern ist es schön, dass wir in den letzten Umfragen bundesweit bei sieben Prozent liegen. Und heute steht es auch zum ersten Mal in der BAMS. Jetzt kann man natürlich geteilter Meinung sein über die BAMS, aber es ist immer noch die Sonntagszeitung mit der größten Reichweite in Deutschland. Und wenn dort drin steht, sieben Prozent, dann sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei euch allen bedanken. Das ist eine ganz großartige Leistung. Und ich möchte euch aber auch auffordern, nicht nachzulassen, sondern jetzt verstärkt daran zu gehen, die Bürger zu informieren. Der Bedarf für ein verändertes politisches Handeln ist da und den können wir bedienen. Und das müssen wir den Leuten sagen. Der Wahlkampf in Berlin hat gezeigt, dass es sehr gut bei den Bürgern ankommt, wenn wir vor Ort auf Infoständen oder in den Gesprächen auf der Straße auf diese Themen eingehen, die Fragen annehmen und versuchen, Lösungen zu finden. Und das sollten wir hier auch weitermachen in Rheinland-Pfalz. Insofern vielen Dank für das bisherige Engagement und gutes Gelingen für die nächsten Jahre. Danke. Der Landesfinanzausschuss begibt sich zum Mikrofon. Jo, oha. So, also der Landesfinanzausschuss hat am 29. September getagt. War auch nur ganz kurz. Wir haben die Rechenschaftsberichte angesprochen, den Stand dazu von Kreis und Land. Wir haben über die Parteienfinanzierung gesprochen, das ist ja jetzt eine Vorauszahlung eingetroffen. Dann haben wir besprochen, dass eine neue Buchhaltungssoftware eingeführt wird. Dann haben wir über die Neubesetzung des Landesschatzmeisters besprochen. Ich stelle mich da gleich zur Wahl. Dann die Finanzplanung nächst unter Entgliederung besprochen. Die Kontoständer sind im Protokoll vermerkt. Und Fragen zur Buchhaltung gab es nicht und sonstiges auch nicht. Und das war es dann auch schon. Ein übersichtlicher Bericht. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Offensichtlich nicht. Ich danke trotz der frühen Morgenstunde und erwähne noch der Vollständigkeit halber, dass die Akkreditierung um 10.55 Uhr wieder aufgenommen worden ist. Ja, dann haben wir natürlich die übliche Hänger. Den würde ich gerne damit beschließen. Entweder machen wir jetzt eine Essensbestellung, die ja auch noch gemacht werden muss. Dann würde ich die Versammlung jetzt mal für eine Viertelstunde unterbrechen wollen. Oder es gibt jetzt noch aus der Mitte der Versammlung einen Redebeitrag. Gut, dann unterbrechen wir die Versammlung für die allgemeine Essensbestellung bis 11.30 Uhr. Das Präsidium braucht noch so eine Karte fürs Mittagessen nachher. Wir machen die Mittagspause, habe ich gerade mühselig verhandelt, um 13.30 Uhr. Das heißt, wir haben so zwei Stunden. Dankeschön. Das ist ein Service, damit wir hier nicht verhungern. Und ihr seht zu, dass ihr eure Essensbestellung hinbekommt, sonst seid ihr nachher hungrig, weil die Küche nichts liefern kann. Wir haben den Bericht des Landesfinanzausschusses als letztes hinter uns gebracht. Wir kämen jetzt nach wie vor noch zu dem Bericht der Schatzmeisterin. Die ist aber noch durch die Rechnungsprüfung etwas verhindert. Offensichtlich gibt es da noch einen kleineren Klärungsbedarf. Das ist üblich bei Finanzsachen, das geht ja immer um die Kohle. Und mir wird angezeigt, dass wir in zehn Minuten das fortsetzen können. Damit wir nicht arbeitslos sind, würde ich vorschlagen, das können wir machen, sofern kein Kandidat für den Schatzmeister oder die Beisitzer zum Ersatzschiedsrichter kandidieren möchte, könnten wir diese Wahl vorziehen. Dann haben hier nämlich alle Leute mal was zu tun. Und es kommt ein bisschen Leben in die Bude. Und wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich es machen. Dann müssen wir noch einen Tagesordnungspunkt vorher einführen. Erstmal würde ich fragen wollen, mein Bild, wollen wir das jetzt vorziehen? Dann mal Stimmkartchen hoch. Ihr müsst jetzt eure Stimmkarte hoch machen, damit ich was sehe, und zwar so, dass ich sehe. Ich bin alter Mann, ich habe auch schlechte Augen. Dankeschön, Gegenprobe. Gut, dann ist das Meinungsbild positiv. Dann haben wir einen weiteren Tagesordnungspunkt, der mir angezeigt wurde, nämlich der Bericht des ehemaligen Landesschiedsgerichtes. Da gibt es auch jemanden, der den vortragen könnte, weil der offensichtlich bei der letzten Wahl versäumt worden ist. Und um die Sache korrekt zu machen, würde der gehalten werden. Die möchte ich aber vor der Wahl zu den Ersatzschiedsrichtern haben. Wenn wir das so machen, dann müssen wir über die Änderung der Tagesordnung abstimmen. Das wäre dann Tagesordnungspunkt 7a, Bericht des alten Landesschiedsgerichtes. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Ich sehe keinen. Dann bitte ich um Abstimmung. Wer dafür ist, den Tagesordnungspunkt 7a, Bericht des alten Landesschiedsgerichtes, einzufügen, um das Kartenzeichen. Ich muss keine Geschäftsordnungsanträge stellen. Also nochmal, wer da für die Einführung des Tagesordnungspunktes 7a, Bericht des alten Landesschiedsgerichtes ist, möge bitte seine Karte heben. Gegenprobe. Enthaltungen. Dann ist das mehrheitlich bei einigen Enthaltungen so beschlossen. Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt 7a jetzt aufrufen wollen, damit wir was zu tun haben. Und denjenigen, die diesen Bericht halten wollten, bitte ans Mikrofon halten. Du sagst auch, wer du bist für das Protokoll. Hallo, ich bin Erik Scheunemann, der Vorsitzende des aktuellen Landesschiedsgerichts. Am 25.02.2011 wurde das neu gewählte Landesschiedsgericht gebeten, einen Bericht zur Arbeit des vorhergehenden Landesschiedsgerichts zu erstellen. Dieses wurde auf dem Landesparteitag 1.2010 am 21.02.2010 in Neuhofen gewählt. Es bestand aus fünf Richtern und zwei Ersatzrichtern. Der Eingang einer Klage wurde vom ehemaligen Vorsitzenden bestätigt. Die Klageschrift trägt das Datum 4. März 2010. Im Laufe des Jahres 2010 sind dem Anschein nach zwei Schiedsrichter von ihren Ämtern zurückgetreten. Die Ersatzrichter wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Der zweite Ersatzrichter entdeckte Anfang Februar 2011, dass beide Ersatzrichter am 18.11.2010 auf der Wiki-Seite des Landesschiedsgerichts als Richter eingetragen wurden. Er informierte den Landesvorstand und setzte sich unmittelbar mit dem vorsitzenden Richter in Verbindung, um die Unterlagen zu laufen und ein Verfahren zu erhalten. Dieser Bitte wurde nicht entsprochen. Daraufhin versuchte der zweite Ersatzrichter, die Handlungsfähigkeit des Landesschiedsgerichts festzustellen. Neben dem vorsitzenden Richter und den beiden Ersatzrichtern meldeten sich bis zum 17.02.2011 zwei der ursprünglichen Richter, sodass fünf Richter zur Verfügung standen und die Handlungsfähigkeit des Gerichts prinzipiell gewährleistet war. Außer dem Vorsitzenden hatte scheinbar kein Richter Informationen über die anhängige Klage. Eine Dokumentation zum Verfahren existierte nicht. Der Mailverkehr des alten Landesschiedsgerichts wurde dem neuen Landesschiedsgerichts nicht zur Verfügung gestellt. Das Archiv der Mailingliste des Landesschiedsgerichts reicht nur bis zum November 2010 zurück und lässt keine weiteren Rückschlüsse zu. Die Klage konnte laut ehemaligen Vorsitzenden aus organisatorischen Gründen nicht bearbeitet werden. Darum ruhte die Klage Anrufung und es kam zu keiner Verfahrensaufnahme. Nach der Wahl des neuen Landesschiedsgerichts am 25.02.2011 gab der ehemalige Vorsitzende seinen Kenntnisstand, den neuen Vorsitzenden Erik Scheunemann, weiter und übergab im Laufe des März die Klageschrift im Original an das aktuelle Landesschiedsgericht. Weitere Unterlagen wurden dem neuen Landesschiedsgericht nicht zur Verfügung gestellt. Das war das, was wir als neues Landesschiedsgericht über die Arbeit des alten Landesschiedsgerichts herausfinden konnten. Und damit ist alles, was wir dazu sagen können. Danke, Erik. Gibt es dazu Fragen? Anmerkungen? Ja, es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Also, ich wiederhole mal die Frage für die Aufnahme. Hat sich daraus für den Landesverband irgendeinen Nachteil ergeben? Ich frage mich, was stand da? Soweit uns bekannt ist, hat sich daraus keinen Nachteil ergeben. Gut, ein eindeutiges Statement. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, rechts war noch was. Nein? Keine Frage noch. Ja, bitte. Ihr habt ja so ein Wartbloses-Dings. Das liegt da auf dem Tisch. Und schon kommt einer an den Platz. Danke. Kann das Landesschiedsgericht das aktuelle in der Empfehlung abgeben an den Landesparteitag, wie man zukünftig solche Redaktionen vermeiden kann? Wir können leider momentan keine Empfehlung dazu abgeben. Es ist, wenn irgendwo Arbeit nicht gemacht wird, kann man da nicht viel dran ändern. Das ist einfach... Das ist ja irgendwie ein Single Point of Failure, der da... Genau, da ist an einem Punkt hängen geblieben. Und wir sind derzeit dabei, das alles aufzuarbeiten und nachzuholen. Okay, vielen Dank auch für eure Arbeit. Vielen Dank ich auch. Hast du einen Applaus? Gut, vorne steht ein Kamerateam des WDR. Da will ich nur kurz was zu sagen. Das Kamerateam ist angewiesen worden, um eine Totale zu filmen. Das heißt, die werden von vorne filmen. Wer nicht möchte, dass er aufgenommen wird, also Porträtaufnahmen sind nicht erlaubt. Wer nicht möchte, dass er aufgenommen wird, bitte an die ersten beiden Tische sich setzen oder einfach wegdrehen. Das ist also dann kein Problem. Bloß die möchten natürlich ein bisschen Atmosphäre vor dem Landesparteitag einfangen. Und wir sind ja noch ganz vernünftig heute. Gut, es gibt noch eine Frage, bevor ich diesen Tagesordnungspunkt abschließe. Gerne. Ja, stell deine Frage, Imo. Ja, also ich wollte gerade noch mal kurz zu ergänzen zu deiner Frage. Nach meinem Kenntnisstand wurde da auch seitens des Bundesschiedsgerichts reagiert, in dem die die Möglichkeit haben, einen Fall, der länger als drei Monate ruht oder nicht vorankommt, an sich zu ziehen. Also von daher ist da schon auch von der Seite her, wird dagegen gesteuert. Genau, also wenn eine Klage länger als drei Monate ruht, dann kann dagegen Beschwerde eingelegt werden. Und dann wird durch das Bundesschiedsgericht geprüft, ob da Vorwärtskommen vorhanden ist. Und wenn das nicht ist, dann wird der Fall ans Bundesschiedsgericht übertragen. Ja, das kann es förmlich an sich ziehen, das ist ja der neuen Schiedsgerichtsordnung geschuldet. Das ist eigentlich ganz gut so, dass die vernünftig ausgearbeitet worden ist. Und wenn es da noch, die ist sozusagen in der Evaluationsphase, wenn es da noch Dinge gibt, die klemmen, dann kann man das auch beim nächsten Bundesparteitag nachbessern. Der wichtige Teil ist, wir sind da jetzt handlungsfähig geworden. Und das ist auch schon eine sehr schöne Sache. Gibt es noch weiteren Aussprachebedarf zu diesem Tagesordnungspunkt 7a? Dann schließe ich den ab, komme zum Tagesordnungspunkt 8, den wir jetzt vorziehen. Nachwahl der Ersatzrichter. Wir brauchen zwei durch die Änderung der Bundesschiedsgerichtordnung. Der Ersatzrichter Ralf Risse ist, soweit ich das mitbekommen habe, zurückgetreten. Die müssen wir nachwählen und wir müssen auffüllen, weil die Bundesschiedsgerichtsordnung zwei Ersatzrichter vorsieht. Das ist auch sehr vernünftig, weil jede Partei einen als Befangen ablehnen kann. Und deswegen wäre es dann wieder sofort handlungsunfähig. Bevor ich noch zur Wahl komme, möchte ich den Landesvorsitzenden des Landesverbandes Hessen begrüßen. Thumai, du darfst dich ruhig zeigen, ihr dürft auch gerne applaudieren, dass er hier ist. Dann muss auch mal sein. So, dann würde ich mich übergeben an den Wahlleiter, der jetzt die Wahl der Ersatzrichter leitet. Also, wir müssen zwei Ersatzrichter wählen. Gibt es Kandidaten? Wir brauchen zwei. Also, wir gehen hier nicht weg, ohne dass zwei gewählt werden. Da hinten, Stefan. Wer noch? Du kannst schon mal vorkommen. Also, wir brauchen noch einen. Ob irgendjemand, der noch nicht im Vorstand ist? Da ist noch eine Meldung. Ja, bitte, komm. Sonst noch Kandidaten? Okay, dann übergebe ich erst mal das Mikrofon. Stellt euch bitte vor, mit Namen und kurzen Abriss, was ihr so treibt. Okay, mein Name ist Stefan Kornberger. Ich bin seit, wie viele, 2009 bei den Piraten. Und, ja gut, Ersatzrichter ist jetzt, glaube ich, nicht so das große Ding. Das kriege ich schon hin. Ich bin René Pickert, immer noch Mathematiker. Bin erst neu in der Piratenpartei, weil ich zwei Jahre in China gewohnt habe und deswegen viel hier verpasst habe. Und ich würde mich gerne aktiv beteiligen und denke, das ist eine Sache, wo man schon mal einen Anfang machen kann. So, gibt es dazu Ausprachbedarf? Ja, also, hat jemand noch Fragen an die Kandidaten? Gibt es noch weitere Kandidaten? Nein? Nein? Dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste und bitte, wenn auch immer dafür vorgesehen ist, Wahlzettel auszudrucken. Danke. Gut. Während dieser leicht verpennten Aktion, die wird aber jetzt mit Hochdruck ausgeführt, gebe ich noch einen kleinen rechtlichen Hinweis. Der René Dickert ist zurzeit Rechnungsprüfer. Das ist aber ein Parteitagsamt, was aufgehoben oder seine Bedeutung verliert, wenn der Parteitag geschlossen ist. Er ist dann auch nicht im Amt als Schiedsrichter, sondern als Ersatzschiedsrichter, also es ist die Wahl zulässig. Er ist dann auch nicht im Amt als Schiedsrichter, also es ist die Wahl zulässig. Er ist dann auch nicht im Amt als Schiedsrichter, also es ist die Wahl zulässig. Er ist dann auch nicht im Amt als Schiedsrichter, also es ist die Wahl zulässig. Er ist dann auch nicht im Amt als Schiedsrichter, also diese Wahl zulässig. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du bereit? Ach. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt Anja hier, die jetzt ihren finanziellen Tätigkeitsbericht abhalten kann, den ich hier mit aufrufe. Wir springen kurz zurück zum Tatsordnungspunkt 5, Bericht der Schatzmeisterin. Geh ans Mikro, bitte. Und ich bitte um etwas Ruhe im Saal. Ich weiß, eine Kamera ist sehr aufregend, ich bitte auch auf der rechten Seite von mir aus gesehen um Ruhe im Saal. Danke. Ja, genau. Und ich habe gesagt, dass ich das längerfristig machen kann, dass ich das längerfristig machen kann. Und natürlich auch an den Vorstandssitzungen. Und ich habe auch was die neue Ludwig, auch was die neue Ludwigstraße, auch was die neue Ludwigstraße ECE in Mainz angeht. Und ich habe da im Wiki mitgewirkt. Und ich habe da im Wiki mitgewirkt, da habe ich da mitgearbeitet und so weiter. Das ist soweit mein Tätigkeitsbericht für diese Zeit. Dankeschön. Danke auch für die nicht ganz wenige Arbeit. Es ist ein ziemlich aufreibender Job beim Schatzmeister und das sollte man hier und wieder auch würdigen. Das ist gerade bei unseren Parteifinanzen sehr penibles Arbeiten angesagt. Und wir hatten ja in der Vergangenheit allgemein ein bisschen Schwierigkeiten, das in eine geordneten Bahn zu fließen, zu lassen. Wir haben ja auch Reni da, der auch eventuell, wenn da noch Bedarf besteht, ein bisschen was zu sagen kann, wie es jetzt zukünftig laufen wird. Es geht darum, gibt es noch eine Aussprache wäre jetzt hier, gibt es noch Nachfragen, Anmerkungen. Und dann Redebedarf zum Bericht der Landesschatzmeisterin. Letzte Möglichkeit. Keine Wortmeldung. Damit ist die Schatzmeisterin zunächst erstmal entlassen. Vielen Dank. Ja, gibst du zum Protokollanten bitte. Gut, dem schließt sich naturgemäß der Bericht der Rechnungsprüfung an. Da haben wir zwei, den Reni Dickert und den Fabian Kreidler. Einer von beiden müsste nach vorne. Die sind doch jetzt fertig, oder nicht? Die Kassenprüfer interessieren mich nicht, wenn die interessiert der Bericht der Rechnungsprüfer. Die Kassenprüfer machen jetzt eine Prüfung? Nein, doch erst genau sind fertig. Na, ist doch wunderbar. Dann können die Kassenprüfer auch gerne berichten. Das schieben wir jetzt einfach ein und dann kommen die Rechnungsprüfer hin daher und gut ist es. Also, wer ist von den Kassenprüfern in der Lage, einen Prüfungsbericht abzugeben? Dankeschön. Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. 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 . Vielen Dank. . Vielen Dank. 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 Hallo. 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 gehen lassen haben. Wie alle wisst, war Wahl in Berlin. Aber auch noch etwas anderes war zu dieser Zeit, in der ich und viele andere aus ganz Deutschland in Berlin waren und in der Zeit, als wir Berlin vollkommen auf den Kopf gestellt haben. Erstens war die Freistaat-Angst-Demo und der wir aus Rheinland-Pfalz ja ziemlich oft anreisen. Aber am gleichen Tag wie die Freistaat-Angst-Demo war noch etwas, nämlich der fünfte Geburtstag dieser Partei, nämlich der Piratenpartei Deutschland. Dürft ihr klatschen? An dieser Stelle möchte ich ein kleines Resümee ziehen. Was hat sich eigentlich in den fünf Jahren, in denen wir diese Politik in diesem Land schon aufmischen, eigentlich getan? Ich möchte jetzt natürlich keine fünf Jahre zusammenfassen, sondern eigentlich die letzten zwei Monate, das reicht eigentlich schon. Über 50.000 Unterzeichner haben sich in kürzester Zeit für die Petition gegen Vorratsdatenspeicherung gefunden. Und was sagt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Innenpolitik, Dr. Hans-Peter Uhl, dazu? Die Petitionsunterzeichner haben ein falsch verstandenes Freiheitsbild. Das war seine Reaktion. 50.000 Freiheitskämpfer haben ein falsch verstandenes Freiheitsbild, weil sie nicht möchten, dass all ihre Telekommunikationsdaten gespeichert werden. Herr Uhl, Sie haben ein falsch verstandenes Weltbild. Herr Uhl, sind Sie noch zu retten? Ein anderes Beispiel. Siegfried Kauder, ich nenne ihn die Teflonpfanne der Union, weil ihm sicherlich nichts kleben bleibt, befürwortet, wie man hört, das Three-Strikes-Modell der französischen Regierung. Just vor ein paar Tagen kam heraus, dass er auf seiner eigenen Webseite Bilder verwendet, für die er keine Rechte besitzt. Und was war jetzt seine Reaktion darauf? Das hat gezeigt, dass das Warnmodell, und er meint hier Three-Strikes, funktioniert. Ach, und außerdem habe ich mir das Urheberrecht an den Bildern gesichert. Ja, sicher. Dieser Mann zeigt doch, dass er keine Ahnung von den Dingen hat, über die er hier Tag ein Tag ausredet. Ein letztes. Eben habe ich auf der Süddeutschen... Ja. Eben habe ich auf der Süddeutschen gelesen, dass die Occupy Wall Street Demonstranten, das sind die, die gegen dieses äußerst marode Wirtschaftssystem und gegen diese ganzen Milliardäre in den Vereinigten Staaten demonstrieren, nun von der Polizei von ihrem Demonstrationsort vertrieben werden. Übrigens auch Anonymous-Aktivisten. Dazu sagt man geräumt in der Fachsprache. Auf den Bildern sieht man, wie die Polizei Kinder in Handschellen und Kabelbindern abführt. Ja, was zeigt das? Das zeigt, dass die etablierte Politik es einfach nicht begriffen hat. Politik ist tagtäglich, wird uns... Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verraten. Tagtäglich liefert sie uns neue Munition. Es ist einfach gelogen, wenn gesagt wird, die Piratenpartei hat jetzt keine Themen mehr, über die sie hier reden kann. Die Piratenpartei kann sich jetzt eigentlich auflösen. Wir können zu den Grünen oder zu den Linken gehen. Das ist völliger Schwachsinn. Übrigens hat, was ich jetzt auch gelesen habe, Horst Seehofer in einem Zeitungsartikel geschrieben, dass er sehr viel Angst vor der Piratenpartei hat und deswegen die Studiengebühren in Bayern abschaffen möchte. Das ist unglaublich. Das ist ein Erfolg, den wir uns ohne jegliche Regierungsbeteiligung, ohne dass wir überhaupt Parlamenten sind, in Bayern natürlich zuschreiben können. Andererseits müssen wir trotzdem sagen, wir haben noch ein bildungspolitisches Programm, was nicht nur die Abschaffung der Studiengebühren umfasst, sondern noch viele andere Themen. Unser Ziel für dieses Jahr, für das nächste Jahr, also für 2013 dann natürlich auch, wird ganz klar der Bundestag sein. Ein Meilenstein auf diesem Weg ist die Wahl in Schleswig-Holstein, wo wir alle Energie reinstecken sollten und wir alle müssen unseren Teil zu diesem Traum beitragen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, unabhängig vom Bundesland und unabhängig von der Ideologie, die hinter jedem Einzelnen steht. Wir müssen programmatisch arbeiten. Berlin hat gezeigt, dass die Stimme an die Piratenpartei nicht verschenkt ist, dass die Stimme an die Piratenpartei nicht im Gulli ist, wie Herr Westerwelle so schön gesagt hat. Und es hat gezeigt, dass wir ein Argument haben, was ihr übrigens auch euren Großeltern dann sagen könnt, wenn ihr mit euren Großeltern redet und sagt, ja, wählt doch doch mal die Piraten, die Stimme zählt dann auch tatsächlich. Wir haben genügend Themen, das ist ganz klar. Uns wird jeden Tag neue Munition geliefert. Auch unsere Jugendorganisation, für die ich ja hier gerade spreche, die jungen Piraten, werden ihre Mutterpartei natürlich tatkräftig unterstützen. Zu guter Letzt habe ich noch zwei positive Nachrichten, das hat der Redner aber eigentlich schon vorweggenommen. In der Mnit-Umfrage und in der Forza-Umfrage sind wir jetzt bundesweit bei sieben fucking Prozent. Ja, was sagt uns das? Das sagt natürlich, dass wir von der Berlin-Wahl außerordentlich profitieren, dass wir aber auch in anderen Bundesländern wunderbare Pressearbeit leisten. Das müssen wir bis 2013 weiterführen und bis zur Schleswig-Holstein-Wahl. Dieses Medienecho bringt uns den gewünschten Erfolg und auch die Arbeit, die wir leisten, bringt uns den gewünschten Erfolgen. In diesem Sinne, Fick-Ja-Piraten. Vielen Dank, jetzt seid ihr alle wach und habt alle wieder Lust auf Piraten. Kamolita hat in seiner unnachahmlichen Art gesagt, was uns alle bewegt. Das finde ich einen sehr netten Zucht von dir. Haben wir denn schon ein Zählergebnis oder warten wir noch 30 Sekunden? An die Gastronomie. Ein kleiner Hinweis, wir sterben vor Durst. Vielleicht ein Gläschen Wasser. Dankeschön. Zwei Sterben vor Durst. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, wie geht es weiter? Draußen wird noch fleißig gezählt. Das ist gleich fertig, denke ich mal. Die Rechnungsprüfer müssten dann ihren Bericht abgeben. Ihr seid fertig. Eine Erlösung. Du bist bereit, ihn vorzutragen. Ja, einer reicht. Einer reicht. Gut, dann schwenken wir um auf den. Wir haben einen Habemus Ersatzgerichtsrichter. Dann gehst du kurz, damit wir es nicht ganz durcheinander bringen, kurz an das Mikro mit dem Wahlergebnis. Okay, ich darf kurz um Aufmerksamkeit bitten. Wir haben ein Wahlergebnis. Ja, auf Stefan sind 55 Ja-Stimmen entfallen, eine Nein-Stimme, drei Enthaltungen. Auf René sind 53 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen und eine gültige Stimme entfallen. Stefan, nimmst du die Wahl an? Ja. René, nimmst du die Wahl an? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, Habemus Ersatzgerichtsrichter. Jetzt kommt der Bericht der Rechnungsprüfer dran. Ja, wir haben kurz stichartig die Überweisung und Kontostände geprüft und können den Bericht der Kassenprüfer nur bestätigen. Das war's. Nein. Und wir beantragen die Entlastung des Vorstandes. Gut, dann ist jetzt wieder der Wahlleiter dran, der die Entlastung leitet. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können den Vorstand gesamt entlasten mit einem Abstimmung. Wir können auch Einzelentlastung machen. Du müsstest jetzt erstmal ein Meinungsbild einholen, ob Einzelentlastung gewünscht ist. Okay, dann bitte ich um ein Meinungsbild. Wollen wir eine Gesamtentlastung, dann bitte jetzt die Karte heben. Okay, dann die Karte jetzt heben, wenn man Einzelentlastung haben möchte. Einer? Nein, keiner? Okay, dann wollen wir den gesamten Vorstand entlasten. Dann bitte ich um das Votum. Wer ist dafür, den gesamten Vorstand zu entlasten. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Okay, mit zwei Enthaltungen. Drei wird der Vorstand entlastet. Wir haben das hinter uns gebracht, weil, was bedeutet das? Wir können jetzt die Nachwahlen durchführen, auf die wir alle schon so lange warten. Wenn es euch ein bisschen zu durcheinander geht, wir versuchen das nur zügig abzuwickeln, damit wir auch nachher genügend Zeit für Satzungs- und Programmanträge haben, vor allem für Programmanträge und Positionspapiere und ihr nicht genervt wird mit diesem ganzen Formalfu, aber der Formalfu muss leider sein. Wir steigen jetzt ein, das Protokoll, in Tagesordnungspunkt 6, Nachwahl des Schatzmeisters. Der Wahlleiter ist gerade nicht da, das macht aber überhaupt nichts. Dann brauchen wir Kandidaten dafür. Wer möchte denn? So, ich sehe Sebastian. Werft ihr das an den Beamer bitte dann? Und gibt es noch weitere Kandidaten für den Schatzmeister? Na ja, ein bisschen demokratisch muss das schon sein. Keiner traut sich keiner, oder was? Kampfkandidatur? Gab's noch nie. Gab's noch nie, ihr seid euch einig. Okay, übrigens, weil ich ihn gerade sehe, ich begrüße natürlich auch den Landesvorsitzenden des größten Landesverbandes Bayern, Seko oder Stefan Kahn. Okay, your turn. Hallo, mein Name ist Sebastian Graz, ich bin 23. Ich war bis gestern zwei Jahre lang Kreisschatzmeister in Trier. Ich stelle mich jetzt hier zur Wahl, weil ansonsten wird es ja keiner mehr machen. Ja, das Lachen, ja, gefällt mir jetzt nicht so wirklich, aber gut. Ich weiß, was als Landesschatzmeister für einen Haufen Arbeit auf mich zukommt. Ich kann das machen. Ich bin dann leider nur nicht mehr so wirklich in der Lage, sowas wie Homepage zu machen, die ich eigentlich mitbetreut habe, also Piraten-LP. Müsste man dann gegebenenfalls noch Verstärkung suchen. So, ansonsten gibt's Fragen? Also Aussprache, weitere Fragen an den Kandidaten? Gibt es eine Frage? Ja, bitte. Ja, die ist geregelt. Der sitzt hier. Da hinten sitzen meine beiden Kassenprüfer, die können bestätigen, dass ich gestern alles überhaupt habe, dass alles da war. Es scheinen die formalen Verrufssitzungen erfüllt zu sein, denn Wahlleiter schreite zu deinem Amte. Gibt es noch Kandidaten? Wenn nicht, dann schließe ich jetzt die Kandidatenliste und wir schreiten zum Ausdrucken der Wahlverfahren. Gut, ich erkläre, oder willst du das Wahlverfahren nochmal erklären? Dann ist es ja eine Einzelwahl. Also wir machen das jetzt eigentlich wie eben auch. Wir drucken einen Wahlzettel aus mit Ja, Nein, Enthaltung. Bitte nur ein Kreuz. Wenn kein Kreuz da ist, wird es eine ungültige Stimme sein. Also bitte darauf achten, Ja, Nein, Enthaltung. Bitte die Zettel falten und wir müssen die mehr, ja, mehr als 50 Prozent müssen ihn wählen. Dann ist er gewählt. Also korrekt aus der Satzung. Ein Kandidat wird mit absoluter Mehrheit der sich nicht enthaltenen Abstimmungen gewählt. Ganz spannende Regelung. Ich bitte nur für die Wahlhelfer und den Wahlleiter, dass ihr die anderen Stimmzettel irgendwo wegpackt und versiegelt, dass sie nicht durcheinander kommen. Okay, Dankeschön. Manche Bemerkung mache ich auch ganz einfach fürs Protokoll. Nicht, dass du denkst, ich denke, du machst deine Arbeit nicht, ja. Unfallverhütungsvorschriften werden hoffentlich beachtet. Fürs nächste Mal würde ich einen organisatorischen Vorschlag machen, dass ihr einfach Stimmzettel vorbereitet. Und das klappt ja sogar beim Bund. Im Bundesparteitag, dann könnt ihr denjenigen gleich mit der Akkreditierung die Dinge in die Hand drücken. Dann kann man das mit Nummern bezeichnen und dann werden die Nummern angekreuzt. Und es erfolgt schon die Austeilung der Stimmzettel. Es besteht also kein Grund zur Aufruhr. Rechts und links und das Präsidium wird auch nicht vergessen. Vielen Dank. Danke. 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 Hat jeder einen Stimmzettel? Braucht noch jemand einen? Ist noch jemand draußen, der noch einen Stimmzettel braucht? Okay. Haben alle ihre Zettel, ihre Stimmzettel? Der Benjamin Pratz möchte mal gerne zum Protokollanten kommen. Okay, danach öffne ich den Wahlgang. Die Wahlhuhr ist leer. Okay. 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 Wieder die kleine Ermahnung. Während der Wahl sind keine Aufnahmen zulässig. Okay. Vielen Dank. 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 haben in der Piratenpartei und dann habe ich gedacht so, wow, du bist da so ein kleines Teil von, ein Teil, ein winziges Teil, aber du bist ein Teil davon und das finde ich toll. Und dafür wollte ich an der Stelle allen Piraten, die sich ehrenamtlich mit so viel Engagement, Idealismus und Leidenschaft für die Sache einsetzen, danken. Und dann kam dann auch der Entschluss zu sagen, okay, dann musst du dann doch auch mal gucken, dass du dich irgendwie energierst und einbringst, habe mich selber gefragt, was mache ich denn so, wo kann ich vielleicht einen Beitrag leisten, als freier Musikschaffender ist das Thema Urheberrecht für mich natürlich total interessant und habe dann festgestellt, dass es doch da Erklärungsbedarf gibt. Also viele Leute denken, ich habe illegal irgendwas aus dem Internet runtergeladen und dafür werde ich dann vom Kauder sofort disqualifiziert. Dem ist ja teilweise nicht so. Also als Urheber, ich will das jetzt nicht in irgendeine Diskussion ausatmen lassen, ich will das nur mal fürs Verständnis rüberbringen, als Urheber hat man in Deutschland so viele Probleme mit der GEMA, mit der AG Wort, mit der GVL, das ist unfassbar und man muss ja wirklich schon so ein bisschen im Alltagsgeschäft drin sein, um einige Sachen nachvollziehen zu können. Ich persönlich kann meine GEMA-Abrechnung bis heute noch nicht nachvollziehen. Ich gucke dann, wenn die kommt, unten rechts, aha, ich kriege Geld, danke. Aber wofür, weiß ich auch nicht. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Soll ich ganz ehrlich, wie das ist? Und ich kenne auch keinen, der das kann. Ich bin 44 Jahre alt, habe mir überlegt, als Beisitzer kann ich da mal so ein bisschen schön reinschnuppern, was die Vorstände so machen. Dann habe ich geguckt, was macht eigentlich ein Beisitzer? Und dann habe ich mir die ganzen Tätigkeitsberichte angeschaut und ich denke, Beisitzer ist natürlich immer eine Sache des persönlichen Einsatzes, was will man machen, wo will man seine Schwerpunkte legen, wie spreche ich das mit dem Landesvorstand ab? Und falls ich gewählt werden sollte, denke ich mal, wenn man da das eine oder andere Schwerpunktmäßig natürlich auch in Koblenz bewegt bekommt. Vielen Dank. Danke auch. Du hast drei Minuten gehabt. Es gebe ich, nee, das hast du das Zeitmaß vorher gegeben. Die kriegen die anderen natürlich auch. Hallo, Tag zusammen. Mein Name ist Flavio, wie eben schon gesagt. Und ich komme ursprünglich aus Köln, wohne seit 17, 18 Jahren in Trier. Janiello. Vater ist Italiener. Ich bin 40 Jahre alt und war bisher 25 Jahre in der CDU und jungen Union. Keine Flaschen. Ja, die letzten zehn Jahre war ich halt nicht mehr aktiv und es hat auch sicherlich... Die CDU war auch nicht eine Identifizierungsproblematik mit sich gebracht. Und deswegen war mir halt auch die Piratenpartei sofort sympathisch. Vor allen Dingen auch mit den Zielen. Ja, also ich bin gegen Lobbyismus, ich bin gegen Korruption, ich bin gegen Bevormundung, ich bin für Freiheit und für Transparenz. Und deswegen möchte ich mich auch gerne hier bei der Piratenpartei engagieren. Danke. Mein Name ist Georg Vetter. Ich bin Hochschuldozent für Medienmanagement. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Mitleid mit Volker Kauder. Also das kann schon mal passieren, dass man Urheberrecht und Nutzungsrecht verwechselt. Und Siegfried Kauder, herrlich. Also die ganze Kauder-Familie, alles aus dem Stamm mit Teflon, wie richtig gesagt wurde. Ich finde das schön, dass die etablierten Parteien Angst vor uns haben. Sollen Sie ruhig. Wenn man sich anschaut, wie die Grünen das unternommen haben. Wir haben 1980 zum ersten Mal kandidiert für den Bundestag, sind angetreten. 1983 waren sie drin. Und wenn man jetzt von 1980 aus rechnet, hat es 18 Jahre gedauert, bis sie mit in der Regierung saßen. Ich denke, das kriegen wir schneller hin. Ich bin sicher. Solltet ihr mir das Vertrauen geben als Beisitzer, dann werde ich mich dafür einsetzen, mehr Mitbürger aus der Fraktion der alten Säcke, zu denen ich mich ja selbst zähle, zu bewegen. Denn ich bin sehr froh, dass hier so viele junge Leute da sind, die sich für Politik interessieren. Das sehe ich in den Vorlesungen, die ich halte, nicht so. Die sind also seltener politisch interessiert. Ja, das war es zu mir. Dankeschön. Ich danke auch. Damit ihr euch jetzt Zeit habt, euch möglichst viele Fragen auszudenken und unsere Technik Zeit hat, die Namen aufzunehmen, gebe ich mal in Wahrheit, das Wort haben wir das Ergebnis verkündet. Okay. Die Wahl zum Schatzmeister ist folgendermaßen ausgegangen. Der Sebastian hat 53 Ja-Stimmen bekommen, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Somit ist er gewählt. Sebastian, nimmst du die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte jetzt gerne noch ein kleines Meinungsbild, wenn ich schon gerade am Mikro stehe. Und zwar haben wir jetzt drei Kandidaten für einen Posten. Ich möchte gerne jetzt wissen, ob wir eine Präferenzwahl haben, ob ihr eine Präferenzwahl haben wollt oder ob wir das anders machen. Also jeder nur eine Stimme. Präferenzwahl ist noch was anderes, aber Präferenzwahl, also es heißt so viele Stimmen wie Kandidaten. Entschuldigung. Nicht, dass wir hier verwirrt sind. Das ist hier, ihr habt keine feste Wahlordnung dafür, das ist die Frage, die dahinter steht, deswegen muss es entschieden werden. Bitte ruhe dahin. Okay, bitte um Stimmabgabe. Wer ist für Approval Voting? Wer ist für Einzelstimmen? Okay, dann würde ich sagen, sieht es nach Approval Voting aus, dann werden wir uns darauf entsprechend vorbereiten. Danke. Gut, die Kandidaten haben sich alle wieder verpflichtet, sowas nicht gemeint. Die sollen natürlich hier vorne bleiben, weil jetzt habt ihr die Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu stellen. Die Zeit dafür ist natürlich nicht begrenzt. Wenn das hier ausufert, müssen wir dann schauen, dass wir die Redeliste eingrenzen. Aber bis dahin lassen wir das mal so laufen. Ich denke, ihr wisst selber ganz genau, was ihr fragen wollt. So, dann haben wir erst mal Johannes. Habt ihr noch Fragen von mir? Hallo? Fragen zum Kandidaten Johannes? Du auch, oder was? Mich würde interessieren, wie du zum Thema Urheberrecht gehst. Wie siehst du die Forderung der Piratenprater zum Urheberrecht, wenn du selbst von der GEMA lebst? Naja, also erst einmal lebe ich nicht von der GEMA, dann wäre ich schon verhungert. Nur mal zum Verständnis. Wenn ich heute eine Filmmusik mache, dann, jetzt haben wir 2011, dann bekomme ich frühestens 2014 eine Abrechnung von der GEMA. Wie stehe ich zu dem Urheberrecht? Die Frage ist sehr gut, weil damit beschäftige ich mich ja selber dauernd. Manche Position mit der Piratenpartei ist mir einfach nicht weit genug gedacht. Das hat einfach den Hintergrund. Wenn ich als Illustrationsmusiker eine Musik mache, kann ich die ohne die GEMA nicht veröffentlichen. Das heißt, ich kann mein Werk nicht über einen Werksvertrag verkaufen. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, mal mir ein Bild, gebe ich dir 500 Euro für, mache ich das, gebe dir das Bild, ist das Bild dir. Das funktioniert bei der Musik nicht. Und das ist genau das Problem, weil der Produzent dann zu mir sagt, ich kann sowieso nichts an dem Werk erhalten, außer das Nutzungsrecht. Deswegen bezahle ich nur die Erstellung des Werkes, aber nicht meine Arbeit in dem Fall. Das ist keine, wie soll ich das erklären, das ist keine geistige Arbeit in dem Sinn, ich erfinde das ja nicht, sondern das ist Handwerk. Ich habe da eine Szene, Frau rennt durch den Wald schreiend und dann spiele ich da irgendwas. Und diese Problematik ist, so wie ich es gesehen habe, in der Piratenpartei nicht angekommen. Einfach, weil auch keiner da war, der das so sieht, der das so hat, diese Problematik. Okay, welche Forderungen würdest du daraus ableiten für uns und wie stehst du zu den aktuellen Forderungen, das Urheberrecht zu reformieren? Also kein Antwortfragespiel, bitte. Wir haben eine Frage gestellt, die ist beantwortet worden, jetzt kommen die nächsten Wortmeldungen und du kannst gerne nochmal eine Frage stellen. Da war recht, weil da war eine Wortmeldung und dann war da noch eine. Dankeschön. Ich habe auch eine Frage nochmal zu der Sache mit der GEMA. Ich sehe dich nicht, wo bist du? Hier, ich habe auch nochmal eine Frage zu der GEMA und zwar als Musikschaffender, bist du doch Mitglied in der GEMA und kannst dort auch zu den Jahresversammlungen geben und dich dafür einsetzen, dass dort die Verfahren anders sind und dort Politik betreiben. Ich möchte in Anbetracht der hier vorhandenen Presse das jetzt so nicht beantworten, weil ich will das ein bisschen nebulös erzählen. Wenn du auf so eine Versammlung gehst, dann sitzen da mehrere ältere Herren, die alle noch ihre Altenpflegerin dabei haben und es gibt Menschen, die haben sehr, sehr viele GEMA-Anteile. Die kriegen ihre GEMA-Abrechnung nicht in der Post, so wie ich, in einem dünnen Umschlag, sondern die kriegen einen Karton geschickt. Diese Leute haben genauso wenig Mitgestaltungsrecht, auch wenn sie in den Ausschützen sitzen, ich erzähle auch gerne, wer das hier in Rheinland-Pfalz ist, weil das schlicht und ergreifend einfach ignoriert wird. Die GEMA ist ein Laden, der ist vollkommen obsolet, der ist vollkommen nicht in der Zeit, verschließt sich aus lobbyistischen Gründen jeglicher Neuerung von außen. Ich will das aber jetzt hier nicht abbrechen, ich werde in zwei Wochen im Mambel, im dicken Engel darüber explizit Rede und Antwort stehen. Ich will das jetzt hier einfach nicht sprengen, wir reden über eine Beisitzerwahl. Also, ich kann mal noch gerne privat ansprechen, das ist kein Problem, weil zum Thema Urheberrecht will ich das jetzt hier nicht so, verstehst du wahrscheinlich. Okay, danke. Es ging ja auch gerade um die Frage, grundsätzlich wie du zum Urheberrecht stehst, das sehe ich ja auch zu geäußert, dann war da, glaube ich, noch in der Mitte eine Frage. Haben wir noch Fragen an den Kandidaten? Ja, von dir, Maik. Hauptsächlich zum Thema Urheberrecht, was du gesagt hast, was sind deine Ziele auf Landesebene? Weil Urheberrecht ist jetzt nicht unbedingt ein landespolitisches Thema. Ja, also meine Ziele auf landespolitischer Ebene habe ich auch schon mal im Wiki dargelegt. Wir arbeiten gerade an einem Konzeptpapier für eine Bürgerversicherung. Ich habe auch irgendwann mal was Richtiges gelernt und komme aus der Versicherungswirtschaft und kenne mich ja so ein bisschen aus. Und da sehe ich einen ganz, ganz dringenden Reformbedarf. Dann natürlich auch das mittlerweile schon fast totgeschlagene Pferd der Transparenz. Da haben wir auch ganz speziell in Koblenz Probleme. Geht um die Ausschreibungen für das Mittelrheinforum, die Buga. Aber da werden auch ganz lustige Dinge auf uns zukommen. Und da wird einfach, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, aber für mich sieht es so aus, dass der Stadtrat da in Koblenz sich ganz wild einen zusammenmauschelt. Der Angelo, der hat schon verschiedene Anfragen, auch öffentliche Briefe an die Koblenzer Stadtväter geschickt. Ich weiß gar nicht, ist da mal eine Antwort gekommen? Ah, du hast dich dem Ingo weitergeleitet. Naja, okay, wir wollen nicht diskutieren. Also ich sage das ganz klar, wie es ist. Wir haben in Koblenz da ein bisschen Handlungsbedarf. Und ich würde dann auch als Beisitzer die Landesarbeit etwas forcieren, speziell für Koblenz. Einfach damit wir da weiterkommen. Koblenz ist eine Studentenstadt. Das ist für die Piraten ein interessantes Pflaster. Weil die jungen Menschen von heute doch da ein bisschen offener und wachner durch die Welt gehen, als wir alten Herren. Aber ich denke halt, dass wir gerade mit unserer Lebenserfahrung da auch ein bisschen die Ideen aufgreifen können, die von jungen Menschen auf uns zukommen. Finde ich ganz wichtig und spannend. Ich arbeite auch am liebsten mit jungen Menschen zusammen. Und dass wir da Konsens finden. Und das ist das Schöne an der Piratenpartei. Da gibt es normalerweise keine Dünkel so nach dem Motto, ja, wird du erst mal grün hinter den Ohren oder so. Fände ich auch ganz furchtbar. Also das ist so die Richtung, in die ich mich dann einschlagen würde. Das ist das, würde man sagen, jetzt Time. Dankeschön. Und, ich sage den Georg, ich mache den Georg erst und dann kommt der Marco ran. Er hat auch sechs Minuten, ich versuche das hier in den Griff zu haben. Fragen an den Georg. Ich weiß nicht, ob ich sechs Minuten brauche. Gibt es denn Fragen? Ja, bei mir ist es ganz einfach. Ich will nur, dass wir in den Bundestag kommen. Sonst nix. Das hoffen wir alle. Und ich möchte alles daran setzen, dass wir in den Bundestag kommen. Weil es wird Zeit. Es wird Zeit, dass wir endlich in den Bundestag kommen. Es wird Zeit, dass im Bundestag endlich eine Piratenstimme vorhanden ist. Und, was ich ganz besonders klasse fand, jetzt mal ein Riesenlob an die Kollegen in Berlin, dass sie es geschafft haben, Nichtwähler zu mobilisieren. Als Demokrat finde ich das grauslich, dass wir in eine Richtung gesteuert sind. Das ist ähnlich wie in den USA. So ist das nicht einmal mehr die Hälfte der Leute überhaupt an Wahlen teilnehmen. Und sich dann nochmal nachher kräftig darüber aufbringen, was da für Beschlüsse gefasst werden. Und das ist mein Ziel. Mein Ziel ist wirklich, wir müssen stark in den Bundestag rein. Und da wir ja bei der letzten Bundestagswahl 2009 ein besseres, schon aus dem Stand, ein besseres Ergebnis hingelegt haben, als die Grünen 1980, sehe ich das gut. Und ich bin auch sicher, dass wir vor 2013 Bundestagswahlen haben werden, wenn die so weiter vorstehen. Gut, das war mir ein Statement. Die Methode, die Versammlungsleitung durch Twitter zu beeinflussen, verfängt nicht unbedingt. Aber eine Frage noch an dich, bevor ich nach hinten gehe. Hast du ein Wiki-Profil? Nee, habe ich nicht. Hat er nicht, deswegen braucht er nicht zu suchen. Eine Frage, Herr Hilden. Ja, und zwar ist es ja so, dass wir jetzt durch die Berlin-Wahl viele Neumitglieder haben. Das heißt, ich kenne dich nicht. Hast du irgendeinen politischen Hintergrund? Woher kommst du überhaupt jetzt? Aus welchem Kreisverband? Ich komme aus Boppard. Boppard. Das ist südlich von Koblenz, für diejenigen, die es nicht kennen. Das heißt, du bist auf dem Koblenzer Stammtisch auch, oder? Ich komme dann gerne auf dem Koblenzer Stammtisch, ja. Sehr gerne sogar. Okay. Und zum politischen Hintergrund irgendein? Politischer Hintergrund? Ich bin ein liberal denkender Mensch, aber ich habe den Eindruck, dass es im Moment in Deutschland keine liberale Partei gibt, die jemand wählen kann. Also wenn, jetzt so mit hier oder Heus zu sprechen, zum Beispiel, also fehlt mir. Gut, dann sehe ich da noch eine Frage im blauen T-Shirt, das Mikrofon kommt. Welche politischen Themen wären dir besonders wichtig? Ja, also ich meine, ich bin, wie gesagt, derjenige, der sich mit Medienmanagement auseinandersetzt. Also mir sind die Medienthemen sehr wichtig, aber mir ist auch ganz besonders wichtig, wenn ich in die Augen der Studenten schaue und da die Zukunft unseres Landes sehe und sehe, was da vor den Baum zu laufen droht, dass wir uns da stark engagieren. Die ganzen anderen Themen, die heute Nachmittag sicherlich noch diskutiert werden, lasse ich erst mal auf mich zukommen. Angela? Nee, Ansgar. Also eben hast du gesagt, du wärst ein liberaler Mensch, dann geh ich davon aus, du warst vorher mal in der FDP gewesen? Ich war noch nie in der FDP. Also noch nie politisch in der Partei gewesen? Doch, ich habe Lokalpolitik gemacht bei uns in Boppard, mitgestaltet, habe dort in der Freien Partei, war dort bei den Freien Bürgern mit dabei, aber sonst, gut, du willst jetzt Jugendsünden hören. Nee, nee. Ich war mal junge Union- und CDU-Mitglied. Nee, nee. Man hat mir aber den Parteiaustritt nahegelegt damals, als ich zusammen mit der DKP, ein Flugplatz gegen Kernkraftwerk Mühlheim-Gerlich, auf die Beine gestellt habe. Und dann bin ich lieber selbst ausgetreten. Seit wann bist du jetzt in der Piratenpartei? Bitte? Seit wann bist du jetzt Mitglied? Seit letzte Woche. Seit letzte Woche, direkt Senkrechtstarter von Null auf Vorstand, prima. Man hat es ja entweder voll oder gar nicht. Ja. Ja. Gut, aber bitte keine Zwiegespräche, das führt zu nichts, dann haben wir Diskussionen, dafür sind keine Datenkaos, ja wirklich da. Weitere Fragen? Gibt noch einen? Ja, Roma? Ja, du hattest ja gesagt, du möchtest, dass wir in den Bundestag kommen. Was sind denn so deine genauen Ideen, wie wir das denn schaffen können in Rheinland-Pfalz? Was können wir hier in Rheinland-Pfalz tun, damit dieses Ziel gelingt? Dazu würde ich wirklich gerne mal die nächsten Vorstandssitzungen abwarten, um meine Vorstandskollegen kennenlernen, sollte ich gewählt werden, meine Vorstandskollegen kennenlernen und dann schauen, was bisher an Maßnahmen gemacht worden ist, um dann darauf aufzubauen und zu schauen, was wir an Maßnahmen setzen können. Also sorry, wenn ich da jetzt nicht in die Details gehe, weil ich dafür einfach nach einer Woche jetzt wirklich noch nichts sagen kann. Gut, die sechs Minuten wären auch rum, du hast gesagt, du wusstest gar nicht, was dich einer fragen soll, du siehst doch, eine letzte Frage wollte ich noch zulassen wollen, ja. Wenn ihr aufsteht, ist es einfach besser. Was steht denn im Vordergrund, die Wahl oder die Veränderung? Auf jeden Fall, wie, die Bundestagswahl? Ja, was ist der Vordergrund, gewählt werden oder die Veränderung? Ob ich gewählt werde, nein, mir geht es darum, dass sich das hier was bewegt. Weil, also am Anfang hast du nur gesagt, ich will, dass dir gewählt werden. Macht ist eine Sache, Veränderung eine andere. Was steht vor? Das eine ist für mich untrennbar mit dem anderen verbunden. Weil, wenn wir nicht in Gremien reinkommen, wenn wir nicht im Landtag, wenn wir nicht im Bundestag, wenn wir nicht hier in die Kreistage und in die Gemeindekremien reinkommen, dann wird es keine Veränderung geben. Also mir kommt das ganz besonders darauf, bitte? Okay, das ist ein Statement. Ja, danke. Eine Frage hatte ich noch zugelassen. Jetzt machen wir aber den Kandidaten Marco, Marco, Flavio und alles ist gut. Nur zur Erklärung eines kleinen Missverständnisses. Also ich heiße Marco, Flavio, aber mein Rufname ist Flavio. Wollte mein Vater so. Also Flavio. Es ging ums Alphabet, deswegen... Alle Klaren sind beseitigt. Fragen an Flavio? Wenn Sie eine Frage an Flavio haben, dann stellst du hier eine. Ja, ich bin ja auch aus Trier. Und wir hatten gestern unseren Kreisparteitag. Ich habe gerade eben schon mit dir gesprochen darüber. Aber dass wir das jetzt gerade eben noch ein bisschen transparent machen. Da du ja erst seit letzter Woche, so wie ich das verstanden habe, Mitglied bist und so weiter, wirst du dich in Zukunft dann wahrscheinlich auch im Kreis dann engagieren, oder? Ja, sicher. Das ist normal. Danke. Gut, weitere Fragen an den Kandidaten? Ja. Auch an dich die Frage, welche politischen Themenbereiche dir besonders wichtig wären? Also eines der wichtigsten Themen, ich meine, ich richte mich natürlich nach dem Vorstand, aber eines der wichtigsten Themen, finde ich, ist der Schuldenabbau. Weil der uns auch sehr viel an Freiheiten nimmt. Und vor allen Dingen auch die Bekämpfung von Korruption in der Industrie, in dem Handeln. Also das sind so die Sachen, ich komme aus der Wirtschaft und deswegen sind das für mich so die primären Dinge, die es zu lösen gilt in der Politik. Dann haben wir hier noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, dass du schon länger politisch aktiv warst, zum Beispiel auch in der CDU. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du erst eine Woche in der Piratenpartei bist, gerade als jemand, der schon länger politisch aktiv ist. Wie kommt es, dass du erst jetzt mit dabei bist und nicht schon vor zwei Jahren erkannt hast, was hier gerade sich bewegt? Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich hatte mich, also grundsätzlich hatte ich in der CDU mich sehr engagiert, auch vor allem in der Jungen Union, also in den ersten 15, 20 Jahren. Und dann habe ich das mehr oder weniger schleifen lassen, beziehungsweise habe mich nicht mehr so sehr mit der Partei identifizieren können, vor allen Dingen auch nicht mit der Bundesvorsitzenden. Und habe da auch direkt keine Alternativen gesehen. Ich habe dann angefangen, mich politisch zu engagieren, indem ich gewisse E-Mails geschrieben habe an bestimmte Parteimitglieder und auch Parteimitglieder aus anderen, also aus der FDP und aus den Grünen. Und habe auch gut kommuniziert und habe gedacht, vielleicht ist das der richtige Weg, Politik zu machen. Also irgendwo mit den Leuten mit diesen Problemen direkt zu konfrontieren. Und letztendlich, also zu guter Letzt, wo der Guido Westerwelle bei der Abstimmung vor der UNO gegen den Libyen-Ansatz gestimmt hat und ich ihm vorher geschrieben habe, er soll doch eigentlich dafür stimmen, habe ich gemerkt, das bringt auch nichts, da kommt man auch nicht weiter. Also habe ich mir angefangen, die ganzen Parteiprogramme durchzulesen, unter anderem halt auch von der Piratenpartei. Und ich konnte mich einfach mit der Piratenpartei am nächsten identifizieren. Und das war auch der Grund, wo ich gesagt habe, gut, die Piratenpartei hat an der Berliner Wahl gezeigt, dass sie auch eine reale Chance hat. Das ist für mich auch Voraussetzung, um überhaupt Politik zu machen. Und beruflich bin ich momentan außen vor, deswegen habe ich auch Zeit. Und dann habe ich halt mich dazu entschlossen, Buddha bei der Fische zu machen und Mitglied zu werden und auch aktiv zu sein. Gut, ich habe hier noch eine Frage. Gibt es sonst aus dem weiteren Auditorium noch eine Frage? Nein, nein, das ist jetzt hier die letzte Frage. Danke. Gut. So, ich habe jetzt noch mal eine etwas gemeinere Frage als vorhin. Bitte. Und zwar, ich glaube, du weißt, dass wir einen weiteren Beisitzer im Landesvorstand aus Trier haben, Benjamin Brat. Und würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, dass beide Beisitzer aus Trier kommen? Und dass wir das vielleicht nicht ein wenig auf den Landesverband ausweiten sollten. Und dass man da vielleicht mehr erreichen kann, wenn es aus allen regionalen Verbänden irgendwie zumindest einen Menschen im Landesvorstand gibt. Also, ich glaube, gerade weil wir uns ja auch alle viel im Internet bewegen, kommt es so auf die Herkunft, die örtliche Herkunft gar nicht mal so an. Ob man jetzt aus Trier, aus Ludwigshafen, aus Köln, aus Berlin oder was weiß ich, woher kommt. Also, im Grunde genommen geht es darum, dass jemand aktiv ist in einem Vorstand, der mit Herz und Seele dabei ist. Und der kann viel erreichen. Und mobil müssen heute alle sein, meiner Meinung nach. Und deswegen spielt es für mich überhaupt nicht, also spielt für mich gar keine Rolle, ob jetzt, keine Ahnung, zwei Mitglieder aus Trier kommen oder aus Mainz. Also, danach urteile ich nicht. So, jetzt haben wir die letzte Frage noch von Thule. Und dann ist Schluss, weil das Zeitlimit abgelaufen ist. Ich hätte eine Frage. Ich bin jetzt eine Weile bei den Piraten dabei und habe auch erst mal mich als Freibeuter, also jemand, der noch nicht den Piraten beigetreten ist, mir erst mal die Piraten angeschaut, wie die so ticken. Ihr seid, also es gibt zwei jetzt, wenn ich es richtig verstanden hatte, als Kandidaten, die jetzt relativ frisch dabei sind, haltet ihr es nicht für durchaus vielleicht auch sinnvoll, sich erst mal die Piraten anzuschauen, ein bisschen mitzulernen, wie die funktionieren, wie sie ticken, und dann sich in ein Landesvorstandsamt reinwählen zu lassen, weil das ist ja hier durchaus auch etwas, was sehr repräsentativ ist. Und es ist nur eine Frage und eine Anregung. Und ich glaube, dass da durchaus man die ein oder andere Erfahrung sammelt, die man jetzt noch gar nicht kennt und hat, und dadurch auch vielleicht eine Erkenntnis bekommt, die vielleicht ganz anders nachher sich ausdrückt, wie das, was man jetzt im Moment von den Piraten so in den Medien mitbekommt. Und ja, das war es einfach. Also grundsätzlich klingt das sehr vernünftig. Ich bin Steuerfachbehilfe und ich habe gelernt, mit Steuern umzugehen, indem er mich ins kalte Wasser geworfen hat. Man hat mir einen Fall vorgeworfen und gesagt, wo machst du das jetzt? Und B, du stellst eine Frage, die aus diesem Fall hervorgeht. Und was ich damit meine, ist einfach, wenn man bestimmte Ideale hat und sieht, da ist eine Partei, die repräsentiert diese Ideale. Warum nicht reingehen und mitwirken? Warum außenstehen und das erstmal beobachten? Ich habe eine Tochter und was ich ganz toll fand, war, dass wenn ich mit ihr zum Spielplatz gegangen bin, dass sie einfach reingeht, mit den Kindern spielt und teilweise auch sagt, wer zuerst rutschen darf. Und das sind einfach Sachen, die finde ich toll. Und ich denke mir mal, oder das ist das, was ich hier nicht gesehen habe, dass es irgendwelche Zwänge gibt oder Reihenfolgen oder sowas. Und dass, wenn jemand mitmachen will, dass er auch herzlich willkommen ist. Und ich stelle mich zur Wahl. Das heißt nicht, dass ich den Anspruch habe, gewählt zu werden. Es kann genauso jemand anders gewählt werden, wenn die meisten meinen, dass er besser ist. Und das ist halt mein, so wie ich das sehe. Okay, danke schön. Ihr seid jetzt erstmal entlassen. Ich stelle fest, ihr habt alle ein ganz gutes Zeitgefühl. Die Kandidaten haben fast exakt die gleiche Zeit zur Vorstellung und zur Befragung. Dann würde ich jetzt, wenn hier kein Einspruch kommt, den Wahlleiter auffordern, zur Wahl zu schreiben. Okay, also wir haben diesmal ein Approval Voting. Das heißt, wir haben hier einen Zettel mit drei Namen. Neben dem Namen steht, ist jeweils ein Kästchen. Das Verfahren wird jetzt folgendermaßen sein. Jeder hat bis zu drei Stimmen. Das heißt, ihr könnt alle anwählen, ihr könnt einen anwählen, ihr könnt zwei anwählen, ihr könnt auch keinen ankreuzen. Wenn mehr als drei Kreuze drauf sind, dann ist der Zettel ungültig. Gewählt wird dann derjenige, der die meisten Stimmen auf sich vereint, aber mindestens 50% der abgegebenen Stimmen als Ja-Stimmen auf sich vereint. Sollte das nicht passieren, müssen wir nochmal wählen. Du kannst bis zu drei Kreuze machen. Nein. Immer nur ein, okay, du hast recht. Nur ein Kreuz pro Person, aber bis zu drei Kreuze auf den Zetteln. Okay. Wo ist die Wahlrolle? Die Wahnhilfer mögen bitte in die Aktion treten. Dann verteilen wir jetzt die Zettel. Genau, die Zettel werden gedruckt. Sie werden gedruckt, geschnitten und verteilt. Und seit jetzt blitz wie bei Harry Potter seid ihr schon fertig. So, und ich bekam hier noch einen Hinweis aus diesem komischen Internet. Aufnahmen jeglicher Art, während der Wahlen sind zu unterlassen. Das gilt für Bild- und Tonaufnahmen, insbesondere für die Bildaufnahmen. Wenn es jetzt zum Wahlgang geht, bitte Ton und Kamera aus. Dankeschön. 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 Danke. Dankeschön. Dankeschön. Hat jetzt jeder einen Stimmzettel? Hat jeder einen Stimmzettel? Warte mal. Hat jeder einen Stimmzettel? Okay. Dann, wenn die Wahlurne da ist, eröffne ich den Wahlgang. Und bitte den Zettel knicken. Danke. So, die Urne bitte nochmal zeigen. Einen Moment bitte. Und wir fangen erst an mit der Wahl, wenn die Kamera da hinten dann ihre Arbeit verrichtet hat. Dankeschön für euer Verständnis. Dann eröffne ich die Wahl. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Vielen Dank. Dann noch eine Sache, was ich auch in letzter Zeit speziell bei uns in Koblenz gezeigt habe, dass wir unser Networking mit Politikern in den sogenannten etablierten Parteien, die da schon größere oder höhere Ämter bekleiden, ich kenne halt einige Leute aus den Grünen und so, ich meine, ich lebe in Koblenz, da kennt man die Leute, und da dieses Networking, das versuche ich auch aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, FDP-Pech zum Beispiel ist immer schön und die werden auch keine Rolle mehr spielen, aber man muss auch gucken, was machen denn die anderen Parteien, wo sind da Gemeinsamkeiten und so weiter und so fort, dafür bin ich dann auch noch zu haben. Ich bedanke mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Parteitag, ich glaube, jetzt gibt es einen Mittag. Ich wünsche dir mal einen herzlichen Glückwunsch. So, das ist eine Punktlandung, geplant war, vor der Mittagspause um 13.30 Uhr das Essen zu organisieren und ab 13.30 Uhr zu verteilen, wir haben es 13.32 Uhr, ich glaube, die zwei Minuten können wir uns schon verzeihen. Ich unterbreche diesen Parteitag für eine halbe Stunde, das dürfte reichen, 14.00 Uhr setzen wir den Parteitag fort. Bis dahin, guten Appetit. So, der Saal hat sich weitgehend gefüllt, das ist sehr erfreulich. Wir sind auch in meiner geplanten Verspätungshalbestunde drin, die vorauszusehen war. Hätte ich gesagt, eine Stunde, werde die auch eine halbe Stunde später herkommen. Wir haben es jetzt 14.27 Uhr und setzen den Parteitag wieder fort. Dankeschön, auch für die Aufmerksamkeit. Wir kommen zu unseren Lieblingsthemen, zum Beispiel Satzensänderungsanträge. Vorab, und da bitte ich jetzt mal ausdrücklich zuzuhören, weil wir müssen nämlich gleich mal was abstimmen. Ich habe gewisse Bedenken hinsichtlich der Satzensänderungsanträge der Fristen, das können wir aber heilen, indem wir einfach beschließen, dass wir die behandeln. Ihr habt hier in eurer Satz- und Geschäftsordnung sehr, sehr kurze Antragsfristen. Und es gibt auch kein Update in der Einladung dazu. Deswegen habe ich gewisse Bedenken, die zu behandeln. Sie sind aber nicht erstmal die Erlösungsänderungsanträge, greifen hier nicht in große Rechte ein. Zum anderen können wir das hier mit zwei Drittel mehrheit erstmal beschließen. Und das gilt auch für den einen Programmänderungsantrag, den wir auch damit abarbeiten können, ohne dass es hier große Komplikationen im Nachhinein gibt. Ihr merkt schon, ich bin Anfechtungsgegner und möchte auch nicht die Gründe dafür liefern. So, das heißt, ich fordere hier den Landesparteitag auf, darüber abzustimmen, dass wir Sitzungsänderungs- und Programmanträge beschließen, dass wir sie behandeln. Und ich habe eine Wortmeldung. Jetzt braucht der ein Mikrofon. Du bist mal weiter und das macht mal unser Wahlleiter hier. So, wir wollen derweil noch kurz nach vorne kommen. Die Frist. Die Frist ist hier, eine Woche ist einfach zu kurz und sie hätten auch veröffentlicht werden sollen. Wir können das aber in zwei Drittel und Mehrheit heilen. Deswegen möchte ich es vorsichtshalber hier abstimmen lassen. Habe ich noch nicht verstanden. Die Frist, eine Woche vor, müssen Sie beim Landesvorstand eingegangen sein? Sie sagt, eine. Zwei. Gut, von mir ist auch zwei. Wir haben nicht ganz klar, wann die veröffentlicht worden sind. Also, wenn Sie in jedem Fall form- und fristgerecht eingegangen sind, ist es ja wunderbar. Sollte es da ein bedeutender Bedenken auftauchen, können wir die heilen, indem wir einfach mal zwei, drei abstimmen. Da sind wir immer auf der sicheren Seite und keiner kommt an und sagt, das hätten wir jetzt machen dürfen. Und da bin ich lieber für den sicheren Weg. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Gut. So, ich sehe hier keine weiteren Fragen. Dann bitte ich mal die Wahlhelfer und die Wahlleiter zu gucken bei der Abstimmung. Bitte einfach um die Stimmkarten zeichnen. Wer dafür ist, dass wir diese Satzungs- und Programmänderungsanträge behandeln, möchte bitte mit jedem der Stimmkarte das so anzeigen. So, Karten hoch und die Wahlhelfer und der Wahlleiter zählt bitte mit aus. Hier vorne hoch. Ich muss es auch hören. Bitte schön, danke schön. So, die Wahlhelfer und die Wahlhelfer haben gezählt. Dankeschön, Karten runter. Wer ist dagegen? Eins, zwei zähle ich. Die Wahlhelfer zählen bitte mit. Das ist eine Wortmeldung da rechts, eine Stimmkartenhebung da rechts. Bitte sonst ganz hoch. Ähm, Enthaltungen? Auch zwei sehe ich so. Damit ist das bei einigen wenigen Enthaltungen und Gegenständen mit Satzungsänderner Mehrheit angenommen. Danke schön. So, damit rufe ich den ersten Antrag auf. Satzungsänderungsantrag 01. Ich arbeite ja hier mit Totenpapier, deswegen ist es ja vernünftig. Wir haben dazu konkurrierende Anträge, wobei mir die Konkurrenz zu Satzungsänderungsantrag 2 nicht klar ist. Die sind meiner Ansicht nach inhaltsgleich. Die Antragsteller, Maik Nauheim, der ist ja einer, der möchte bitte mal nach vorne kommen. Und das ist Satzungsänderungsantrag 1, Maik Nauheim, vom 18.09. Und meiner Ansicht nach sind die Inhaltsgleich. Also ich habe nur einen davon eingereicht. Ich ziehe den Antrag zurück, zugunsten von dem Antrag SAE 3, weil der, ich sage mal, auf der Liste als überarbeiteter kommt. Der war scheinbar nur noch formal drin. Ich ziehe den hier mit zurück. Moment, du ziehst den 1 zurück, im Gegensatz zu 2, oder? Beider ziehst du zurück. Ich habe nur einen eingereicht. Wir haben hier... Ich reiche ja nicht zweimal das gleiche ein. Ich kann es nicht ändern, es steht so im Wiki. Also ich bin nicht so senil, dass ich den selben Antrag zweimal einreiche. Hoffe ich zumindest. Ich habe den Ausdruck vom 30.09. Jetzt gucke ich einfach mal hoch. Ihr habt ja jetzt ein schönes Antragsbuch. Und da habe ich 1, 2 und 3 nach wie vor drin. Und das ist der Antragsteuer Guru zum 1er. Seitdem müssten wir den Guru mal bitte hören. Da ist hinten noch eine Wortmeldung. Ist der Guru hier? Gut. Also ich bin nicht Guru, aber ich bin Proxy für Guru und ziehe den Antrag zurück. Der Dreier ist, wie Mike schon gesagt hat, derjenige, der über die Liste diskutiert wurde. Von Benjamin ist, glaube ich, eher der Konsensuale. Also dann ziehen wir mal Satzungsänderungsantrag 1 und 2 zusammen, weil sie inhaltsgleich sind. Ist es keiner da, der noch mal 1 vertritt? 2 ist zurückgezogen zum Gunsten des 3. Möchte jemand trotzdem den Satzungsänderungsantrag zu 1 übernehmen? Ist nicht der Fall. Dann ist der, wird der nicht behandelt. Satzungsänderungsantrag 2 ist zurückgezogen. Möchte den jemand übernehmen? Ist auch nicht der Fall. Ist zurückgezogen. Sind wir jetzt schon bei Satzungsänderungsantrag 3? Der heißt, § 4 Absatz 1 der Landessatzung wird durch folgenden Absatz ersetzt. Sofern die Landesdelegiertenkonferenz noch nicht gewählt ist, tagt die Landesmitgliederversammlung in der Regel zweimal im Jahr. Zwischen den regelmäßigen Treffen sollen nicht mehr als 6 Monate liegen. Ist die Landesdelegiertenkonferenz gewählt, findet die Landesmitgliederversammlung nur auf Antrag statt. Ich habe die Abkürzung ausgesprochen. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Das gefällt mir. Jemand was dazu zu sagen? Ja, du musst einfach mal... Also ich habe den eingereicht, weil nach dem letzten LPT gab es ja ein paar Diskussionen, ob das wirklich Sinn ergibt, 4 Landesparteitage pro Jahr zu machen. Dieser verringert die Pflicht auf 2 pro Jahr. Und die Änderung, dass da jetzt nicht mehr als 6 Monate und nicht genau 6 Monate verlangt werden, erlaubt uns weiterhin öfter nach Bedarf zu machen. Ist im Zusammenhang zu sehen mit dem sonstigen Antrag nachher, dass wir dazwischen Arbeits- und Diskussionstreffen machen, wo wir inhaltlich vorbereiten, damit wir dann auf dem LPT auch was zu sagen haben. Gut, das war die Vorstellung vom Antragsleder. Noch irgendwelche Fragen dazu? Ich sehe keine, dann können wir darüber abstimmen, bitte ich die Wahlhelfer dazu. Dann bitte ich um Abstimmung, Satz und Änderungsantrag 03. Wir brauchen ja 2 Drittel mehr. Ja, Karten hoch. Danke, Gegenstimmen. Zählt 3? 2? Wie viel habt ihr gezählt? 2? Enthaltungen? Bei 2 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist dieser Antrag angenommen. Dankeschön. Gut, kommen wir zum Programmänderungsantrag PEA 1. Der einzige Antrag im Parteiprogramm wird in Punkt Bildung, frühkindliche Bildung, der dritte Satz geändert. Der soll nunmehr wie folgt heißen. Die Beraten setzt sich deshalb für ein Recht auf kostenlose und auf Wunsch ganztägige Betreuung für Kinder im Wohnort nahen, Klammer auf, oder wahlweise arbeitsplatznahen Kindertagesstätten mit sinnvollen Öffnungszeiten ein. Achso. Ja, Antragsteller ist Christian Hortmann. Richtig? Ich sehe den nämlich hier nicht im... Antragsteller, möge bitte nach vorne kommen und seinen Antrag verteidigen. Ja, ich bin der Antragsteller. Es geht bei der Sache einfach darum, es ist ja schon noch so, dass meistens die Frauen die Erziehung der Kinder übernehmen, vor allem im frühen Alter noch. Und im Moment setzen wir uns nur ein für eine kostenlose Kinderbetreuung ab dem dritten Geburtstag. Und das soll eben gestrichen werden in erster Linie, dass das Recht auf eine kostenlose Kinderbetreuung schon ab Geburt im Prinzip gilt. Damit auch Leute, die Kinder haben und in erster Linie Frauen, die meistens doch die Kindererziehung übernehmen, dass die auch bessere Möglichkeiten haben, was jetzt Karriere und was zum Beispiel politische Betätigung angeht. Ja, immer zu. Also wir können Rednerlisten natürlich machen. Vielleicht kann der Protokollant, ich muss mich gerade mal mit der Ersatzung hier beschäftigen, Protokollant machen. Dort und dann Meiken. Also ich habe dazu eine ganz andere Meinung, weil Kinder, die ersten drei Lebensjahre bei Kindern sind extrem prägend. Und da finde ich besonders den Kontakt zu den Eltern wichtiger als den Kontakt zu irgendwelchen Betreuern ohne Bezug. Auch das Argument, dass die Mütter im Moment ja nach wie vor die hauptbetreuenden Personen sind, das ist zwar so, aber da sollte man eher daran was ändern, dass Mütter nicht mehr die hauptbetreuenden sind, sondern dass es da eine Gleichberechtigung gibt. Und dass wir da auch die Chance haben, sich daran zu beteiligen. Deshalb bin ich da absolut dagegen. Ich sehe das auch so vollkommen differenziert aus dem einfachen Grund. Speziell jetzt zum Beispiel alleinerziehende Mütter sehen in unserer Gesellschaft so scheiße aus. Das sind die echt die letzten Helden, die wir noch haben, glaube ich. Und dann ist die neue Fassung so derart schwammig. Und dann kommt auch dazu, was du gesagt hast. Also das würde ich auf gar keinen Fall so stehen lassen. Also ich denke, es ist sehr wichtig, eine ganztägige Versorgung zu garantieren. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, die ersten drei Lebensjahre sind wichtig, das ist okay. Aber ich denke auch, berufstätige Eltern haben Zeit für ihre Kinder. Die Frage ist dann nicht, ob sie die morgens oder abends haben, sondern die Frage ist, haben sie sie und wenn ja, wie nutzen sie die? Und es ist doch sogar viel besser, wenn Kinder während ihres Schlafes quasi betreut werden und die Eltern vielleicht tagsüber ein paar Stunden haben, als andersrum. Das ist nämlich der Punkt, bei dem es um ganztägig geht. Derzeit ist es nicht möglich, zum Beispiel nach 19 Uhr oder so, eine Betreuung für die Kinder zu arrangieren. Und wenn man jetzt vielleicht möchte, dass die Kinder, während man gerade Single ist, später mal mit einem Vater aufwachsen, wäre es vielleicht ganz gut, das ein oder andere Mal auch nach 19 Uhr einfach mal weggehen zu können, um Leute kennenzulernen etc. Das heißt, da spielt nicht nur der ökonomische Faktor eine Rolle, sondern einfach auch ein sozialer Aspekt. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, das so durchzusetzen. Also auch wenn ich dem Christian jetzt ein Stück weit zustimmen muss, also man muss trotzdem sagen, die Kinder werden von vielen Eltern mittlerweile schon ein Stück weit abgeschoben. In Schule, in alles Mögliche. Und man sollte zumindest mal... Entschuldigung. Kinder werden schon relativ häufig abgeschoben. Also die Kinder sind in Schulen, die sind sehr viel unterwegs, die haben ihre Eltern relativ selten eigentlich mittlerweile. Und wir sollten auch mal überlegen, was es für ein Kind bedeutet. wenn es anonym aufgezogen wird. Die Kinder sind dann, ohne dass ich jetzt da irgendwie ein bisschen schlecht stellen will, sind dann eine Art Nummer. Es ist halt eine Betreuung, aber es ist halt keine... Es ist nicht wie im Elternhaus. Hinten. An der Seite und hinten. Also die alte Fassung, die sagt zumindest ab drei Jahren, bei der neuen soll es wirklich herabgesetzt werden. Am besten würde man schon vor der Zeugung die Kinder abgeben, das wäre am allerbesten. Also ich denke, man muss sich wirklich überlegen, man sollte lieber die Forderung stellen, dass ein Gehalt eines Verdienenden ausreichen muss, um adäquat seine Kinder zu erziehen. Es kann nicht sein, dass zwei gezwungen sind zu arbeiten, um überhaupt noch ein Kind groß zu kriegen. Und das Kind sagt dann nachher über die Kindergärtnerin, wer ist denn das für ein Onkel, der möchte ja mit dem nach Hause gehen. Also überlegt euch mal, was ihr hier fordert. Und ich kann euch sagen, ich bin in Kindergärten öfters, wie vielleicht der ein oder andere von euch, die sind überhaupt nicht in der Lage, unter Dreijährigen adäquat zu versorgen. Da fehlt es hinten und vorne an entsprechenden Einrichtungen. Wir sollten fordern, familiengerechte Sachen und dafür einsetzen, dass wirklich die alleinerziehenden Mütter Unterstützung kriegen, egal wie auch immer, und nicht ihr Kind abschieben müssen, sondern dass sie für ihr Kind da sind. Das ist die Forderung, die ich möchte. Ich verstehe die Änderung nicht so, dass ein Zwang dadurch erzeugt wird, sondern die Möglichkeit geschaffen wird. Leute mit Kindern unter drei Jahren, wo beide berufstätig sein müssen, überhaupt eine Möglichkeit haben, ihre Kinder unterzubringen. Nicht die Verpflichtung und auch keine Alibi-Situation erzeugen, in anderen Bereichen Verbesserungen zu bekommen, sondern überhaupt mal den Druck rauszunehmen, es gibt genug Familien, die haben einfach dieses Problem und die müssen das bisher über Familien oder Nachbarn oder Freundeskreis lösen. Also ich interpretiere diese Änderung als ein Angebot, als eine Entlastung, nicht als die Lösung für diese Problematik. Ja, genau, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es geht nicht darum, ob Kinder in den Kindergarten gehen sollen oder wann Eltern ihre Kinder irgendwo hinschicken sollen, sondern es geht darum, wenn sie das möchten, dass sie ein Recht darauf haben, ihre Kinder in den Kindergarten, in die Kindertagesstätte zu geben. Also es geht nur darum, wollen wir den Menschen ein Recht zu gestehen, ihre Kinder so unterzubringen, wie sie das möchten. Wir wollen eine freiheitliche Partei sein, also müssen wir den Menschen auch dieses Recht ermöglichen. Also dem kann ich mich nur anschließen. Man mag sich auch mal den Text der alten Fassung, der neuen Fassung, in Bezug darauf mal anschauen. In der alten Fassung steht nämlich drin, dass wir uns einsetzen wollen für eine Betreuung. In der neuen steht drin, dass wir uns einsetzen wollen für ein Recht auf eine Betreuung. Das heißt, die alte Fassung könnte man auch so interpretieren, dass damit eine Pflicht gemeint wäre. Das ist auch eine Verbesserung in der neuen Fassung. Dass da ein Anrecht garantiert werden soll, aber natürlich keine Pflicht dazu. Außerdem bei der SPD zum Beispiel ist es schon so, dass die sich für ein Recht auf einen kostenlosen Kindergartenplatz ab dem ersten Lebensjahr einsetzen. Wir sind da also eigentlich deutlich hinter der SPD im Moment. Ich wollte ganz kurz nur eins noch einwerfen. Der Anteil der Alleinerziehenden ist unheimlich gestiegen und wird auch weiterhin steigen. Also man kann nicht immer von zwei Elternteilen ausgehen, die ein Kind großziehen können. Das ist mittlerweile schon Luxus. Gut, war hinten noch der Maik hat noch einen. Was ich zu dem vorletzten Redebeitrag noch sagen wollte. Wir sind hinter der SPD. Leute, wir sind die Piraten. Wir sind nicht da, um irgendwelchen Parteien hinterherzulaufen. Wir müssen sinnvolle Beschlüsse fassen. Wir müssen unsere Meinung sagen. Wir müssen unsere Beschlüsse fassen und nicht irgendwem hinterherrennen. Da gibt es kein Zurückliegen, da gibt es nur Vorne sein. Gut, weitere Redebeiträge dazu. Und für das Protokoll bitte noch mal den Namen des Antragsteller. Der ist nicht ganz klar. Kann den Antragsteller mal jemand kurz anstupsen, dass er zuhört? Also Kai Sturm wurde getwittert. Insofern finden wir das ganz gut. Danke. Jetzt haben wir den Namen auch aufgenommen. Kai Sturm war das. Ja, wunderbar, denn der stand nicht dabei. Deswegen müssen wir es schon so haben. Redaktionell würde ich dem Antragsteller vorschlagen, eine ganz kleine Änderung, nämlich das eine am Ende des Satzes zu machen, damit es grammatikalisch richtig klärt. Das ist so. Jetzt habe ich noch mal in der Satzung nachher geguckt. Da kein Aussprachbedarf mehr besteht, kommen wir ja gleich zur Abstimmung. Laut Satzung ist nur eine einfache Mehrheit erforderlich. Das wäre Paragraf 5.7 Absatz 4 und ansonsten in der Wahlordnung. Ich sage es deswegen so, weil sehr häufig zwei Drittel Mehrheiten erforderlich sind. Über einen Antrag auf Satzung und Grundsatzprogramme kann nur abgestimmt werden. Änderungen einer Landwissersatzung können nur beschlossen werden, mit zwei Drittel Mehrheit. Das ist ausdrücklich getrennt. Und in der Satzung steht drin, es sei denn, es wird was anderes bestimmt. Also lese ich die Satzung so und denke, wenn jetzt hier keine weiteren Einsprüche kommen, ist das dann auch so. Gut, dann gehen wir zur Abstimmung über den Antrag P.A. 1. Klasse Wort. Neue Fassung, wie vorgelesen, mit der kleinen Redaktion der Änderung, das ein hinten zu packen, nach hinten zu packen, die Wahlhelfer und der Wahleiter gucken jetzt auch mit. Und ich bitte um das Kartenzeichen, wer für die Änderung ist, bitte hoch. Wer dagegen ist, kommen wir gleich zu. So, das müssen wir auszielen. Dafür die Änderung des Programms, das müssen wir auszielen, das ist nicht eindeutig. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Wie viele habt ihr? Enthaltungen? Ja, sind nicht mehr, als wir akkreditierte haben. Damit ist der Antrag angenommen. Dankeschön. Wir kommen zum sonstigen Antrag. Programmendungsanträge gibt es nicht, jedenfalls sehe ich hier keine im Antragsbuch. Mir sind hier auch keine plötzlich an den Kopf geworfen worden, sind wir also bei sonstigen Anträgen. Das heißt, der Tagesordnungspunkt Programmanträge ist damit abgeschlossen. Wir sind dann bei Tagesordnungspunkt 11 angelangt. Fürs Protokoll war das. Da haben wir den sonstigen Antrag Nummer 1, Antragsteller Guru. Ich weiß nicht, ob er jetzt da ist oder einer das übernimmt. Der Landesparteitag fordert den Landesvorstand auf, zwischen den Parteitagen landesweite Arbeits- und Diskussionstreffen zu organisieren. Ich sehe auch in den sonstigen Anträgen keinen konkurrierenden Antrag. Insofern ist es der 1. zu dem Thema. Ist der Antragsteller da? Möchte jemand den Antrag übernehmen? Zwei möchten den Antrag übernehmen. Einer muss ans Mikro. Maik, du bist nicht da dran, dann darfst du den übernehmen und vertreten. Ja, also wir haben vorhin beschlossen, dass wir die Anzahl der Parteitage auf zwei Parteitage pro Jahr senken, mit der Möglichkeit mehr zu machen. Und im Gegenzug dazu wollen wir dann hingehen und wollen die Vordiskussionen und die Gespräche zu den einzelnen Themen mehr auf Arbeitstreffen auslagern. Das Ganze hat eigentlich den Hintergrund, dass man bei vier Parteitagen im Jahr, die also im Endeffekt alle drei Monate sind, kaum noch die Zeit oder die Möglichkeit hat, dazwischen noch irgendwas zu machen, ohne die Leute in einem gewissen Maß zu überlasten. Wenn ich jeden Monat da ein komplettes Wochenende auf irgendwelchen Treffen und Parteitagen und sonst was bin, ist es eine Überlastung für viele Personen. Das heißt, wir wollen jetzt einfach ermöglichen, dass dann an den freigewordenen Wochenenden, beziehungsweise wo halt kein Parteitag ist, die Möglichkeit entsteht, ein Forum oder eine Diskussionsrunde zu irgendwas zu machen, Workshops, auch themenbezogene Geschichten, sodass wir uns da programmatisch weiterentwickeln können und mal ausführlich über bestimmte Themen, bestimmte Inhalte reden können. Dankeschön. Weitere Redebedarf? Vielen Dank. Dankeschön. 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 Danke. Also als kleine Anregung, wir haben in Hessen jetzt aktuell, ich weiß nicht wem es geläufig ist, die Marina. Es gibt auf Bundesebene ein Treffen, wo sich die Länder austauschen und das Ganze haben wir vor, im Grunde genommen in Hessen nur auf das Land zu beschränken oder umzusetzen, wo sich dann die ganzen KVs oder auch andere Leute, die interessiert sind, treffen, um genau solche Sachen zu machen, was jetzt gerade gesagt wurde, nämlich mal Programme auszuarbeiten oder programmatische Arbeit zu machen und das hat jetzt nicht den Charakter von dem Landesparteitag und was wir auch machen ist, dass wir dieses Treffen hessenweit immer wieder rotieren, also an verschiedenen Orten machen, damit einfach auch vor Ort die Leute sich besser vernetzen können. Nur als Anregung. Also wir sind in der Antragsdiskussion, dann macht das bitte nach vorne zum Antragsteller, aber nicht unter euch, das führt zu nichts. Okay, nächster Beitrag von einem frisch gewählten Beisitzer. Ja, mir ist das immer noch nicht so ganz klar. Mir fehlt die Ansage, wer sammelt, wer entscheidet, welche Themen wann, wo besprochen werden. Ich sehe da halt einfach die Gefahr drin, dass sich da schon im Vorfeld das so verliert, weil jeder da irgendwas anderes möchte, dass wir den eigentlichen Zweck, den ich ja gut heiße, nicht finden. Das muss dezidierter sein. Das ist mir so zu schwarrig, muss ich das nicht sagen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man so einen Parteitag anguckt wie heute, wir haben heute an so einem Parteitag ja auch nicht ein Thema. Wir haben heute viele Themen und wir arbeiten an vielen Sachen. Und genauso kann das auch auf so einem Treffen sein. Wenn sich da 30 Leute treffen und es sind 15 Leute für ein Thema Bildungspolitik da und 15 Leute für ein Thema Sozialpolitik, dann ist das aufgeteilt. Das müssen ja nicht unbedingt alle an einem Thema unbedingt arbeiten. Das wäre zwar schön, aber es ist halt eine wichtige Sache, dass man halt da auch in die Breite geht. Man kann niemandem ein Thema überstülpen. Das wird nicht funktionieren. Die Leute müssen sich halt aus einem freien Willen auftreffen. Gut, da war da links noch eine Wortwählung. Ja, also wer ist ja im Antrag relativ klar gesagt, der Landesparteitag fordert den Landesvorstand auf, das zu organisieren. Es ist in gewisser Weise auch absichtlich ein bisschen offener gehalten. Wir hatten vor Elmstein das Barcamp, was sehr gut ankam, wobei aber danach auch Vorschläge kamen, wie man das noch anders organisieren könnte. Mit diesem Antrag wird offengelassen, dass der Vorstand gemeinsam mit den Mitgliedern und eventuellen Gliederungen, die das organisieren wollen, sich überlegt und durchexperimentieren kann, was am besten funktioniert. Welche Veränderungen gegenüber dem Barcamp in Elmstein gut sind? Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt hier reinschreiben, der Vorstand soll ein Treffen dazu machen, ein Treffen dazu, soll das so und so und so organisieren. Und wir stellen dann fest, war aber scheiße. Dann hängen wir da dran. Das muss ich ein Stück weit finden. Das müssen wir auch intern alle diskutieren. Was passiert da? Oder wie stellen wir uns das vor? Also wenn ich den Antrag richtig interpretiere, das ist ja eine Aufforderung an den Landesvorstand, sich darüber Gedanken zu machen, das zu organisieren. Das heißt ja nicht, dass er das selber machen muss, sondern er muss halt eine Organisationsform finden, wie das dann abgedeckt wird. Das gibt es ja in anderen Landesverbänden auch, auch die Vernetzung vor Ort. Ich denke mal, deswegen ist ja auch bei uns bewusst offen gehalten worden, welche Methoden da zu eingesetzt werden. Da gibt es dann nach hinten noch eine Fortmeldung. Wir haben ja eben die Satzung geändert. Das heißt, wir haben in Zukunft nur noch zwei Parteitage pro Jahr. Die Idee hinter der ganzen Geschichte, das war ja ein Paket sozusagen. Wir senken die Frequenz der Parteitage, wo wir nicht viel arbeiten können, wo wir nicht viel ausarbeiten können und führen dafür Konferenzen ein, bei denen wir eben auch produktiv sein können. Also es ist wichtig, dass wir das jetzt auch annehmen dann. Gut, das war noch ein letztes Statement dazu. Weitere Anmerkungen, ein letztes Wort dazu. Ja, bitte. Also ich hatte das eben so verstanden, wir machen ja nur noch zwei Landesparteitage und das haben wir doch eben schon beschlossen, dass da zwischendurch Treffen stattfinden. Warum muss das jetzt nochmal extra beschlossen werden? Wo haben wir das denn beschlossen? Also mir wird gerade vom Präsidium bestätigt, dass wir es nicht beschlossen haben. Ich könnte mich auch nicht daran erinnern. Ah, okay. Wie soll denn nachher aus diesen Diskussionsrunden, erarbeiteten Grundlagen oder so nachher im Landesparteitag denn Entscheidungen dann herbeigeführt werden? Ja, im Endeffekt wird es ja so, wenn ein Papier oder ein Antrag in irgendeiner Form ausgearbeitet wird, der kann eingereicht werden, wie in jeder andere Antrag am Parteitag auch. Wenn ich einen Antrag einreiche, ist das meine eigene Entscheidung. Und genauso ist es da auch, wenn die Leute, die an so einer Diskussion teilnehmen, im Endeffekt sagen, das, was da rausgekommen ist, ist sinnvoll, dann steht denen ja frei, das einzureichen und das zur Abstimmung zu bringen. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwelche Gremien schaffen. Wir wollen ja explizit, dass sich Leute zusammensetzen, bearbeiten ein Thema, finden ihre Lösung, stellen die der Masse vor. Wir wollen ja nicht irgendwelche Gremien schaffen und wollen da irgendwelche Ausschüsse bilden, die dann sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Wir wollen ja, dass das offen ist und dass die Leute kommen können, wie sie wollen. Und sich auch daran beteiligen können, wie sie wollen. Da ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sowas ermöglichen. Gut, weitere Wortmeldungen dazu? Siehe, keine. Dann schließe ich die Aussprache zu diesem Antrag und komme zur Abstimmung über denselben. Wer dafür ist, bitte die Stimmkarte heben, ist nur einfacher an Mehrheit erforderlich. Das sieht mir nach einer sehr großen Mehrheit aus. Danke, Gegenstimmen. Wer ist dagegen? Vier Stimmen dagegen? Nein. Wie viel denn dann dagegen? Noch mal Arme hoch, wer ist dagegen? Einer. Enthaltung? Dann ist es bei einer Gegenstimmung und vier Enthaltungen so beschlossen. Ich danke. So, ich versuche eure spannende Agenda vorzusetzen. Wir haben jetzt hier einen Antrag 2a, 2b. Ich gucke auf Twitter. Nein, der Plan des Parteitags wird nicht über Twitter geführt, aber es gab noch ein Hinweis, dass das, was vorhergehend als Programmänderungsantrag beschlossen worden ist, irgendwas mit den Bundesanträgen zu tun hat, das ist völlig wurscht. Natürlich kann man auch Ergänzungen zum Bundesprogramm beschließen. Das, wie er vorstand, darf das denn alles selber auseinanderklamüsern. Also ist es kein rechtliches Problem, um die besorgte Bevölkerung zu beruhigen. Wir sind bei der sonstigen Änderung, der sonstigen Antrag 2a. Beantragte Änderung, das gibt bestimmt Diskussionsbedarf. Die Piratenpartei Rheinland-Pfalz versteht sich als sozial-liberale Partei. Alternativ, die Piratenpartei Rheinland-Pfalz versteht sich als sozial-libertäre Partei. Jo, der Antragsteller ist Eubelus, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, dann komm nach vorne und verteile deinen Antrag. Also es geht einfach nur darum, es gibt ja doch immer wieder Rückfragen von der Presse oder von interessierten Leuten am Infostand, wer wir eigentlich wären, für was wir eigentlich stehen etc. Und da ist man immer ziemlich am Rumerzählen dann, zählt die ganzen Programmpunkte runter. Und die Leute wollen oft gerne eine Einordnung in zwei, drei Worten. Ich finde, es ist gar nicht schlecht, wenn man die Möglichkeit hat, so eine kurze Einordnung zu machen, als Einstieg, damit die Leute erstmal eine grobe Einordnung haben und dann wissen, ob sie überhaupt noch weiter daran interessiert sind. Und viele benutzen ja auch schon den Begriff sozial-liberal, sozial-libertär für so eine kurze Einordnung. Und ich denke, es wäre doch sinnvoll, wenn wir das basisdemokratisch dann auch dem eine gewisse Grundlage geben. Es geht nicht darum, das irgendein Programm oder so zu schreiben, sondern einfach nur zu legitimieren, dass ein Vorstand so etwas auch mal sagen kann. Gut, Frage rein inhaltlicher Art zu dem Antrag. Wo soll das denn auftauchen? Also der Begriff, wenn der so verabschiedet wird, muss der auch wohl stehen, was der vorgestellte, wo der auftaucht. Als Hinterschrift oder wo soll der auftauchen? Nein, es ist kein Antrag zum Programm, weder Grundsatz noch Fallprogramm oder Satzung oder irgendwas. Es ist einfach nur ein Statement, genau. Einfach nur eine Einordnung in der Praxisdemokratie. Ich habe die Möglichkeit mit dem Libertär eigentlich nur mit dazugenommen, weil der Begriff liberal durch die Partei, die sich die Liberalen nennt, doch einigermaßen verbrannt ist. Ich denke, das Wort sozialliberal gibt es als eigenständiges Adjektiv eigentlich gar nicht. Es gab eine sozialliberale Koalition aus SPD und FDP. Es gibt linksliberale Positionen, aber sozialliberale Positionen in dieser Form gibt es nicht. Also deswegen denke ich, dass die Alternative SA2A überhaupt nicht geht, weil es das Wort nicht gibt. Ja, also ein bestehendes, jetzt nicht irgendwo einzuordnen, ja, eigentlich kann ich das nur unterstützen, was er jetzt gesagt hat. Aber an sich, die Sache ist ja schon klar, mit liberal, die FDP, die das für sich beansprucht hat, da hapert es ja an sozialen Positionen ganz stark oder auch beim Thema neoliberal. Da bleibt das Soziale eben ziemlich vor. Und dass man das eben mit in den Begriff hinein nimmt, das soll eben die Positionierung dann klarstellen. Gut, Maik, und dann geben wir das Mikrofon weiter nach hinten. Und notfalls stellt ihr euch einfach eine Reihe, sonst wird es zu unübersichtlich, okay? Also prinzipiell finde ich einen Beschluss in die Richtung wichtig. Allerdings muss man sagen, wenn wir so einen Beschluss hier fassen würden, wäre das ein Richtungsentschluss für die komplette Partei. Und so einen Entschluss hat eigentlich einen Bundesparteitag zu treffen und nicht einen Landesparteitag. Wir können nicht hier für die Piratenpartei sprechen, auch wenn dahinter steht Rheinland-Pfalz. Das ist eine so tiefe, grundlegende Aussage, dass wir da ganz schwer aufpassen müssen, dass wir nicht die Partei in eine Ecke rücken, die bundesweit nicht gewollt ist, oder nicht die volle Unterstützung hat. So ein Ding, auch wenn es die volle Unterstützung hat, braucht einfach den Background von einem Bundesparteitag und nicht von einem Landesparteitag. Kurze Durchsage, es haben sich jetzt schon fünf Leute, sechs Leute gemeldet. Deshalb Verfahrensvorschlag, wir bilden eine Schlange an dem Beamer. Weil das ist dann eine physische Repräsentation einer noch an die Wand zu werfenden Rednerliste. Ja, ich habe jetzt extra mal den Begriff Libertär in der Wikipedia nachgeschlagen. Der steht als Synonym für anarchistisch. Und das sind wir ja wohl kaum. Von daher würde wohl sozial-liberal wohl besser passen. Aber wie der Vorredner schon sagte, wäre es besser, wenn man das auf dem Bundesparteitag macht. Gut, wir haben dieses Handmikro, das wird jetzt durchgereicht zur Schlange. Bitte keine Unfälle während des Laufens. So viel Zeit haben wir. Ja, ist mir klar, wir sind gut im Zeitplan. Also, wir geben einfach in der Schlange das Mikrofon bitte weiter. Also ich bin absolut dagegen, weil ich glaube, dass die Piratenpartei noch lange nicht so weit ist, an irgendeiner Stelle eingeordnet zu werden. Ich will mir da wirklich alle Optionen frei halten, sich entwickeln. Dankeschön. Oh, ich habe gerade ein Parteiabzeichen geschenkt. Und dann muss ich sagen, libertär, das klingt für mich so derart nach elitär, da rollt es mir echt hinten runter. Ich werde das ablehnen und ich hoffe, ihr macht das auch. Also ich schließe mich auch dem Vorredner an, ich bin auch dagegen. Das ist das, was uns ja immer wieder passiert. Ja, wofür steht ihr? Steht ihr für rechts, steht ihr für links? Ich bin der Meinung, ein Pirat passt nicht in eine solche Schublade. Und ich möchte auch nicht in diese Schublade. Ich möchte nicht mit anderen Parteien verglichen werden, sondern wir haben eine eigene Berechtigung und wir kämpfen auf unsere Art. Ja, also dazu als Entgegnung. Links oder rechts kommt ja darin schon mal gar nicht vor. Sondern es ist im Prinzip eine Zusammenfassung verschiedener Dinge, die wir ja auch schon im Parteiprogramm haben. Dass wir liberale Positionen im Parteiprogramm haben und die auch einen Großteil unseres Parteiprogramms ausmachen, ist ja wohl weitgehend unbestritten. Und dass wir uns in Abgrenzung zu einer anderen liberalen Partei, dass wir eben auch sozial sind, wird aus unserem Parteiprogramm ja ebenfalls klar. Also es geht ja nicht darum, eine neue Einordnung vorzunehmen, sondern dem Bestehenden, was es schon gibt, auch offiziell einen Namen zu geben. Ein GO-Eintrag auf Schluss der Rednerliste? Okay, auf Meinungsbild. Ich möchte trotzdem die beiden Rednern auch hören, weil vielleicht gibt es einen ganz wichtigen Beitrag. Und dann machen wir ein Meinungsbild und dann schließen wir die Rednerliste. Ich warne eigentlich vor dieser Selbstverständnisdiskussion. Die haben wir ja ziemlich oft. Da wird dann gesagt, die Piratenpartei sei eine Bürgerrechtspartei. Da lässt sich dann darüber schreiben, Bürgerrecht, da heißt ja das Recht vom Bürger. Das schließt ja Ausländer zum Beispiel gar nicht mit ein. Dann wird versucht, diesen Begriff Piratik irgendwie zu prägen. Also ich bin eigentlich in diese Partei gekommen, damit man mir nicht vorschreibt, wie ich irgendwie zu denken habe, ob ich jetzt sozialliberal bin oder irgendeine andere Schublade. Ich glaube, die Pluralität macht diese Partei aus. Und deswegen warne ich eigentlich davor, sich auf irgendwelche Begriffe da festzulegen. Man kann sich nennen, wie man will, wenn man bei uns ist. Wenn wir jetzt heute entscheiden, einen dieser beiden Griffe zu benutzen, dann wird das zwingend dazu führen, dass wir nach rechts oder nach links abdriften werden von anderen Stellen. Wir werden einfach in Schubladen gesteckt werden. Und ich denke, es gibt einen ganz einfachen Grundsatz. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Strecken ist der gerade Weg. Und um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir auch weiterhin nach vorne. Und wenn wir uns jetzt von so einem Begriff prägen lassen, ist das der falsche Weg. Gut, dann war ein Meinungsbild angefragt. Das möchte ich mal so formulieren. Ich frage die Versammlung, ob sie für eine der beiden Alternativen stimmen würde. Bitte die Stimmkarten hoch, wenn das so ist. Das sind nicht sehr viele. Wer wäre dagegen? Das ist die überwiegende Mehrheit. Frage an den Antragsteller. Hältst du den Antrag aufrecht? Nein. Der Antragsteller zieht den Antrag dritt. Bleib gleich hier vorne, bis gleich wieder dran. Ganz gleich vorne. Wir sind doch schnell hier heute. Ja, dann ist der Antrag abgehakt. Wir sind beim sonstigen Antrag 3. Ich lese den mal jetzt hier aus dem Antragsbuch ab. Der Titel des Wahlprogramms wird geändert von Wahlprogramm der Piratenpartei Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl 2011 auf Wahlprogramm der Piratenpartei Rheinland-Pfalz. Bitte verteile den Antrag. Wir hatten beim letzten Parteitag, glaube ich, schon darüber geredet, ob das Wahlprogramm jetzt, nachdem die Wahl vorbei ist, noch eine Gültigkeit hat oder nicht. Wir sind übereingekommen, dass es nach wie vor gültig ist. Und meine Idee war jetzt einfach, das auch im Titel entsprechend kenntlich zu machen, indem man das 2011 rausstreicht, sodass es einfach nur noch Wahlprogramm heißt. Damit eben niemand denkt, es wäre nicht mehr aktuell. Gut, Wortmeldung dazu. Klasse, Aussprachebedarf. Eine Wortmeldung sehe ich. Das Mikrofon hat jemand geklaut. Nein, das ist hier. Das ist hier. Komm nach vorne und dann übergeben wir das hier. Irgendwie ist es tot. Jetzt geht es. So wie ich das sehe, haben wir damals dieses Wahlprogramm für die Landtagswahl 2011 abgestimmt. Wenn man das jetzt als allgemeines Wahlprogramm übernehmen müsste, werden die Punkte wieder neu abzustimmen. Wir können die auch en bloc abstimmen. Wenn wir sagen... Nee, das sehe ich nicht so. Gut, dann ist es deine Meinung. Ja. Du kannst ja einen Antrag stellen, dass wir über jeden Punkt einzeln abstimmen und dann kann die Versammlung entscheiden, ob sie das will oder nicht. Nee, das ginge eigentlich so nicht, weil das hätte man noch vorher hier einstellen müssen lassen. Das würde ich doch dann eher zu den Programmänderungsanträgen zählen. Entschuldigung, das würde ich eher zu den Programmänderungsanträgen zählen und nicht mehr zu sonstigen Anträgen. Also es steht jetzt hier, der Antrag soll sozusagen der Bezug zur Landtagswahl 2011 gestrichen werden. Das wäre allerdings eine sehr tiefgreifende Geschichte. Das würde ich tatsächlich auch zugeben. Aber der Antrag steht da. Es gibt noch vielleicht andere Wortmeldungen. Ja, es gibt noch zwei Wortmeldungen. Jetzt müssten wir am Mikrofon, müsst ihr euch hier vorne runden. Nee, es wird gestreamt und die hören das nicht. Was ihr erzählt da immer auf? Ja, kommt doch schon. Für mich läuft da jetzt gerade so ein bisschen die Gefahr auf, dass wir da alten Wein in neuen Schläuschen fabrizieren. Es sollte, bis das neue Wahlprogramm entsprechend überarbeitet ist, ersichtlich sein, dass das, was die Leute da zu sehen bekommen, explizit auf die Landtagswahl 2011 zugeschnitten war. Also so wie ich den Antrag verstehe, geht es darum, dass wir das, was wir beschlossen haben, was ein super Wahlprogramm war, mit dem wir angetreten sind, was das beste Wahlprogramm war, das es für Rheinland-Pfalz je gegeben hat, dass wir das als weiterhin Beschlusslage, so wie es beim letzten Parteitag definiert wurde, auch als Wahlprogramm definieren. Das heißt, wir gehen mit diesem Wahlprogramm in die nächsten Wahlen, zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene, können wir sagen, wir haben hier ein Wahlprogramm für Rheinland-Pfalz, das wollen wir auf allen Ebenen durchsetzen. Wenn wir zum Beispiel für die nächste Landtagswahl Änderungen haben, dann sind die auch viel leichter zu diskutieren. Dann können wir sagen, wir wollen hier eine Änderung, das hat sich erledigt, für die nächste Wahl aktualisieren wir das so. Aber das finde ich eine super Idee, dass wir einfach sagen, dieses Wahlprogramm verstetigen wir, wir machen nicht wie andere Parteien alle paar Jahre ein neues Wahlprogramm, machen uns wieder die Arbeit, stimmen wieder alles ab, sondern wenn wir denken, etwas ist nicht mehr aktuell, dann nehmen wir es raus oder wenn wir denken, es fehlt etwas, dann nehmen wir es hinzu. Bitte Technik zur Technik, weil wir sind hier gerade ohne Netz. Hallo Technik, bitte zur Technik, wir sind hier gerade ohne Netz. Das ist für die Protokollanten ein bisschen schwierig. Gut, das machen die Techniker weiter in den Wortmeldungen. Ich bin absolut dafür, diese Änderung vorzunehmen, aus dem einfachen Grund, wir hatten zwei Infostände in den letzten zwei Wochen, die Leute fragen uns nach unserem Wahlprogramm. Das heißt, wir müssen denen was geben können. Wir haben ein gut abgestimmtes Wahlprogramm zur Landtagswahl erstellt, das ist super, das stimme ich absolut zu und von daher bin ich absolut dafür, das in ein allgemeines Wahlprogramm umzubenennen. Wir ändern nichts am Inhalt, gar nichts, nur den Titel. Vielen Dank. Da ich jetzt gerade das komplette Wahlprogramm aus 2011 nicht auf dem Schirm habe, und ich glaube, das sind jetzt noch die allerwenigsten, wer weiß, ob es Themen gab, die speziell nur für 2011 abgestimmt waren? Nicht? Okay. Also prinzipiell ist es sehr wichtig, dass wir uns positionieren, auch außerhalb vom Wahlkampf. Wir müssen allerdings speziell bei so einem Antrag darauf achten, dass keine überholten Themen da drin sind. Das heißt, wir müssen Themen, wo sich die Gesetzeslage geändert haben, wo sich die Ausgangslagen geändert haben, die sollten wir erst mal durchleuchten und uns das anschauen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, also ich habe mir gerade eben mal das Wahlprogramm angeschaut und auf den ersten Blick, ohne jetzt im Detail zu suchen, sind einige Punkte drin, zum Beispiel für den Stopp der Volkszählung 2011 und Rücknahme des Zensurgesetzes und so weiter. Also es scheinen spezifische Punkte für 2011 hier im Programm mit drin zu stehen. Von daher müsste man sich das im Detail nochmal anschauen. Das Programm gilt ja ohnehin bis zur nächsten Wahl. Das haben wir ja so schon beschlossen. Das heißt, wenn wir den Namen jetzt ändern, ändert sich also nichts daran. Diese Punkte stehen trotzdem drin. Und das Problem ist, wenn ich jetzt jedem sagen muss, dieses Programm ist für 2011 für die Wahl gewesen, aber es gilt natürlich immer noch, dann ist das zusätzliche Erklärung, die ich auf dem Innenverstand machen muss. Wenn da einfach nur steht Wahlprogramm, dann habe ich es gleich da im Innenverstand. Ja, besteht da noch weiterer Aussprachbedarf? Wortmeldung? Die letzte Wortmeldung? Also ich denke, wir haben da jetzt ziemlich lange drüber diskutiert. Es hat schon Vorteile, das umzubenennen, wenn auch ein paar Risiken da drin sind. Also ich wäre dafür mal gekommen zur Abstimmung und würde das sogar befürworten, das durchzukriegen. So, das war eigentlich ein WU-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da eine Gegenrede? Normell? Nein, dann ist die Rednerliste geschlossen. Dann ist die Aussprache geschlossen. Dann kommen wir zur Abstimmung zum Sonschenantrag 3. Wer diesem so zustimmt, bitte um das Stimmkartenzeichen. Ich befürchte, dass wir das nur ausziehen, das ist nicht so eindeutig. Wir probieren es mal mit der Gegenprobe. Ja, doch, es sind nur sieben, denke ich mal, Enthaltungen. Etwa neun zusammen sind es 15, dann reicht die Mehrheit aus. Dann ist das so geschlossen. Danke. So, jetzt passt es sogar auf meinen Bildschirm rauf. Das ist ein längerer Antrag und wenn der Twitter nicht hier rein twittert, dann kann ich ihn auch vorlesen. Wir haben den Sonschenantrag 4. Da geht es um die Gesundheitskarte. Ich werde ihn versuchen zu verlesen und der Antragsteller, den Verteidiger, steht er da. Da habe ich einen Geschäftsordnungsantrag. Nein, also wir können nur eigentlich die zur Diskussion stellen, die wir eingereicht haben. Wenn es eine Korrektur, ja, das weiß ich schon, ihr könnt es ja auch hier so machen. Nur der ist ja erst mal eingereicht. Der Antragsteller kann ihn gerne ändern und es kann auch ein alternatierender Antrag eingestellt werden. Das ist gar kein Problem. Nur wir können... Okay, also jetzt müsste ich dann aber bitten, dass das mir irgendwo auf dem Pad oder auf dem Bildschirm gelegt wird, dass ich weiß, wo das steht. Oder es liest einer vor, der es lesen kann. Ich bin ja nicht der Einzelne, der hier lesen kann. Hoffentlich. Da beraten wir uns kurz und dann machen wir den Antrag 4. Kennst du die Version, die irgendwo im Pad steht? Ich habe wahrgenommen, dass es eine gibt. Gut, das heißt, du ziehst deine Version nicht zurück. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja gut, ich kann die auch zurückziehen, wenn die andere zustimmungsfähiger ist. Ja, das kann ich nicht entscheiden. Das müssen wir hier, das ist ein konkurrierender Antrieb, das müssen wir schon in Ordnung, ordentlich machen. Bloß dann würde ich vorschlagen, die Technik, kann die mir mal auf toten Papier kurz diesen Antrag ausdrucken aus dem Pad oder wo das immer sein soll. Vielleicht, der Hinweis kam von hinten, einfach der Technik mal kurz den Link geben und dann machen wir das doch hier ganz schnell. Ja, er braucht mal den Link oder den Antrag oder dergleichen mehr. Wir müssten ihn schon verlesen, wenn er nicht bekannt ist. Ja, also was heißt, so schnell geht es? Den Antrag musst du schon einbringen, das tut mir ja nun schrecklich leid. Ja, dann verschieben wir den nach hinten, nur wenn wir konkurrierende Anträge haben, können wir nicht über den einen abstellen und den anderen schieben wir irgendwie nach hinten. Den müssen wir schon beide verlesen. Wir haben keinen mehr. Das ist der, haben wir noch einen Fünfer? Ach, das ist ja hier nonstop bei euch. Gut. Jetzt verstehe ich diesen Hinweis auch vollständig, weil bei mir hört es seit gestern Abend bei zwei eigentlich auf. Heute Nacht ist dieses Antragsbuch online gestellt und ich habe heute Nacht geschlafen. Also insofern bitte ich vielfach um Entschuldigung. Gut, dann machen wir das tatsächlich so. Vielleicht bereitet ihr das mal so, dass ich diese Alternative auf Totpapier kriege. Dann kann ich es auch beide verlesen und dann können wir die gegenüberstellen, weil das ja wichtig ist. Dann stelle ich den Antrag 4 erstmal zurück. HEPTA 7 kann sich schon mal auf die Startramte begeben und ich verlese den Antrag 5. Überschrift, keine Alternativlosigkeit bei der Bewältigung der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Erstens. Die Piratenpartei Rheinland-Pfalz versteht sich als Teil einer internationalen, insbesondere europäischen Bewegung. Daher steht sie in einer weitgehend europäischen Integration und einer besonderen Solidarität der europäischen Staaten untereinander grundsätzlich positiv gegenüber. Diese Solidarität darf aber weder die Leistungsfähigkeit der eigenen Bevölkerung übersteigen noch Staaten von Folgen einer eigener Fehler freistellen. Die Piraten kritisieren das bestehende Transparenz- und Demokratiedefizit der europäischen Institutionen, welches gerade auch bei den Versuchen zur Bewältigung der aktuellen Finanzkrise sichtbar wird. Zweitens. Forderungen an einzelne Staaten, die zur Bedingung oder Inanspruchnahme europäischer Hilfen gemacht werden dürfen, die betroffenen Staaten nicht zur Privatisierung öffentlichen Eigentums zwingen, deren langfristige Folgen nicht abschätzbar sind. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass Staatseigentum als Sicherheit auch die erlaubte Staatsverschuldung erhöht. Es muss den Staaten erlaubt bleiben, nicht nur Ausgabenkürzungen, sondern auch Einnahmeerhöhungen in ihre Pläne zur Sanierung der Staatsfinanzen einzuarbeiten. Drittens. Mit Sorge betrachten die Piraten-Polemiken in der öffentlichen Debatte, die nicht nur einzelne Missstände in den Krisenstaaten anprangern, sondern die Bevölkerung dieser Staaten in Toto für die Krise verantwortlich machen. Viertens. Das grundsätzliche Problem zu hoher Staatsverschuldung betrifft nicht nur die momentan schon in einer Krise befindlichen Staaten, sondern fast ausnahmsweise alle Industrie- und Schwellenländer-Staatsverschuldung, die wesentlichen Teile der Inlandsprodukte ausmachen oder sie sogar übersteigen. sind im Laufe der letzten Jahrzehnte aufgebaut worden, wobei auch in konjunktuell günstigen Zeiten in den seltensten Fällen Schulden abgebaut wurden. Es müssen Wege gefunden werden, wie nicht nur ausgeglichene Haushalte, sondern auch ein Schuldenabbau in guten Zeiten zur Regel werden. Fünftens. Bei der Lösung von Verschuldungs- und Überschuldungsproblemen dürfen auch Staats- und Insolventen nicht ausgeschlossen sein. Hierfür müssen auf europäischer Ebene Mechanismen geschaffen werden, um die negativen Auswirkungen auf die Bürger so gering wie möglich zu halten. Dabei besteht die Notwendigkeit, den insolventen Staaten einen erfolgersprechenden Neustart zu ermöglichen. Und sechstens. Die Auswirkungen von Kreditausfällen auf Kleinanleger und Rentenfonds auch in anderen Staaten sind zur Rücksichtung, insbesondere da die Politik der Bürger in den vergangenen Jahren zu privaten Vorsorgeformen gedrängt hat. Eine komplette Übernahme der Risiken durch die Steuerzahler nach dem Motto, Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren, darf es dabei nicht geben. Einlagersicherungen dürfen nur anteilig und nur bis zu einem Höchstvertrag pro Person greifen. Siebtens. Die Piraten begreifen das langfristige Überwinden der sichtbar gewordenen Fehler des Finanzsystems als gesamteuropäische Aufgabe. Sie sind davon überzeugt, dass durch gemeinsame Anstrengung und koordinierte Entscheidungen, bei denen alle europäische Einbürger einbezogen werden, nicht nur die Krise überwunden werden kann, sondern auch ein langfristig tragbarer Rahmen für Gemeinsame und auch individuelle finanzpolitische Entscheidungen geschaffen werden kann. Hierbei müssen auch die Interessen der Entwicklungs- und Schwellenländer berücksichtigt werden, um eine langfristige und gerechte Konstruktion der globalen Wirtschaft zu ermöglichen. Achten, um die Entscheidung nicht nur, aber gerade zu den Fragen im Zusammenhang mit der Finanzkrise für die gesamte Bevölkerung transparent und nachvollziehbar zu machen, müssen die Vor- und Nachteile aller Erhaltung und Handlungsalternativen schonungslos und möglichst objektiv geöffentlicht werden. Hierzu sind alle an der Diskussion beteiligten, insbesondere aber die Vertreter der politischen Parteien aufgerufen, einen möglichst weitgehenden Konsens bei der Darstellung der Sachlage zu erzielen, auf dessen Grundlage die Abweichungen bei der Bewertung der Alternativen detailliert dargestellt werden können. Eine Darstellung der präferierten Lösung als alternativlos oder eine Abwertung aller anderen Vorschläge und Alternativen als eindeutig falsch trägt maßgeblich zur Verunsicherung der Bevölkerung bei. Dies tritt besonders zu Tage, wenn immer mehr vormals als undenkbar bezeichnete Vorschläge, beispielsweise die Möglichkeit von Staatsinsolvenzen oder eine Finanztransaktion plötzlich vehement vertreten werden. Neuntens, eine solch transparente Information der Bevölkerung ist auch Voraussetzung für die direktdemokratische Entscheidung zu dieser Materie. Für Fragen einer solchen Tragweite sind mittelfristig Volksentscheide auf nationaler und auch europäischer Ebene zu ermöglichen. Hierbei müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass eine angemessene Auswahl an gut ausgearbeiteten Alternativen vorgelegt werden kann, damit den Bürgern nicht nur die Wahl eines kleineren Übels auf Grundlage unklare und sich fundamental widersprechenden Informationen bleiben. Dankeschön. Hätte ich gewusst, dass das so lang ist, hätte ich mir einen Sprecher besorgt, aber es hat gerade funktioniert. Danke, ich habe noch ein bisschen Wasser. Jetzt könnte Feuer frei, der Antragsteller darf seinen Antrag verteilen. Jo, der Antrag ist entstanden in den letzten anderthalb Wochen aus Ingos Initiative einen Antrag zur europäischen Finanzpolitik zu erstellen. Da ging das, ging dann im PET ein wildes Brainstorming los, das ich versucht habe, in diesen grundlegenden Modulen, die auch so konzipiert sind, dass sie modular abstimmbar sind, zusammenzufassen. Wobei hier nicht gesagt wird, wir wissen, wie man diese Krise lösen kann. Das Problem ist nämlich, wir wissen es nicht. Und das Problem ist, uns erzählen alle ihre Lösung, wer die einzige alternativlos richtige und alle anderen wären aus dem und dem Grund der Untergang des Abendlandes und wir können nicht beurteilen, was richtig ist. Deswegen werden hier nur Grundlinien festgelegt, wie zum Beispiel, dass wir gerne europäisch helfen wollen, aber um die Bürger in den betroffenen Ländern zu schützen und nicht irgendwen. Oder auch das Modul, dass wir Staatsinsolvenzen nicht komplett ausschließen, aber dass wir auch dort wieder gesamteuropäische Anstrengungen erwarten, die die Folgen für die Bevölkerung abmildern. Ja. Von meinetwegen wäre es gut, das Modular abzustimmen, um zu gucken, was davon mehrheitsfähig ist. erste, wie die Geschäftsordnung sagt, das Präsidium braucht eine Wasserflasche, weil der Antrag hat die letzten Kräfte schwimmen lassen. Zweitens, Wortmeldung dazu, mal gucken, wie viele sind es, dann würde ich das Verfahren wieder wie vorhin vorschlagen, dass ihr euch vielleicht in der Reihe am Beamer anstellt, da gibt es das Mikrofon, es liegt schon da, denn sonst wird es zu unübersichtlich. Dankeschön. Ich möchte den Antrag jetzt erstmal gar nicht inhaltlich diskutieren, sondern erstmal die Frage stellen, ist das irgendwas, was mit Landespolitik zu tun hat, ist das ein Antrag, der auf einem Landesparteitag diskutiert werden sollte, weil ich denke, das eher nicht, ich denke, dass wir uns auch keine Kleinstadterei erlauben sollten, dass also jeder Landesverband da jetzt irgendwie eine eigene Meinung zu hat, ich möchte den Antrag auf Nichtbefassungen stellen. Das ist im weitesten Sinne ein Geschäftsordnungsantrag, über den wir eigentlich erstmal abstimmen müssten. Gibt es da Gegenrede zu? Ja, formell, nur da Gegenrede. Also das Geschäftsordnungsantrag, ich sage mal, auf Nichtbehandlung oder Änderung der Tagesordnung wäre auch, das kann man auch sagen, interpretieren wir als Vertagung, gibt es da eine Gegenrede, wir stimmen da einfach drüber ab, dann ist der Lack ab. Gibt es da noch eine weitere Gegenrede? Ich habe, Sie nehmen das jetzt mal als formell, damit wir abstimmen können darüber. Gut, dann bitte ich um das Handzeichen, ob wir den Antrag, ich sage es mal jetzt positiv, so wie er gestellt war, erstmal behandeln wollen, weiter behandeln wollen oder ob wir diese Behandlung vertragen, das wäre, glaube ich, der sinnvollste Ausweg aus diesem Geschäftsordnungsantrag. Also, wer für die Behandlung ist, bitte die Stimmkarte heben, soll sich für Vertagung, mache ich gleich. Wer für die Behandlung ist, bitte mit die Stimmkarte beheben. So, ich sehe wenige, wer dagegen ist, also auch für Vertagung, das ist deutlich eine Mehrheit, wer enthält sich der Stimme, das kann nicht sein. Also, überhole ich bitte nochmal die Abstimmungen, da sind zu wenig konzentriert, wer für die Behandlung dieses Antrages ist, bitte Stimmkarte hoch. Wir zählen 13, wer dagegen ist, bitte die Stimmkarten hoch. Das ist der Tagesordnungspunkt 11, sonstige Anträge und wir vertagen den sonstigen Antrag, nein, wir vertagen einen Teil dieser Tagesordnung unter Punkt 11, ist jetzt aufgerufen der sonstige Antrag 5. Und die Frage war, vertagen wir diesen sonstigen Antrag, weil dieser Geschäftsordnungsantrag wurde gestellt oder nicht. Das können wir durchaus machen, der ist ja nicht aufgehoben, sondern nur vertagt. So, wir hatten dafür, wie viele Stimmen? 13, dagegen jetzt nochmal bitte die Stimmkarte, gegen die Vertagung, ja. Entschuldigung, gegen die Behandlung. So, ich habe ja Assistenten, die weisen mich zurecht. 10, und jetzt sind wir bei Enthaltung, wer enthält sich? Gut, damit ist der Tagesordnungspunkt, ist Satzjahntrag 5 vertagt, sehe ich das jetzt richtig? Gibt es da noch irgendwo einen Punkt? Gut, dann danke ich trotzdem für die Geduld, wir, ich denke, ihr werdet den mit Sicherheit noch sehr, sehr ausführlich diskutieren. Gut, so sieht es aus. Ja, aber die genau, ja, also das ist der Alternativantrag. Gut. so, so, Gibt es noch Aussprachebedarf vom Antragsteller dazu? Nein, okay, der Antragsteller akzeptiert das Verfahren. Jetzt waren wir beim sonstigen Antrag 6. Ich gehe dann noch ganz zu vorne bleiben. Und ich gehe dann zurück zu dem nach hinten gestellten Antrag. Antrag, Überschrift für einen modernen Datenschutz. Die Piratenpartei Rheinland-Pfalz sucht, sieht den dringenden Bedarf, den Datenschutz zu modernisieren, immer wieder tauchen durch neu angeführte Technologien, Regelungslücken und Unklarheiten auf, die durch spezielle Fälle, zugeschnittene Gesetzesänderungen, vertragliche Vereinbarungen mit Anbietern oder Gerichtsurteilen geklärt werden. Müssen. Wobei immer wieder, ja, ich kann nicht lauter reden, weil sonst haben wir hier eine Rückkopplung. Vielleicht kann man den Ton noch ein bisschen höher stellen, aber ihr müsst ein bisschen leiser sein, vielleicht versteht ihr mich dann besser. Ich bin schon ganz dicht am Mikro. Wobei immer wieder teilweise verhaltete juristische Konzepte auf die Situation des 21. Jahrhunderts übertragen werden. Die Frage, in welche Richtung diese Modernisierung gehen soll, sorgt für mitunter heftige Diskussion. Im Folgenden sollen sowohl Grundlagen für eine solche Modernisierung als auch einige konkrete Detailfragen geklärt werden. Zweitens, um selbstbestimmte Entscheidungen über die Preisgabe persönlicher Informationen zu ermöglichen, ist vor allem die Bildung und Weiterbildung in diesem Bereich notwendig. Hierbei muss die Fähigkeit im Fokus stehen, zwischen unterschiedlichen Arten von Daten und unterschiedlichen Vertrauen zu Empfängern und Verwaltern von Daten zu differenzieren. Der, bei jedem auch nur teilweise veröffentlichen, von Informationen mögliche Kontrollverlust über die weitere Verbreitung muss ebenfalls thematisiert, diskutiert und verstanden werden. Entscheidungen über die Weitergabe persönlicher Informationen müssen selbstbestimmt betroffen werden können. Es darf also keinen, auch nur impliziten Zwang geben, mehr als die unbedingt und objektiv notwendigen persönlichen Daten preiszugeben, um bestimmte Angebote überhaupt nutzen zu können. Leider wird die hierzu bestehende Rechtslage oftmals nicht eingehalten. Durch die chronische Unterbesetzung, Unterfinanzierung und fehlende Unabhängigkeit an Datenschutzbehörden besteht an vielen Stellen ein Kontrollanfall-Zugsdefizit. Viertens, andererseits dürfen Angebote aber auch nicht komplett verboten oder durch nicht erfüllbare Anforderungen faktisch unmöglich gemacht werden. Blus, weil sie persönliche Daten optimal nutzen. Optional, Dankeschön, nutzen. Grund für die persönliche Entscheidung, bestimmte Daten einem Anbieter freiwillig zur Verfügung zu stellen oder diese gar zu veröffentlichen, kann beispielsweise der Nutzen von personalisierten Inhalten, Suchergebnissen, Empfehlungen und auch personalisierter Werbung, aber auch der Wunsch sein, eventuell geschäftliche oder berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen, um langfristig eine gesellschaftliche Akzeptanz für eine Meinung oder eine Persönlichkeitsfacette zu schaffen. Die Piraten wollen die Information der Selbstbestimmung daher fördern und allen Menschen eine informierte Entscheidung über die preisklaube und Verwendung ihrer Daten ermöglichen. Fünftens, ein großer Anteil der praktischen Datenschutzprobleme ist auf die leichtfertige Weitergabe von Daten durch bekannte, Freunde und sonstige Kontakte zurückzuführen. In diesem Bereich ist die juristische Durchsetzung schwierig, langwierig oder in vielen Fällen auch gar nicht angemessen. Um diesen Problemen gerecht zu werden, muss vielmehr eine Datenhöflichkeit als gesellschaftliche Norm etabliert werden, bei der Wünsche bezüglich des Umgangs mit persönlichen Informationen auch im privaten Bereich respektiert werden und, falls diese nicht bekannt sind, im Einzelfall eine Erlaubnis eingeholt wird. Dies soll nicht nur aus rechtlichen Erwägungen einer Flucht vor einer mehr oder weniger wahrscheinlichen Strafe geschehen, sondern eben auch aufgrund von Regeln zum Umgang miteinander, die gesellschaftlichen Konsens sind. Dies muss einerseits durch die Bildungsangebote in diesem Bereich nahegebracht, andererseits durch die passende Kommunikation und Einstellungsmöglichkeiten in die entsprechenden Systeme auf einfache und benutzerfreundliche Weise ermöglicht werden. Selbst das Datenschutzbestimmungen müssen so gestaltet sein, dass auch private und nicht kommerzielle Angebote diese ohne größeren finanziellen oder organisatorischen Aufwand einhalten können. Dies soll unter anderem dadurch realisiert werden, dass eine Monetarisierung der Gesetzgebung auf der Grundlage der tatsächlich vorkommenden Prozesse entworfen wird, so dass diese direkt unter Vermeidung nicht notwendiger juristischer Interpretationen im konkreten System umgesetzt werden kann. Außerdem kann der Aufwand für die Dokumentation der konkreten Umsetzung durch den Einsatz zertifizierter Software minimiert werden. Hierbei ist die Entwicklung und Zertifizierung von freier Open-Source-Software besonders zu fördern. Siebtens, bei der Erhebung von Daten durch sterbliche Stellen sind strenge Maßstäbe anzulegen, da sich der Bürger hier zumeist nicht durch Wechsel des Anbieters oder Verzicht auf ein Angebot erzielen kann. Hier muss strikt auf Datensparsamkeit geachtet werden. Während der Weitergabe zwischen Behörden ohne Wissen und Einwilligung des Bürgers zu vermeiden ist, sind für notwendige Erhebungen Verfahren zu entwickeln, mit denen der Bürger den Austausch von so wenig Daten wie unbedingt möglich autorisieren kann. Es darf nicht sein, dass Behörden die Vorlage von kompletten Bescheiden anderer Behörde verlangen, nur wenn nur ein Bruchteil der enthaltenen persönlichen Informationen benötigt werden. Achtens, die Möglichkeit, Anonymisierungsdienste und offene Netzzugänge für Internetverbindungen zu nutzen und anzubieten zu erhalten und zu fördern. Sie sind wichtige Angebote, die die nicht überwachte Meinungsbildung und Äußerung im Internet auch technisch weitergegeben sicherstellen. Die Notwendigkeit einer solchen Möglichkeit überwiegt in diesem Fall das öffentliche Interesse an möglicher Strafverfolgung. Insbesondere sind die Betreiber solcher Infrastruktur von der Haftung durch ihre Nutzer begangenen Straftaten freizustellen und sie dürfen auch nicht zur Bereithaltung von Verbindungsdaten ihrer Nutzer verpflichtet werden. Dies gilt auch für privat betriebene Netzzugänge. Wir Piraten verstehen das Recht auf Anonymität als Menschenrecht. Forschungsprojekte auf dem Gebiet von Anonymisierungsdiensten wollen wir stärker fördern. Neuntens, die bevorstehende Einführung des Internetprotokolls IPv6 birgt deutliche Datenschutzrisiken. Zum einen wird der hintere Teil der Adresse bei einem standardisierten Verfahren aus der eindeutigen Hardwareadresse einzelner Netzwerkgeräte ermittelt, was eine eindeutige Identifikation des Geräts auch bei Nutzung in verschiedenen Netzwerken ermöglicht. Zum anderen könnte die hohe Zahl an verfügbaren Adressen dafür sorgen, dass Internetprovider dazu übergehen, den vorderen von Ihnen vergebenen Teil der IPv6-Adresse als Präfix fest an den Kunden zuzuordnen. Verbindungen vom Anschluss dieses Kunden werden in diesem Fall dauerhaft diesen zuzuordnen, auch durch Dritte, die beispielsweise bei einer Bestellung in einem Onlineshop oder an irgendwelchen Gelegenheiten persönliche Daten des Kundenerfahrens. Damit droht eine weitere Baustelle auf dem Weg, zum gläserne Internetbenutzer Realität zu werden. Wichtige Freiheitsrechte wie das Recht auf Anonymität, der Meinungsfreiheit und der Informationsfreiheit könnten in Gefahr geraten. Während das erste Problem durch entsprechende Voreinstellungen des Betriebssystems behoben werden kann, ist für das zweite Problem die Kooperation der Provider notwendig, da diese müssten notfalls gesetzlich gezwungen werden, auf Wunsch auch den regelmäßigen Wechsel und idealerweise auch sowohl ein statisches als auch dynamisches Wechsel in den IPv6-Präfix anzubieten. Zehntens, ein großes datenschutzrelevantes Problem ist, dass Privatpersonen für viele Online-Geschäfte gezwungen werden, ihre Meldeadresse und damit in den meisten Fällen ihre genauen Wohnort als Datensfähig-Anstrahl anzugeben, um dieses Problem zu minimisieren. Die Möglichkeit geschaffen werden, bestimmte Rechtsgeschäfte auch unter Pseudonym oder mit einem Konto mit einem entsprechenden Dienstleister als Ladensfähig-Einschrift zu tätigen. Dieser kann nur durch Gerichtsbeschluss gezwungen werden, die Zuordnung einer natürlichen Person mit dem Gericht bzw. eventuell einem Prozessgegenern offen zu legen. Eine solche Dienstleistung kann im Winter vom Staat direkt oder auch vom staatlich kontrollierten Unternehmen angeboten werden, die beispielsweise in Kombination mit Post- und Park-Ged-Ladung oder mit einem pseudonymen Guthabenkonto arbeiten können. Elftens, anonyme Bezahlverfahren im Internet müssen erhalten bleiben. Ein Verbot anonymer Bezahlung im Netz wäre rechtlich und ökologisch falsch. Die Möglichkeit nicht überwachter Zahlungsvorgänge ist nicht nur im Internet von Bedeutung. Auch das faktische Verbot anonymer Ba-Einzahlung ist wieder aufzuheben. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich wollte erst mal den Antragsteller die Gelingheit geben, den Antrag zu verteilen. Und dann bildet sich wieder eine Schlange bitte am Beamer. Und da ist auch ein Mikrofon. Dankeschön. Ja, also der Antrag ist aus einer langlaufenden Mailing-Listen-Diskussion mit ALDA entstanden, wo wir sehr gegensätzliche Positionen eingenommen haben. Also ich habe mehr die Post-Privacy-Richtung vertreten, ALDA eher den Datenschutz, wie wir es kennen. Und daraus ist die Idee entstanden, in einem etwas längeren und etwas detaillierteren Positionspapier die Punkte zusammenzutragen, wo wir uns einig sind, um von daraus weiterzuarbeiten und einen gemeinsamen Konsens zu entwickeln, um diese Gegeneinanderhaltung dieses Konflikts aufzubrechen. Ja. Gut. Längerzeit auf den roten Knopf drücken, dann sollte eine LED angehen. Nichts ist so schön wie eine kleine Panne, ist gar kein Problem, vielleicht ist einfach die Batterie leer. Die wurden jetzt unsere Flight kurz hier täuscht. In der Zwischenzeit begibst du dich hier oben aufs Präsidium ans Mikrofon und in der Zwischenzeit haben wir dann die Batterie gelöst, das Batterie-Pupil. Das ist jetzt ein ziemlich umfangreicher Programm, also Vorschlag, Antrag. Wo und wie ist er denn jetzt Rheinland-Pfalz allgemein vorab verfügbar gewesen, dass man sich darauf vorab bereiten konnte? Weil ich kannte den bis eben noch nicht. Berechtigte Kritik. Wir haben ihn gemeinsam in einem Pad entwickelt. Dort war er über die letzte Woche in verschiedenen Zuständen. Aber das ist jetzt auch keiner verwendet, wo die RLP-Liste war. Also ein Hinweis auf das Pad war auf der RLP-Liste. Gute Liste bitte. Ich muss sagen, ein wunderschöner Antrag, sehr liebenvoll und mit sehr viel Tiefe formuliert. Finde ich richtig gut. Das ist aber auch wieder so ein bisschen typisch Piratik, sich da ins Fabulieren zu verlieren. Ich fände es für mich eigentlich auch so im Alltag, wenn ich auf der Straße stehe und mit den Leuten rede, einfach wirklich ein bisschen mehr Munition, indem das Ganze einfach ein bisschen knackiger auf den Punkt kommt. Das fehlt mir. Das soll ja nicht heißen, dass das das ersetzt, aber da so eine Nebenableitung, das Ganze auf den Punkt zu bringen, würde das alles ein bisschen einfacher gestalten, finde ich. Auch so, wenn man das hier so jetzt bearbeiten soll. Entschuldige, bei der Erarbeitung des Antrags war mir nicht bewusst, dass wir das jetzt vorgelesen ertragen müssen. Und dass der Vorlesender es ertragen muss, viel schlimmer. Ich habe bei den Piraten die Erfahrung gemacht, dass sehr oft das Argument kommt, dazu haben wir ja überhaupt keinen Beschluss. Insofern ist das jetzt als ein umfassendes Positionspapier gedacht, in dem wir beschließen, was wir zu bestimmten Themen denken und das dann als Vorlage dienen kann für knackige Pressemitteilungen, in denen etwas da rausgenommen wird. Das reicht. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich würde gerne den Punkt 6, glaube ich, nochmal auflegen. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Antrag. Es ist eine sehr runde Sache geworden. Es sind sehr viele aktuelle Netzpolitische Themen aufgegriffen worden. Ich finde den Punkt ein bisschen problematisch, weil er eigentlich für einen schwachen Datenschutz plädiert. Also in den ersten beiden Sätzen wird quasi gesagt, bestimmte Angebote, die aktuell nicht der Rechtslage nachkommen, indem sie zum Beispiel illegalerweise IP-Adressen speichern oder ähnliches, sollen nicht so streng herangenommen werden. Da würde ich mir wünschen, dass wir diese beiden Sätze noch streichen können. Dann wäre ich sehr einverstanden mit dem ganzen Textwerk. Und vielen Dank für die Ausarbeitung. Sofern ich ein Rederecht bekomme. Prima. Was wir hier sehen, ist das Ergebnis einer sehr tiefgründigen Arbeit von Piraten. Und das haben wir sehr häufig. Was ich sehr schade finde, ist, dass das in ein Antragsmonstrum verpackt worden ist, was man eigentlich schwer abstimmen kann. Denn, ganz kurz, ich sage mal so, ich habe jetzt den Antrag zum ersten Mal gelesen. Ich gehe davon aus, die meisten hier kennen den Antrag schon, weil sie sich auf den Landesparteitag vorbereitet haben. Es ist aber so, dass ich an Punkt 3 ausgestiegen bin. Ganz ehrlich. Und ich finde es sehr schade, dass dieser Antrag als Textwüste eingereicht wurde. Sinnvoller wäre es gewesen, ihn aufzusplitten. Nein, es ist ein Antrag. Es ist ein Antrag. Und die Versammlung ist aufgefordert, dem Antrag zuzustimmen und dem Antrag abzuleben. Ja, ihr könnt ihn noch ändern, aber ihr vertieft euch dadurch in Diskussionen, die eigentlich gar nicht notwendig wären, wenn man jeden Punkt einzeln hätte. Gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, es sind meiner Meinung nach Formulierungen hier drin, die der Bürger nicht versteht. Und wir haben im Gesetz eine Regelung, die sagt, ein Gesetz muss so formuliert sein, dass der Bürger es lesen und verstehen kann. Und hier sind ein paar Punkte drin, die sehe ich im Moment nicht. Gut, ich bin jetzt nicht unbedingt der Datenflieger und der ITler, aber ich habe hier drin einige Formulierungen gefunden, die ich so auf Anhieb oder auch mit angemessener Zeit nicht vernünftig nachvollziehen kann. Da wäre meine Bitte, das zukünftig anders zu gestalten. Gut, Mike noch ein Wort. Ganz kurz eine Antwort dazu und dann kommt Mike. René, ich werde ja für konkrete Hinweise, an welchen Stellen du meinst, dass es nicht verständlich ist, dankbar. Und es hat durchaus einen Sinn, dass da Nummern vorstehen. Also es war so gedacht, dass es modular abgestimmt werden kann, wenn der Bedarf besteht, aber es sollte auch als ein einheitliches Ding, was als Ganzes dastehen kann, zur Verfügung stehen. Also zuerst mal muss ich sagen, mit den meisten Sachen in dem Antrag komme ich absolut klar. Es sind ein paar kleine Sachen, die von der Formulierung oder teilweise knapp von der Aussage ein bisschen das Ziel verfehlen. Prinzipiell finde ich das ganze Papier sehr gut, aber ich werde jetzt einen Antrag einreichen, dass wir auch für solche sonstigen Anträge wieder eine Frist haben und dass diese Anträge dann noch geändert werden dürfen. Es kann nicht sein, dass Anträge so knapp in der Länge eingehen. Auch wenn das jetzt schon über längere Zeit im Pad oder irgendwo gereift ist. Wir müssen einfach da so transparent arbeiten können und so gut arbeiten können, dass die Leute sich auch vernünftig vorbereiten können. Und das ist jetzt ausdrücklich keine Kritik an den Leuten, die das gemacht haben. Ich möchte mich da herzlich für bedanken. Das ist ein super Antrag. Nun müssen wir uns da mal generell drüber Gedanken machen, wie wir sowas besser handhaben. Wir haben da eine bestehende Regelung, wo wir gesagt haben, wir haben für sonstige Anträge keine Fristen, damit wir auch, wenn uns was auffällt, einen Antrag ändern können, beziehungsweise einen Antrag zurückziehen und in geänderter Form wieder einreichen können. Vielleicht muss man das überdenken und muss sich da eine geschicktere Lösung einfallen lassen. Gut, weitere Wortmeldungen dazu? Ja, noch eine? Also ich wollte jetzt einfach nochmal daran erinnern, dass es ja nur um ein Positionspapier geht. Es ist keine Änderung vom Wahlprogramm oder so, sondern es ist einfach nur die Frage danach von den Antragstellern jetzt, dieses Statement zum Thema Datenschutz abzugeben und abzustimmen und damit eine Legitimation zu haben, was eine super Grundlage bildet, um dann auch was Wirkliches, also Wahlprogramme oder so zu erarbeiten, Pressemeldungen zu machen oder so. Und die können sich dann da drauf beziehen. Aber ansonsten ist es einfach sonst nur ein offiziell erhobenes Meinungsbild darüber, dass dieser Parteitag der Meinung war, dass das ein guter Text ist. Und wenn jetzt manche sich überfahren fühlen, dann fände ich die sinnvollste Strategie einfach zu sagen, ich fühle mich überfahren und ich lehne den Antrag deswegen ab und nicht aus inhaltlichen Gesichtspunkten. Gut, dann schlage ich folgende Folgegegensweise dazu, der Antragsteller äußert sich dazu nochmal rein global. Dann würde ich erstmal ein Neidungsbild abfragen wollen und dann sehen wir weiter. Also ich könnte wie auch beim letzten Antrag gut mit einer Vertagung leben. Ich hoffe, dass wir durch die abwechselnden Arbeitstreffen und Parteitage da einen besseren Rhythmus reinkriegen, dass so etwas auf einem Arbeitstreffen begonnen wird und dann auch so schnell nach dem Arbeitstreffen gemeinsam zum Abschluss gebracht wird, dass es rechtzeitig eingereicht werden kann. Nicht, dass das irgendwer eben falsch verstanden hat. So ein Positionspapier ist für uns extrem wichtig. Ich plädiere an euch alle, bitte nehmt es an. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir endlich mal eine konkrete Stellung beziehen, endlich mal ein ausgearbeitetes Papier zu dem Thema haben und genau das liefert das. Auch wenn das nicht in allen Bezügen perfekt ist, wir können es beim nächsten Parteitag nachbessern, wir sollten es eindeutig annehmen. Gut, das war nochmal ein gutes Statement. Gut, jetzt kein Geschäftsordnungsantrag. Gut, dann machen wir ein Meinungsbild. Das sage ich jetzt mal allgemein. Wer würde denn diesem Antrag so, wie er da steht, zustimmen? Gegenprobe? Das ist eindeutig die Mehrheit, die dem Antrag so zustimmen würde. Dann nehme ich gerne den Geschäftsordnungsantrag auf. Wer ist dafür, den Antrag modellar, also in 1, 2 bis 10. abzustimmen? Modellar, also jetzt Step by Step abzustimmen. Ich liese das nicht nochmal vor, ihr habt keine Chance. Also, das müssen wir auszählen, das ist jetzt hier unklar. Für Modellare, also Abschnitt für Abschnitt. 22. Wer ist dagegen? Gut, das ist eine deutliche Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Bei wenigen enthalten ist das so beschlossen. Gegenstimmen habt ihr aufgeschrieben, habe ich jetzt nicht im Kopf. Dafür haben wir Protokollanten. Das heißt, wir machen das jetzt modular, wenn ich das richtig verstanden habe. Grundsätzlich stimmt man dem Antrag zu, man macht es modular. Und ich kenne hier an, dass sich bitte einer vorbereiten soll, dass wir einen Protokollführer brauchen. Unser Protokollführer muss gleich hier weg. Also zweiter, ihr habt in eurer entsprechenden Ordnung zu stehen, dass wir hier mal zwei Protokollanten brauchen, weil er euch gegenseitig nicht so ganz vertraut, nehme ich an. Dann ist das so drin, deswegen möchte sich bitte einer schon bereithalten, das Protokollamt zu übernehmen. Gut, das kriegen wir alles in den Griff. Der Mann in den BIMA bedient es und wir wären dann beim Antrag, sonstiger Antrag 6, Passage 1. Wir müssen den Modular beschließen, dann beschließen wir alles Modular, nicht nur so ein Teil, den wir uns aussuchen. So, haben wir den auf dem BIMA, weil ich den BIMA, das BIMA-Bild kann ich nicht sehen, du machst das richtig. Okay, wunderbar. Also wir sind bei Abschnitt 1, wer diesem Abschnitt zustimmt, Protokollanten passen bitte genau auf, bitte das Stimmkarten zeichnen. Dankeschön, das ist die Mehrheit, denke ich mal, Gegenstunden. Eine Enthaltung, dann ist das bei einer Gegenstimmung und zwei Enthaltungen so beschlossen. Wir gehen zu Abschnitt 2. Wer für die Abschnitt 2 ist, bitte das Stimmkarten zeichnen. Das ist die Mehrheit, Gegenstimmen. 2 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen, ist das so beschlossen. Abschnitt 3, ja, Stimm bitte, Stimmkarte hoch. Wer ist dafür? Das sieht mir nach einer Mehrheit aus, Gegenstimmen. 3, 4 Enthaltungen, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Enthaltungen. Dann ist das so beschlossen. Ein Gegenrundtrag. Selbstverständlich können wir das langsamer machen, ich habe gar kein Problem damit. Ich dachte, ihr habt euch diesen Antrag schon. Gut, wir waren jetzt bei Abschnitt 4. Wir sind jetzt bei Abschnitt 5. Wer für diesen Antrag ist, bitte um das Kartenzeichen. Sieht nach einer knappen Mehrheit aus, Gegenstimmen. 3 und Enthaltungen. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Okay, dann ist das angenommen. Jetzt machen wir 6 und ich lasse in ein paar Sekunden Zeit. Und dann sind wir 57. Bye. Vielen Dank. Wir haben den jetzt gelesen, der war überschaubar, das war ja auch der mit den meisten Anmerkungen. Dann stimmen wir darüber ab, wer für den Abschnitt 6 ist, bitte das Kartenzeichen. Das sieht nach einer Mehrheit aus, Gegenstimmen. Ja, das möchte ich nochmal auszählen, also bitte nochmal, wer dafür ist. Ihr habt, wie viel, bitte nochmal die Karten hoch, auch wenn der Arm lahm wird, das müssen wir noch auszählen, wenn Sie sich nicht einig. Jetzt haben wir 32 Gegenstimmen. 11 Gegenstimmen, Enthaltungen, 2 Enthaltungen, dann ist das so geschlossen. Abschnitt 7 2. 1. 1. 2. 3. Ich muss noch jemand lesen. Okay, ich höre keinen Kopfgeschüttel, ich höre keine Kommentarstimme ab. Wer dafür ist, Abschnitt 7. Das sieht nach einer deutlichen Mehrheit aus. Das sind die Gegenstimmen. Zwei Gegenstimmen, Enthaltungen. Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen geschlossen. Kommen wir zu Abschnitt 8. Vielen Dank. Vielen Dank. Gut, ich denke, es ist auch Überschauer, Abschnitt gewesen. So kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Stimmkarte bitte. Dankeschön. Das ist mehrheitlich. Gegenstimmen. Zwei Gegenstimmen. Enthaltungen. Bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Jetzt kommen wir zum Abschnitt 9. Da lasse ich ein bisschen länger Zeit, weil er sehr lange ist. Ich bin ein bisschen länger Zeit. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe noch bekannt, dass wir den Protokoll für, es hat sich einer bereits erklärt, weil das verteilen wir im Präsidium, der Moritz wird das Protokoll machen und ich mache dann den Rest der Versammlungsleitung alleine. Ich glaube, das kriege ich gerade so hier. Vielen Dank. So, Abschnitt 10 gelesen. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung, zum Abschnitt 10. Wer dafür ist, bitte das Kartenzeichen. Das sieht mir nach einer sehr knappen Nähe aus, also das bitte ich auszuzählen. Gut, Gegenstimmung. Enthaltungen. Gut, dann ist das so beschlossen. Wir sind gleich bei 11. Das ist ja nur noch bitte der Wahrheit, da musst du es machen. Anzahl, hast du es nicht mitbekommen vom Protokollführer, sagst du nochmal die Anzahl. 12 Gegenstimmen. 12 Gegenstimmen. 12 Gegenstimmen. 26 waren das, 4. Und Gegenstimmen waren wie viel? Ihr müsstet inschreiben, genau das. 12 Gegenstimmen und Enthaltungen. Wir müssen zusammenziehen, deswegen muss ich nicht stimmen. Enthaltungen waren wie viel? Gut, dann werden das sieben Enthaltungen, das ist somit jetzt festgestellt. Ich meine, der Protokollführer, wir kommen zum Abschnitt 11, den letzten Abschnitt. Bitte um die Karte, wer dafür ist. Das sieht mir nach einer Mehrheit aus. Gegenstimmen. 5 zähle ich. Enthaltungen? 6. Dann ist das so beschlossen. Dankeschön. Wir haben den wunderschönen Antrag hinter uns. Danke euch. So. Ich denke mal, das war ziemlich anstrengend. Bevor wir zu dem anderen Mammutantrag kommen, elektronische Grundsinnheitskarte, die wir hingeschrieben haben, machen wir mal 5 Minuten Pause. Wir können auch ein paar noch rauchen und andere wichtige Dinge tun. Und dann sehen wir uns um 16.15 Uhr hier wieder. Wunderbar, unser Protokollant ist gefunden worden. Wir können damit die Versammlung fortsetzen. Wir sind beim sonstigen Antrag 4. Ihr erinnert euch, ich habe vor meinem Heiserkeitsanfall den schon vorgelesen. Das heißt, wir haben jetzt diesen Antrag, so wie er da steht. Der müsste auf dem Beamer auch zu sehen sein. Und wir haben einen Alternativantrag, der eingereicht wird. Bitte von wem, weil der hier nicht drauf steht. Von wem wird der Alternativantrag, den lese ich gleich vor, den haben wir vorbereitet, eingereicht. Ich würde dann den Originalantrag zurückziehen und wer für den Alternativantrag der Antragsteller. Gut, dann müssen wir nur noch wissen, welche Antragstellergruppe sich dahinter verbirgt. Wir brauchen einen Antragsteller oder jemanden, der diesen Antrag dann übernimmt. Das wäre dann auch ich. Gut, du übernimmst den Alternativantrag. Dann bitte ich mal, das Beamer-Bild umzustellen, nachdem mein Stift hoffentlich wieder irgendwann schreibt. Danke. Ich verlese den Alternativantrag und bitte ein bisschen um Ruhe, dann kriegen wir das auch. Die Paratenpartei kämpft für ein transparentes Gesundheitswesen. Transparenz bedeutet für uns in diesem Kontext aber nicht die Schaffung eines gelesenen Patienten, sondern die Offenlegung aller Informationen, die die Situation des selbstbestimmten und mündigen Patienten verbessern und vernünftige politische Entscheidungen zum Wohle der Versicherten ermöglichen. Wir lehnen die elektronische Gesundheitskarte in der aktuellen Form ab und werden uns für deren Stopp einsetzen. Bitte keine Gespräche hinter mir, das ist fürchterlich irritierend. Danke. De facto hebelt die elektronische Gesundheitskarte die ärztliche Schweigepflicht, zum Beispiel durch das E-Rezept aus, da Krankenkassen und auch andere Zukunftsberechtigte aus den gesammelten ärztlichen Verordnungen leicht Rückschlüsse auf die Diagnosen ziehen können. Die Anhäufung weiter sensibler Datenberge auf zentralen Zerrern lehnen wir ab. Im Gegenzug laufen die positiven Aspekte des E-Rezepts ins Leere, da die Ärzte sich nicht darauf erlassen können und dürfen. Die Herrschaft des Patienten über seine Daten sind nur vordergründig gewahrt, da die geplante Pseudonymisierung und den einfachen Rückschluss auf die Person des Patienten erlaubt, womit der Missbruchbrauch Tor und Tür geöffnet wird. In der Vergangenheit sind bereits mehrfach schwere Mängel in dem Konzept gerückt worden, so wunderte sich die Free Software Foundation Europe, wie leichtfertig und unprofessionell mit derartig persönlichen Daten umgegangen wird und forderte das Gesamtsystem der Gesundheitstelematik von der Architektur bis zum Quellcode offen zu legen. Ab 1.10.2011 werden nur 10% der Versicherten angeschrieben und um die Zusendung eines Passfotos für die elektronische Gesundheitskarte gebeten. Ein solches Foto ist für die Karte gesetzlich vorgeschrieben. Für die Versicherten besteht aber keine Pflicht ihrer Kasse eines zu senden. Die Verweigerung des Fotos ist für die Versicherte die einfachste Möglichkeit des Protestes, um gegen die ausufernde Erfassung von Gesundheitsdaten zu protestieren, die im Hintergrund stattfindet. Deshalb ruft die Piratenpartei an Pfalz die Versicherten dazu auf, ihrer Krankenkasse kein Passwort zu senden und sich den Initiativen zum Stopp der E-Card anzuschließen. Die Piraten fordern den Bundestag auf, die elektronische Gesundheitskarte umgehend zu stoppen und so die Gefahren für Bürgerinnen und Bürger von vornherein zu verhindern. Dankeschön. Du kannst den Antrag verteilen. Ja, hat jemand eine Frage dazu? Also es geht im Prinzip darum, so einen kleinen Hack in dem System vorzunehmen. Eben weil die Karte ein Passfoto enthalten muss, aber niemand dazu gezwungen ist, eines abzugeben. Wenn man keins abgibt, kriegt man natürlich keine neue Gesundheitskarte. Aber das ist erstmal kein größeres Problem für den Patienten, da erstens natürlich die alte Gesundheitskarte, also die alte Krankenkassenkarte, sowieso noch weiterlaufen muss, solange bis alle Patienten die neue elektronische Gesundheitskarte haben. Das wird noch ein ganzes Weichen dauern. Es geht jetzt ja erstmal um 10% der Versicherten. Zum Zweiten gibt es ein Ersatzverfahren für Patienten, die die elektronische Gesundheitskarte nicht haben, das papierbasiert ist. Also der Patient hat erstmal keine großen Nachteile davon, dass er keine elektronische Gesundheitskarte sich machen lässt. Gut, das war die Verteilung und jetzt kommen wir zu den Fragen. Grüße da gewisse Leute aus dem Nachbarland. Anfragen dazu. Bitte an das BIMA-Mikrofon. Also prinzipiell ist das Ganze schon in Ordnung, finde ich. Aber ich finde dieser Aufruf, mit dem Verweigern von Passfoto, ich weiß nicht, ob das der Weg ist, den eine politische Partei gehen soll. Wir sind hier um Politik zu machen und nicht um die Wege zu gehen, die eine NGO gehen würde. Wir wollen das verändern, wir müssen sagen, was wir wollen und das ist das Vordergründige, was wir tun sollten. Wir müssen sagen, was wir tun wollen, wie wir es besser machen könnten, wo die Verbesserungen liegen. So einen Aufruf sehe ich immer mit einem faden Beigeschmack, muss man ganz ehrlich sagen. Das würde ich persönlich daran ändern. Also prinzipiell bin ich ein Gegner der elektronischen Gesundheitskarte, weil wenn man überlegt, wer an der Erarbeitung mitgewirkt hat, das waren ganz viele Versicherungsgruppen und ich sehe da schon Gefahr, dass man diese Datensicherheit verharmlost und in Wirklichkeit tatsächlich Missbrauch damit getrieben werden wird. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Der Aufruf zum Boykott, das Passbild nicht abzugeben, da ist auf der einen Seite, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, wenn es ja ein Gesetz ist, rufen wir ja dazu auf, kriminell zu werden. Nein, die gesetzliche Verpflichtung heißt, dass die, also das ist keine gesetzliche Verpflichtung in dem Sinne, die Vorschrift ist, dass die elektronische Gesundheitskarte ein Passfoto enthalten muss. Es ist Sache der Krankenkassen dafür zu sorgen, die elektronischen Gesundheitskarten entsprechend auszustellen. Für den Patienten wiederum, und um den geht es ja, an den rufen wir ja auf, der hat keine Verpflichtung, ein Bild abzugeben. Also ich würde sagen, wir sollten uns auf jeden Fall gegen diese elektronische Gesundheitskarte offiziell aussprechen, was ja schon lange mein Thema ist, aber mit dem Aufruf halte ich ihn für ein bisschen problematisch. Das kann man zwar am Stand tun, aber nicht irgendwie in eine Fassung reinfassen. Wir setzen uns prinzipiell dafür ein, dass die elektronische Gesundheitskarte abgeschafft wird. Fertig, Ende. Wir müssen andere Wege gehen und das ist ein entscheidender Punkt. Dann würde ich ganz kurz fassen, das ist zu weit. Auch mit den ganzen, am Anfang stand was geschrieben mit der Rezeptverfolgung. Ich habe mich mal mit einer Apothekerin unterhalten, die können natürlich anhand von verschiedenen Medikamenten, die verschrieben werden, da fährt die Krankenkasse sowieso, ob mit elektronischer oder ohne elektronischer Gesundheitskarte. Aber dieses ganze Wirrwarr, wie das überhaupt abrechnungstechnisch funktioniert, da blicken selbst die Apotheker nicht mehr durch. Und wir müssen generell da auch eine klare Linie fordern für Transparenz, wie das abgeht. Auch im Bereich der elektronischen Gesundheitskarte. Ich erlebe am Infostand hauptsächlich, dass die Leute fragen, ja was kann ich dagegen tun. Und hier kein Passfoto, die Empfehlung auszusprechen, einfach kein Passfoto zu schicken, ist eine klare Empfehlung, die wir als Partei geben können, das kannst du dagegen tun. Und das nicht nur auf dem Infostand, im Geheimen, sondern bitte auch gerne als offiziellen Beschluss, als Positionspapier der Partei. Deswegen, finde ich, sollte das drin bleiben. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich meine, es ist ja kein Aufruf zum Rechtsbruch oder so. Es ist sozusagen die harmloste Form von sozialer Ungehörigkeit. Und ich denke, wir sollten auch durchaus mit der Unterstützung von so einem Parteitag hintendran die Möglichkeit haben, den Leuten diesen Tipp zu geben und zu sagen, hier habt ihr Handlungsmöglichkeiten und wir stehen auch ein bisschen mit unserem Namen dafür, dass ihr das machen dürft. Weil oft sind die Leute schlecht informiert und wollen dann keine Probleme haben und machen es dann doch und verschicken vielleicht ihr Bild, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und ich denke, wir sollten hier, weil wir halt besser informiert sind, auf den Leuten ein klares Statement zu nennen. Also ich habe jetzt schnell mal gegoogelt und bin auf einen Artikel gestoßen, der besagt, dass die Krankenkassen im Gegenzug die Kosten nicht übernehmen, wenn diese Krankenkasse nicht so korrekt ausgestellt ist. Ich weiß natürlich nicht, wie weit das rechtmäßig ist, aber die Gefahr besteht. Also ich kenne, ich weiß jetzt nicht, ob du dich auf genau den Artikel beziehst, den ich auch gelesen habe. Ich halte es für durchaus möglich. Da war ziemlich verklausuliert beschrieben, dass wenn man innerhalb von einem Quartal nicht seine Krankenkarte, also die elektronische Gesundheitskarte vorweisen kann, man das erst bezahlen müsste und dann erstattet bekäme von der Krankenkasse wiederum im Nachhinein. Das war eine Information auf einer Website von der Vereinigung der Krankenkassen. Das heißt, die haben ja kein großes Interesse daran, dass da ein größerer Boykott stattfindet. Ich habe eine andere im Fokus, ja. Deshalb muss auch noch lange nicht stimmen. Ich habe die Informationen jetzt von einer anderen Website. Ja, und es erscheint mir auch unlogisch, warum dieses komplizierte Verfahren dann in Anwendung gebracht werden sollte, wenn doch es sowieso nur darum geht, dass ich meine Zugehörigkeit zu der Krankenkasse nachweise. Und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo nur noch die elektronische Krankenkarte gilt, bis zu dem Zeitpunkt muss die Alte sowieso noch weiter akzeptiert werden. Im Moment kann die neue elektronische Gesundheitskarte ja eh noch nicht vieles. Es kommt ein Bild drauf und es werden kleinere Daten erfasst, aber diese Notfalldaten und alles, was da noch drauf soll, und diese Rezeptgeschichte funktioniert ja ohnehin derzeit auch nicht. Und dass sie da nichts bezahlen, wenn man die nicht hat, kann ich zahlen. Wenn ich Beiträge bezahle, habe ich auch ein Anrecht darauf, dass Kosten übernommen werden. Und wenn die schreiben, dass man dann in die Vorkasse treten muss, dann finde ich das ganz prima, weil dann verlange ich auch vom Arzt eine Rechnung und weiß, was er in Rechnung stellt. Dann kann ich sagen, das ist tatsächlich gelaufen oder das nicht. Dann habe ich eine Transparenz als Patient, was für Kosten entstehen tatsächlich. Und das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gut, bevor das jetzt in ein Zwiegespräch ausartet, gibt es jetzt hier noch weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht, dann schließe ich jetzt die Aussprache dazu ab. Dann können wir über den Antrag auch abstimmen. Und dann bitte ich die Versammlung, ihre Stimmkarte zu zücken, wenn sie für diesen Antrag stimmt. Wer dafür ist, bitte die Karte zu heben, das sieht mir sehr knapp aus, das muss bitte ausgezählt werden. Ich führe hier was von 25, denn die Gegenstimmen ist dagegen. Ich sehe vier dagegen, Enthaltungen? Bitte zählen die Enthaltungen. Gut, Dankeschön, damit ist der Antrag angenommen. Ist das ein ernst gemeinter Geschäftsordnungsantrag? Es reicht trotzdem die Mehrheit aus. Ich muss immer mitrechnen, deswegen dauert es aber einen kleinen Moment und das reicht aus. Gut, gibt es noch Anträge, die hier vorgetragen werden sollten, die mir nicht bekannt sind? Und dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 11 ab und befinden uns jetzt den Tagesordnungspunkt 12. Der nennt sich Sonstiges. Sonstiges, bevor, was ist da, Geschäftsordnungsantrag, ja Moment, ihr kommt ja alle zu ihrem Recht. Es gibt einige, die hier noch was sagen wollen, die auch noch was vorstellen wollen, das lassen wir alles gelten, soweit es sich ausufert und wir nicht mitternacht hier sitzen, bevor, die können sich hier schon mal aufreihen. Da gab es den Xander, der wollte sein Konzept vorstellen, es gab noch zwei andere, die ein Konzept vorstellen wollen. Das finde ich in Ordnung. Bevor das hier zerfließt, möchte ich noch ein Hinweis loswerden. Im Anschluss an die Veranstaltung, ich sage jetzt mal, die Kira ist nicht hier, aber ich sage jetzt mal so um die 19. Stunde, gibt es aus diesem schönen Etablissement einen Dicken Engel live. Was ist Dicker Engel? Das ist unsere quasi tägliche Mumble-Runde. Was ist Mumble? Das ist eine Sprachsoftware, wo wir uns allgemein online treffen. Bei den Piraten ist es mittlerweile sehr populär. Wir haben auch viele, viele Sitzungen in der Woche auf Mumble. Das geht so in die 100 Sitzungen bundesweit, 200 Sitzungen bundesweit. Wer das noch nicht gesehen hat, hat hier auch die Gelegenheit vielleicht das vorgeführt zu bekommen, wie es funktioniert. Das sind Online-Konferenzen, Online-Sprachkonferenzen. Wir machen das heute live hier, auch in den Mumble-Reihen. Wir machen auch einen Livestream, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Danach, sozusagen fließender Übergang, gibt es die 50. Sitzung der sogenannten Koordinatorenkonferenz. Da haben sich die größten Anteile der Koordinatoren der Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden. Wir machen das hier auch mal live und wollten den Anlass des Landesparteitages nehmen und uns hier zu treffen und zu schauen, dass wir uns hier auch ein bisschen austauschen. Also es geht hier noch bis in den Abendprogramm. Das machen wir aber locker, hemmsärmlich und hoffentlich mit viel Spaß. So, wer möchte zuerst tun was das und dann kommt Sander und dann dein Hintermann. Ja, ich wollte nur anmerken, ich habe Werbematerial noch dabei. Die Kreisverbände und Regionalgruppen können zu mir kommen. Ich habe Kugelschreiber und habe noch von dem Landesflyer und auch noch einen Satz Kaberbriefe. Kann man vielleicht in den nächsten Wochen ganz gut verwenden. Bitte bei mir melden. War das ein Zeichen eines Geschäftsordnungsantrags oder war das ein Spaßzeichen? Dankeschön. Ich versuche das immer mitzubekommen. Der Xander ist dran. Dann noch einen kleinen Gastbeitrag von mir zu einem aktuellen Thema. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Xander. Ich bin kein Pirat. Habe mich allerdings trotzdem in den letzten halben Jahren seit der Landtagswahl, als ich noch aktiv für die Piraten war, weiterhin mit Politik befasst. Maßgeblich mit Wahlrecht. Und das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, denn gerade vor drei Tagen wurde vom Bundestag ein neues Bundeswahlgesetz verabschiedet. Das war ja notwendig gewesen, weil das Bundesverfassungsgericht ein entsprechendes Urteil gefällt hat, schon 2008, dass das negative Stimmgewicht nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Der neue Entwurf enthält das negative Stimmgewicht weiterhin, ist also im Grunde auch wieder verfassungswidrig. Es wurde gerade eben nur so viel geändert, dass eben jetzt eine neue Klage vor dem Bundesverfassungsgericht notwendig ist. Grüne, SPD, Linke und auch schon andere Organisationen, wie z.B. der MedDemokratie e.V. haben schon angekündigt, eine Verfassungsklage einzureichen. Die Piraten könnten sich bei so einer Klage selbstverständlich noch anschließen. Allerdings finde ich, dass das für eine Partei nicht genug ist. Ich habe in den letzten Wochen intensiv mich mit dem Wahlrecht befasst, also noch mehr als in den Monaten davor, und habe einen eigenen Entwurf für ein neues Bundeswahlgesetz verfasst. Und ich biete euch an, das hier als Startpunkt zu nehmen, das hier bei euch ins Wiggy zu packen, dass ihr selbst ein weiteres Bundeswahlgesetz entwickelt, dass ihr selbst auch ganz konstruktiven Antrag in diese Debatte mit einbringen könnt. Einige maßgebliche Änderungen, mal kurz zusammengefasst. Erstens, natürlich, es gibt kein negatives Stimmgewicht mehr. Es gibt nicht mehr Erst- und Zweitstimme, sondern es gibt nur noch einen Stimmtypus. Jeder Wähler hat zehn Stimmen, und es wird im Grunde so ähnlich wie bei einer Kommunalwahl über offene Listen gewählt. Das heißt, der Wähler hat einen sehr viel größeren Einfluss auf die Zusammensetzung des Bundestages. Auf jeden Kandidaten können bis zu drei Stimmen verfallen. Das heißt, man kann kumulieren oder auch über mehrere Listen verteilen. Wenn man eben sieht, okay, hier gibt es Leute, die etwas drauf haben, dort gibt es Leute, die etwas drauf haben, und dann wähle ich auch ganz gezielt diese. Und nicht nur eine Partei, bei der ich keinen Einfluss habe, wer da jetzt genau auf die Liste gekommen ist. Denn das bestimmen ja bislang ausschließlich die Parteien selbst. Weitere Verbesserung. Dadurch, dass es kein Erst- und Zweitstimmensystem mehr gibt, gibt es auch keine Überhangmandate mehr. Die verzerren ja immer den Wählerwillen. Dieses System ist darauf ausgelegt, den Wählerwillen möglichst genau abzubilden. Keine 5%-Hürde. Wahlrecht ab 16. Ausländer-Wahlrecht. Für alle, die schon seit fünf Jahren in Deutschland leben. Also, meine Frage an euch. Wollt ihr das hier übernehmen, dann packe ich das für euch ins Wiki als Startpunkt. Dann könnt ihr Arbeitsgruppen bilden, die das weiter ausarbeiten, weiter nach Fehlern suchen, diese beheben und das weiter ausarbeiten. Wollt ihr das haben? Hallo. Die Hessen nimmt es auch. Die Hessen nimmt es auch. Eigentlich ist es ja Bundesthema. Ich bin jetzt halt nur gerade in Rheinland-Pfalz, ist ja klar. Aber wenn es im Wiki steht, Wiki ist ja international. Klar, Fragen? Darf ich also, weil du es gerade angesprochen hattest als Bundesthema, wäre das nicht die Idee, das auf Bundesebene hoch zu eskalieren, um dort einfach eine möglichst breite Masse dann sich dahinter zu scharen, damit das auch wirklich nicht so eine Insellösung wird und dann ähnlich wie andere Anträge, die heute gekommen sind, die eigentlich auch vielleicht Bundesthemen sind, damit das nicht hier vielleicht womöglichst versandet, weil sich vielleicht nicht so viele Leute finden, die da dran arbeiten wollen. Stimme ich hier voll und ganz zu. Klar, das ist ein Bundesthema, es soll auf Bundesebene bearbeitet werden. Wobei man, wenn man das unbedingt auch auf Landesebene haben will, man könnte daraus auch ein Landeswahlgesetz basteln. Ja. Aber klar, nur zu auf Bundesebene. Also, Vorschlag, das bei uns mal ins Wiki zu stellen, finde ich sehr gut und dann eventuell im Dezember nach Offenbach und da nochmal vorstellen, dass wir es bundesweit publik haben. Das wäre aus meiner Sicht eine gute Sache. Wenn mich jemand hinfährt, gerne. Kleine Anmerkung, dadurch, dass Piraten gelernt haben, dass sie auch in Vertretungen, also Parlamente, Gemeindereiter und so etwas einziehen, beschäftigen sie sich auch mit Wahlrecht, den Bedingungen dazu und dergleichen mehr. Auch die Rechtsabteilung ist ja da ein bisschen tätig zurzeit, diese ganzen Bedingungen, da muss man auch Unterstützer, Unterschriften überhaupt sammeln, zusammenzustellen und zwar für jeden Landesverband, sodass da auch Übersicht herrscht, weil diese Übersicht ist bundesweit nicht gegeben und ich begrüße euch so ordentlich eure Initiative, aber sie wird nur dann sinnvoll sein, wenn sie auch bundesweit bearbeitet wird. Das heißt, ihr müsst sie auch bundesweit prominent irgendwo verlinken, sodass möglichst viele da ihren Senf zugeben können, denn es ist ein sehr komplexes Thema. Weitere Fragen, Statements, irgendwas? Also ein Statement ist nur, ich finde es super, dass du das gemacht hast, dass du das als Angebot auch hier präsentierst und schickst jemanden, den du kennst und mit dem Vorschlag von Bastian sollte das dann, denke ich, in die größeren Kreise reingebracht werden, damit wir das insgesamt für die Piraten halt vielleicht nutzen können. Wer es sich schon anschauen will, ich habe es auch auf meiner Homepage drauf, xanderdaunt.net, kein Bindestrich oder irgendwas, xanderdaunt.net. Und dann noch ein Hinweis auf eine andere Sache, auch zu diesem Thema, und zwar am nächsten Samstag, dem 8. findet im Saalbau-Titos-Forum in Frankfurt eine Podiumsdiskussion zum Thema, wer braucht schon Wahlrecht, statt. Unter anderem der Dr. Feendrich, der den ihr vielleicht von Wahlrecht.de kennt, außerdem von der FDP, des Mitglied des Bundestages und Mitglied im Innenausschuss vor allem, der Dr. Stefan Ruppert und als Vertreter der Piratenpartei, den Stefan Urbert. Wir diskutieren eben über das neue Wahlrecht. Danke für den Hinweis. Gibt es sonst noch Fragen? Dann muss ich euch eine traurige Mitteilung machen. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, es ist ja Schwarmintelligenz, dass wir den sonstigen Antrag 3 zurückgestellt hatten und noch nicht behandelt haben. Das war das Ding mit dem Wahlprogramm. Das müssen wir natürlich noch machen. Ich bitte um Entschuldigung, dass wir das hier oben nicht bemerkt haben. Macht aber nichts. Ich würde trotzdem sagen, weil du schon die ganze Zeit da stehst, mach erst dein Ding und dann bringen wir nochmal den Tagesordnungspunkt 11 zurück, damit es eine Ordnung hat. Okay, also ich bin hier, weil ich jetzt im Vorfeld, und zwar relativ kurz vor dem Parteitag, es ist erst fertig geworden, an einem Bildungskonzept gearbeitet habe für Rheinland-Pfalz. Und die Idee ist, dass das halt wesentlich umfassender sein soll, als das, was im Moment im Wahlprogramm steht, also im Prinzip irgendwann auch diesen Teil des Wahlprogramms völlig ersetzen soll. und ich versuche halt konkretere Antworten dann auf die Fragen zu geben, wie wird halt das Schulsystem organisiert, wie werden die Hochschulen organisiert, wie wird Demokratie, was wir fordern im Wahlprogramm, konkret umgesetzt. Also einfach versucht eine Konkretisierung zu machen und was vor allem auch vorher gefehlt hat und mir sehr wichtig war, ich mache Überschlagsrechnungen über die Kosten, was diese Maßnahmen alle kosten würden, und mache sogar Vorschläge, wie diese Kosten halt durch Steuern, Neueinnahmen, dann gegenfinanziert werden können. Und mein Plan sieht im Moment vor, dass ich das Konzept, das findet sich im Wiki, in der Ideenbörse unter dem Begriff Oktoberkonzept, dass ich das zum nächsten Landesparteitag auch zur Abstimmung stellen werde. Ich werde es auch bei Liquid Feedback, bei dem bundesweiten, einstellen, weil wir ja im Land keins haben, kein Liquid Feedback. Und ich möchte einfach anregen, dass an diesem Konzept noch mitgearbeitet wird. Also ich hatte in, also jetzt vor dem Landesparteitag bei der Arbeit im PET, hatte ich Hilfe und habe das auch über die Mailingliste Bildung RLP geschickt. Also für diejenigen, die sich für das Thema interessieren, möchte ich auch nochmal Werbung machen für die Mailingliste. Einfach, weil ich denke, es ist wichtig, dass alle Meinungen zum Thema Bildung da gesammelt werden und halt auch Lücken geschlossen werden. Also es gibt zum Beispiel im Moment noch niemanden, der sich dazu berufen fühlt, vorschulische oder Grundschulbildung wirklich genauer auszuarbeiten und so. Deswegen gibt es da einfach im Moment sowohl im Wahlprogramm als auch in dem Konzept noch wesentlich weniger als jetzt zu weiterführenden Schulen oder Hochschulen. Und ja, da möchte ich einfach anregen, dass in die Richtung mehr getan wird. Dankeschön. Gibt es dazu noch Anmerkungen aus dem Auditorium hier, aus dem Plenum? Ist nicht der Fall offensichtlich. Diesen Wunschung glück mich mit dir. Verlinke es prominent, poste, kämpfe für deine Anliegen und dann geht das schon weiter, denke ich mir. Dankeschön. Gut, dann springen wir flexibel, wie wir sind, in den Tagesordnung 11 nochmal ein, in den Sonsten, äh Quatsch, in den Sonsten, Antrag 3. Da hieß, der Titel des Wahlprogramms wird geändert von Wahlprogramm der Piratenpartei Rheinland-Pfalz zur Antlantagswahl 2011, auf lediglich Wahlprogramm der Piratenpartei Rheinland-Pfalz. Das haben wir ein bisschen verschoben hier in der Ablauf der Tagesordnung. Deswegen müssten wir darüber nochmal abspringen. Da brauchen wir den Rheinland-Pfalz nochmal, der hatte den ja verteidigt und da gab es ein bisschen kontroverse Diskussionen drüber, wie ist da jetzt der Sachstand. Also ganz kurz nochmal, es ging darum, den Titel des Wahlprogramms zu ändern, nämlich das Landtagswahl 2011 rauszustreichen, da die ja vorbei ist. Wir haben ja auf dem letzten Landesparteitag uns schon darauf verständigt, beziehungsweise klargestellt, dass das Wahlprogramm nach wie vor Gültigkeit hat und die behält, bis es geändert oder ersetzt wird. Das sollte jetzt auch im Titel des Wahlprogramms entsprechend Ausdruck finden, damit das klar ist. Damit man eben nicht immer darauf angesprochen wird, ah, das war doch für die Landtagswahl 2011, habt ihr denn nichts Aktuelles? Wobei es ja nach wie vor gilt. Einfach zur Klarstellung. Gut, danke nochmal für die Klarstellung. Gibt es dazu Aussprachebedarf noch weiter? So, keine aufgeregten Diskussionen. Hallo? Dankeschön. Keine aufgeregten Diskussionen, wir sind alle ganz ruhig. Gibt es weiteren Aussprachebedarf dafür? Gut, dann können wir den auch abstimmen. Wenn keiner mehr da was zu sagen will, dann machen wir das jetzt. Dann stimmen wir über diesen sonstigen antrachtenden Reihen ab. Bitte, wer dafür ist, möge mit der Berücksichtigung aller Argumente, möge dann die Stimmkarte heben. Das sind wahrscheinlich die Mehrheit, aber das zählen wir aus. Gut, 28 werden hier gezählt, Gegenstimmen. 30 sagt er, wir wollen mal Gegenstimmen. Das sind zwei Gegenstimmen, Enthaltungen bitte zählen. Das sind zwei Enthaltungen, damit ist der Antrag so angenommen. Dankeschön. Gut, damit ist der Tagesordnungspunkt 11 jetzt endgültig geschlossen. Wir sind dann immer noch im Tagesordnungspunkt 12. Sonstiges gibt es weitere Wortbeiträge zu Sonstiges. Hinweise, Erste Hilfe, Ankündigung, Nachfragen nach Medikamenten. Das ist nicht der Fall, ich sehe keine Wortmeldung. Das heißt, wir sind am Schluss unseres Parteitages angekommen. Ich bedanke mich für eure konzentrierte Mitarbeit und sehr sachliche Diskussion. Ich bedanke mich meinem Protokollanten, Wahlleiter und Wahlhelfer. Ich hoffe, ich konnte euch eiermaßen gut durch diesen Landtagsparteitag zügig führen. Und schließe den Landtagsparteitag um 16.54 Uhr. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.